okay und du zupfst ja auch deine augenbrauen und landes im höllenfeuer sagst du sagt dein prophet mohammed was bist du denn ich bin christ geworden aufgrund dieser ganzen aussagen von mohammed kann man das ja gar nicht mehr tragen was bist du für landsmann iran aber krass gegen den koran ja weil die gehirn bewiesen haben und erkannt haben dass der islam eine lüge ist gefährlich ist und menschen verachtend und was steht in der bibel weißt du wie krass aggressiv die bibel eigentlich ist ganz und gar nicht sie gibt die rechte gewährt die rechte du kannst so sein wie du möchtest wundervoll ich wollte ich einfach mal grüßen ja ich bin albana und ich verfolge ich schon seit der zeit jetzt ja sagen wir vorher die käche schon vor diesem b von diesen jenes weil ich möchte jetzt nicht ich verstehe auch deine haltung ich verstehe auch die position vieler iraner in bezug auf den islam wenn man das so sehen darf weil aber ich verstehe nur ein standpunkt nicht jetzt nicht auf den links aber warum dieses aggressive versuchen irgendwie aggressiv zu agieren in dem sinne wenn man sagt ja ich stehe zu dieser religion weil dies und das aber man sagt man kann ja immer noch mal einen dialog führen aber wenn jemand dir irgendwie ein bisschen schlecht kommt versuchst du immer so aggressiv dagegen zu agieren kannst du mir sagen wie das kommt nein wenn ich merke dass diese leute so punkte erwähnen die man auch selber gegen sie verwenden kann natürlich werde ich da so ein bisschen emotionaler da denke ich mir so wenn du das so zu mir sagt der ganze sehr auch gegen den koran verwenden da habe ich schon mal fragen man in welchem zeitraum du konvertiert bist nicht waren sondern welchem zeitraum wo du gesagt hast hier das ist für mich jetzt der weg wo ich sage dass der richtige weg für mich ungefähr 2013 war das oktober ungefähr wenn jemand kommunizieren kann ja aber laut islamisches recht muss ich hingerichtet werden ist das gut laut aber wir sind guck mal ich sag noch mal das ist wenn du albaner kennst dann weißt du auch wie sind da sehr wir sind liberale einen anderen wir haben dafür andere gesichtsvoransichtspunkte die bei uns wichtiger sind aber ich würde das auch ehrlich also sowas würde ich niemals bekräftigen und das sind für mich dann in dem sagen aber wacher bieten die nichts mehr hat das gesagt wer hat das gesagt der mohr hat das gesagt man bett der ladini aber in welchem kontext mein lieber das ist das welchen du musst dir doch das heißt der mohr hat der gesagt jeder der seine religion ändert seine islamische religion den tötet ja aber das bekräftigt doch ich stehe jetzt nicht morgens auf und sagt wenn ich weiß dass mein kollege morgen konvertiert dem schlachtdächtigen kopf das hier noch gar nicht du darfst das doch gar nicht sobald du jemanden versucht anzugehen da bist du dran weil du nicht in dem land einem islamischen land lebst aber unter islamischen herrschaft werden wir alle dran ja das meine ich aber das meine ich also gibst du mir recht nein nein du bist du plagativ du sagst sofort das sagt der koran das sagt der koran aber warum erwähnt man denn sachen aus der bibel nicht ist die bibel nicht auch aus dem zeitalter des kontextes der expansion die des christentums auch eine expansionistische religion oder zu stimmst du mir da nicht zu nein der apostel paulus petrus johannes und alle sind ja für ihren für ihren glauben in den tod gegangen als märtyrer und haben die ganze botschaft des evangeliums friedlich verteilt und die christ und die und die kreuzzüge was war das die kreuzzüge sind eine verteidigung verteidigungsmaßnahmen vor wem muslimen weil wir sagen dass der islam sehr so stark expansionistisch wurde oder weil man gesagt hat man muss jesus leben befreien ja und wegen was und wegen islamische herrschaft ja aber als man in jerusalem reinkam was hat man dann gemacht was haben die kreuzzügler gemacht nur sagen ich doch ihr habt doch die ganzen christinnen und juden dort auseinandergenommen und die kreuzzügler kamen dann und haben die ganzen siehst du du erwähnst gar nicht die aggressive art des christentums was macht sind das richten tun gegen wenn man zum beispiel unzucht betreibt der jesus christus sagt liebe deinen feinde und zu denen wurde dich hast und bitte für die dich beleidigen verfolgen die willst du kannst du sagst nicht in einem vers oder einer suche dass wenn du einen menschen tötest du die ganze menschheit getötet hast das ist von einem jüdischen rabbiner geklaut das alles auf das kommt weil für mich du siehst laut meiner flagge kummer laut meiner flagge und alle albaner verstehen mich hier und wissen auch was sie dir was ich damit meine unsere flagge ist symbol dafür dass wir widerstand geleistet haben gegen das osmanische reich das kann ja genau warum sie generation weiter jeder albaner der heute moslem ist kann vier generation weiter zurückgehen und er weiß erst katholischer christ das verleugne ich nicht gut siehst du die albaner waren also alle christen und das gehört ja niemanden sagen oder ich versuche doch niemanden jetzt irgendwas mit zwang aufzudrücken zu sagen du bist so du bist so und ich stehe morgens auf und ich möchte dass er wenn er konvertiert direkt mein feind ist ja aber deine religion macht das aus dir das ist das problem sobald du dich mit deiner religion auseinandersetzt und den islamischen geist empfängst fängt ja an alle andersgläubigen zu hassen weil wir das gesagt hat um gottes deswegen ich wollte immer gerne mal mit dir reden weil das ist sehr interessant weil ich denke um gottes wenn ich würde niemals so denken verstehst du was ich meine warum das ist das du musst du denken aber der mohammed ruft dich dazu auf würdest du dich trauen zu einem allen anderen albaner zu sagen ich werde dein blut kochen und so zu einem anderen albaner niemals ich werde dich punkt punkt in deine mutter punkt punkten und so nah allgemein zu keinem aber zwar allgemein auch zu keinem in dem sinne ja aber er ist recht auch nicht zu seinen eigenen landsleuten oder ich das ist ja ultra übel nein dazu habe ich das ich habe da nichts nein ich meinte nur es war ich habe bei den letzten sohn allein ich werde dein blut kochen und da habe ich noch eine politische frage stellen interessierst du dich für den iran als gemein ja ich ist ja mein land nur eine politische frage nur eine politische frage dann bin ich auch raus hier weil freut mich dass ich mit dir sprechen konnte ohne spaß jetzt nicht zu viel zu sprechen eine frage zu ayatollah komeini wie steht wie stehst was wie soll ich sagen wie stehst du zum alt iranischen altpersischen glauben der zoroastrischen links da würdest du sagen das würde auch passen und wieder dazu anzug zu packen also wenn du sagen würdest der iran würde wieder auf seine alte rutsche es sind friedliche es sind friedliche philosophien die dahinter stecken ist ja nichts verkehrtes der sarathustra der hat ja natürlich sehr sehr schöne worte gesprochen wie das zusammenleben mit anderen menschen ermöglicht macht du sollst ein lieber mensch sein du sollst diese ganzen du sollst niemanden schaden das sind alles gute tugenden und auf grundlage dieser diese aussagen kannst natürlich ein land auch dementsprechend führen und dass die leute da drin leben miteinander auch gut in und in liebe miteinander umgehen aber die frage ist wie werden wir denn gerettet was bringt das uns unsere seele jetzt ins himmelreich oder was ist das lehre philosophien bringen uns ja nicht weiter was passiert mit unserer seele die hier drin ist die kostbare seele wohin gehen sie ja 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 ich muss einfach nur mal gern das fragen weil ich habe mit perser also ich glaube wir haben hier einige auch einige perser die meint also die meisten haben nicht mehr diesen bezug dazu und können mir nicht mal dir so direkt sagen ich sagten aber so aus nationaler aspekt wäre das doch einfach super wenn die perse an dem im sinne sagen würden wir würden wenn irgendwann dieses theokratische regimen in iran feld genau dass man sagen kann so und so wer so denkt so denken genau der gottesstaat in iran der islam muss komplett aus unserem land raus und dann muss eine neue neue regierungssystem herrn sagt nicht ich möchte nur dass zum beispiel wenn alt als wenn man auf die altpersische kultur die wirklich großes stark ist 4000 jahre geschichte wenn altperser wenn oder wenn person sagen wir wollen nicht wir wollen zusammen mit dem islam mit den schiiten aber auch unsere zoroastrische kultur weiterhin beibehalten stark machen in dem sinne das meine ich damit ja eigentlich sollten die eigentlich sollte meine landsleute alle zu christus finden und auf grundlage von christus ihr staat aufbauen in menschlichkeit liebe und vernunft und auch die obrigkeit dann wirken zu lassen gleich dem modell hier in europa sie sollten also ein euro ein 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 wie sagt man ein ein demokratisches oder auch ein grund wie nach dem grund gesetzmäßiges christliches iran herstellen verstehst du so wie wir hier so wie alle hier in freiheit miteinander umgehen und der staat darüber herrscht dass alle religionen miteinander friedlich koexistieren so sollte der iran auch so eine form ein einführen eine regierungsform aber ich möchte nicht schleim aber aber wirklich und aber hinzugehen so wie der iran das macht pastoren aufzuhängen oder sie ins gefängnis zu schmeißen weil sie zum beispiel das wort gottes weitergeben an muslime ich bitte dich was das okay jetzt eine andere frage ich finde dass die perser ohne jetzt zu schreiben hier können wir alle perser gerne zuhören das ist mein 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 gedanke also meinen wie ich perser kennengelernt habe in deutschland verser sind extrem gebildete menschen extrem gebildet hut ab wirklich immer wirklich immer perser die ich kenne immer wirklich mit 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 uni abschlüssen und sonst was wirklich sehr stark jetzt mal um auf den punkt zu kommen kann das nicht hand in hand gehen ich finde zum beispiel wenn der iran sich loslösen würde von der theokratie und liberaler werden würde dass der iran ein immenses pen also eine mensch stärke hat auch für die region auch auf ihr dienst da aber muss man da so hart sein wenn man sagt ich nehme du sagst man soll den islam ganz abschaffen ich sage man soll den islam im iran liberalisieren was denkst du dazu nein du kannst den islam nicht versuchen zu verändern die muslime lassen das nicht zu denn jede bidder ist eine erneuerung und erneuerung muss bekämpft werden das ist ja die auffassung sehr viele muslime wenn du also versuchst ihre religion zu erneuern oder gar versuchst aus ihr so eine liberale auffassung zu machen werden sie dich killen das ist das problem was wir haben der islam war eigentlich nach meiner auffassung so mit denen zu verfahren man muss sie vor die wahrheit stellen entweder ihr wollt islam scharia und allahs gesetze oder ihr wollt in friede freiheit und mit allen anderen ko existieren da müsst ihr euch aber von dem islam los sagen so einfach ist das alles andere ist augenbüscherei auch mal interessant dass ich denke mal wenn man in iran liberalisieren würde das wäre so stark die iraner sind so schlaue so intelligente menschen so eine hohe kultur ja nimm doch nur den islam aus unserem land dann wirst du sehen was aus iran geschieht wie das aufblüht wir wurden in sechster jahrhundert katapultiert das muss dem ergeben so ein land die dichter akademiker in meinem land ist die höchste neben iran alle studien und alles das war das meine ich aber ich denke immer noch wenn man den anbinden das liberale wäre würde ich sagen wir werden super macht in der region seit jetzt schon aber ich werde noch stärker einfach islam aus den köpfen dann siehst du dass die menschen aufblühen nur islam das ist deine meinung okay interessant zu hören sehr gut okay auch verständlich verständlich okay alles klar mein lieber hat mich sehr gefreut ja mich auch sehr gut ja sehr gut ein albaner der ehrlich waren seht ihr der hat sofort erkannt dass seine fahne eine symbol ein symbol mit sich bringt eine geschichte mit sich bringt widerstand gegen die osmanen denn sie waren einst christen katholische christen er hat wenigstens die wahrheit gesagt was die meisten albaner nicht wahrhaben wollen hallo hört man mich ja gott segne dich und eine familie ich grüße dich mein besser moin moin man besser mahlzeit gott segne dich und deine familie ich bin marokkaner bruder ja weiß du was die muslime mit marokko getan haben damals Ich habe andere Fragen, Bruder. Ja, aber ich will Marmetta essen. Ich will auch Tajim essen. Das können nur die marokkanischen Mütter. Da musst du zu einer richtigen marokkanischen Mami gehen, die macht dir das heftigste zu essen. Oder Besteller, Besteller ist auch 10 von 10. Du sollst einfach richtig marokkanisch kochen und dann siehst du, wie für eine Person einfach so 6 Kilo dahin gelegt wird. Ja, wie für 10 Kilo? 6 Kilo für eine Person. Und dann hast du 10 Kilo zugenommen. 10 Kilo hast du zugenommen, 6 Kilo ist zugenommen. Was möchtest du wissen, mein Bester? Gott segne dich. Mein Bester, ich wollte wissen, hast du wirklich, wie ABK gesagt hat, Shisha aufgemacht? Ja, die wollte ich nicht geheim halten, aber ich sage dir schon mal den Namen. Sie heißt Smoke and Pray. Smoke and Pray, Habib. Du kommst in mein Shisha-Bar rein, du kriegst erstmal ein sehr, sehr gutes Feeling. Du kommst rein, rauchst erstmal ein bisschen und dann erkennst du natürlich dieses schlechte Gefühl. Dieses schlechte Gewissen plagt dich. Was passiert? Du stehst auf, gehst ins Nebenzimmer und gehst anfangen zu beten. Smoke and Pray für das schlechte Gewissen. Und dann gehst du auch wieder aus der Moschee raus. Aber bevor du reingehst, kriegst du die Klamotten, dann kannst du ABDES machen und so. Und dann gehst du mit gutem Gewissen aus der Shisha-Bar raus. Ist das heftig? Du bist krasser Geschäftsmann. Glauben, ich würde Millionen verdienen. Glaub es mir mit Kamelurin-Flavor. Du bist zu wilder. Du bist zu wilder. Das ist wilder als wild. In der Wildnis. Ist das krass? Dann würde ich das so machen wie Tausend und eine Nacht. Und im Nebenraum ist das dann so schön mit Teppich ausgeschmückt. Da müssen die Muslime aber ihre Schuhe ausziehen und dann kriegen sie die am Ende des Ausgangs kriegen sie dann wieder von der netten Dame ausgehändigt. Nein, nein. Ich nehme mir die. Nein, nein. Das geht nicht. Ich muss Geld verdienen daran. So wie mit Jacken abgeben bei Diskothek. Man hat es genauso Schuhe abgeben. Okay, okay. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. 5 Euro Jacken und Schuhe abgeben. Yallah. Gib mal her. Oh mein Lieber. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Mein Lieber. Du wärst eines Tages. Habe ich schon, Bruder. Habe ich schon ehrlich gesagt. Nein. Hör auf mit Allah und seiner Religion. Allah ist ein fliegendes Wein, das niemanden Recht leiten kann. Hör auf damit, Mann. Guck mal. Ich sage dir ehrlich. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Ich bin aber wirklich nicht qualifiziert, um mit dir zu diskutieren. Weißt du? Weil du kommst leider mit Lügen und alles an. Und ich bin nicht dafür qualifiziert, dich dann so... Aber wusstest du, dass Allah ein Schienbein hat? Bruder, warum kommst du mit... Was redest du da, ja? Er hat ein Schienbein. Was? Wo steht das? In Sura 68 Vers 42 und Sai Bukhari 4919. 48? Was? Sag nochmal. 68, 42. Okay. Ich guck mir das irgendwann an. Irgendwann an. Nein, nicht irgendwann mal. Mach mal deinen Koran. Mach mal deinen Koran her. Soll ich den jetzt aufmachen? Jetzt aufmachen. Okay, warte. Ja. Jalla, ich warte auf dich. Ey, wenn ich... Okay, warte. Okay, warte. Aber wir können auch danach gerne über die Trinität reden. Ja klar, kein Problem, gerne. Das ist auch sehr interessant. Natürlich. Denn Gott ist weit über unsere Vorstellungskraft. Wir können mit unserem begrenzten Verstand ein unbegrenztes Wesen nicht verstehen. Also ist die Religion jetzt nur für Diplomaten, oder wie? Nein, ganz und gar nicht. Gott ist weit über unsere Vorstellungskraft. Nicht, wir müssen Diplomaten werden. Wir können nicht ein unbegrenztes Wesen verstehen. Wenn wir Gott verstehen, dann ist ja Gott ja nicht Gott. Aber wir müssen doch die Trinität verstehen, oder nicht? Ja, erklär mir erst mal Allas Bein. Mal gucken, wie weit du kommst mit Allas Bein. 68 war es? 68 war es? 68 war es? 68, 42. Bevor du anfängst mit Trinität, musst du erst mal an Allas Bein vorbei. 69. Smaller tapi 75. 99. 81. 81. 83. 81. 83. 89. hier was schon von schienbein er ist mal bitte vor am tag da manch ein schenkel entblößt wird und sie auf sich anbieten wieder zu werfen genau aber da werden sie es nicht können und wenn du zum beispiel jetzt in sahibu radi 4919 gehst du hast das bessere verständnis was damit gemeint ist das internet da ja 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 gibt mal ein in google buchari 4919 4919 4919 und das ist dann die auslegung zur suche 68 vers 42 aber das steht hier nur auf englisch haben ein englisches katastrophisch ist kein problem du kannst du hast die möglichkeit das zu kopieren und in google translator einzuführen kopieren komm leute wir sind wieder auf 16 platz 16 ich hatte den propheten frieden und segen auf ihn sagen unser herr allah wird sein schienbein entblößen und dann werden sie alle allen gläubigen von männern und frauen vor ihm niederwerfen aber es werden diejenigen pflegen um anzugeben und einen guten ruf zu erlangen niederwerfen am tag gewissen gericht aber ihre gestalt sein es wäre ein knochen ein einziger wirbel wahnsinn der allah wird sein schienbein zeigen und sie werden sich anbeten vor diesem schienbein niederwerfen kennst du den film wie heißt das dieser dieser komische diese erotik film wo diese frau ihre beine so aber 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 warum machst du jetzt erotik hier was ist das sonst erklären wenn alle auf einmal sein gewand so hoch zieht und dann auf einmal sein sexy schenkel zeigt aber ich kann ja doch warum willst willst du mich provozieren aber du kannst du bist so wie heißt dieser für basic instinct oder was wo so mit diese bein überschlag wo die kamera nur auf diese beine gezeigt wird okay okay ist das zu fassen mein lieber ein schienbein ich sag doch ich bin nicht qualifiziert um mit dir zu reden was mit qualifiziert zu tun doch haben ein riesen problem dass allah antropomophistische im anthropomorphie zugesprochen wird dass er mit der geschöpfung gleichgesetzt wird sie ist dass der allah sagt leser kam nicht so niemand ähnelt allah und dann sehen wir doch dass alle auf einmal so körperteile hat wahnsinn das heißt er ist gebunden an materie der allah nein dass sie nicht aber woran ist denn dieses schienbein denn dran wo ist aber nur wenn er wenn er jetzt ein schienbein haben sollte dann ist er ja nicht an materie gebunden ein körperteil sagt er nicht dass man an materie gebunden ist woraus besteht denn woraus bestehen denn körperteile aus sagt du mal aus fleisch blut knochen wenn man sagt die materie okay warte mal okay warte mal wenn man sagt der wie sagt man das denn so schön zum beispiel der tisch der bein also wenn man sagt der tisch hatten beine dann hat der tisch ja ein richtiges bein das ist ja nun so ein ausdruck okay habe ich verstanden aber der allah hat auch so ein ständer oder stand stand wenn man sagt aber hat hände oder füße dann heißt ja nicht das ist menschliche füße so menschliche hände auch hier habe ich verstanden meine füße gleich nicht der eine ameise trotzdem ist es ein fuß ja also aller hat ein fuß wisst weiß ich nicht doch schlag mal auf sei buchadi 4848 ich schlage gar nichts mehr auf war mir ich will gerne mit dir über die trinität reden bitte ja okay wir sind uns nicht tue ich damit mal aber ich sag doch ich bin nicht qualifiziert dafür das ist doch nicht schlimm du kannst du den lern von deiner eigenen religion nein nein sie ist also dass dieser aller einfach ein körperteil ist ist der allah jetzt ein bein oder hat er noch mehrere körperteile wie rumpf hintern und so ich glaube ich glaube dass mit den also es gibt manche gelehrte glaube ich die sagen dass andere hände hat oder füße aber dann sagen andere gelehrte glaube ich das sind nicht menschliche hände und nicht menschliche füße sondern man weiß es halt nicht wie ich gerade halt mit dem tisch so erklärt habe oder ja aber denn das tischbein bleibt ja auch materie noch mal bitte ich habe gerade kommentar gelesen das tischbein bleibt ja auch materie ist dann irgendwas gebunden dass sie in der schöpfung du siehst dass der allah ein ein wie nennt man das so wie mohammed ist es einfach ein transformers bausatz die man bei zwei rechte hände hat das sage ich ja es gibt manche gilt manche die es gibt ja manche die sagen dass alle hände und füße hat das habe ich nicht mancher gelehrte das sagt ein prophet ja kann sein ja also siehst du dann brauchst du nicht xy gelehrte wenn ein bruder dein gott war doch auch ein mensch wo er ist mensch geworden aber er ist in ewig er ist gestorben junge was willst du ja in seiner menschlichen form als ein mensch ist er gestorben ja richtig als mensch als mensch ist er gestorben oder was mensch ist er gestorben aber als gott kannst du nicht töten das ist genauso wie allah sein wort in ein buch packt und für sich all das wort in unsere hände ist können wir den koran zerreißen und kaputt machen ja also siehst du jesus christus ist das ewige wort gottes das mensch wurde dass gott selber ist und er kam in einer physischen gestalt und der herr jesus christus hat sein leben gelassen siehst du so einfach ganz das erklärt also es ist jetzt für deine sind gestorben oder nicht natürlich ist er für meine sind gestorben auch für deine aber du nimmst ihn ja nicht an also hat ein mensch jetzt alle sünden der kompletten menschheit getragen natürlich ein perfekter mensch willst du willst mir sagen das funktioniert natürlich wenn gott das so entschließt dann kannst du gott nicht sagen ob das nicht funktioniert oder nicht gott das so entschließt dann ist das so schwierig ehrlich haben wir ja ein problem hast mit dieser mit dieser botschaft dann ist es ein problem mit dir aber die bibel hat es offenbart dass er in jesaja 53 sagt dass er die sünden der menschen auf sich nehmen wird schwierig 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 nur für diejenigen die ihr herz versteinern und verschließen also ich glaube du hattest früher viel stress mit irgendwelchen muslimen oder so und bis dann deswegen vielen dank segen für kamila danke monil ich habe eine frage wegen heirat von einem christen oder muslimer das ist eigentlich verboten in islam habe ich gehört aber ich habe keinen beweis dafür gefunden die haben keine beweis von allah es gibt nur gelehrten beweise oder oder ist es wirklich verboten von allah ich habe keinen beweis gefunden also ich weiß nicht dass es im koran ein verbot gibt also die muslime können da selber dann das ganze korrigieren ich weiß nur dass die gelehrten so wie du sagst dass sie das erlauben dass man juden und genau die können das gar nicht belegen ich habe mir einen beitrag von einem imam und gelehrter das sagt dann weiß ja schon woher das zu finden du musst diesen gelehrten also fragen ja gut aber die belegen das nur daran dass die kinder nachher nicht mehr muslimisch aufwachsen weil wenn der mann mann ist der oberhaupt der familie ja daran belegen dass der imam hat das genau gesagt der ziemlich modern hat er ausgesehen fast wie ein deutscher aber er hat gesagt dass es nur wegen der kinder also wenn ich meiner frau zum beispiel erlaubt hätte die kinder muslimisch erstmal zu erziehen das wäre dann okay also es gibt kein verbot von einer an einem heirat zwischen christen und einem das findest du nirgendwo das belegen die nur deswegen weil natürlich muslimer ja was hat denn frau für eine für eine stellung in islam ja keine also die hat gar nichts zu sagen deswegen ja die wird erniedrigt halten aber es gibt kein beleg ich habe das heute gesucht und gesucht gibt es nicht da muss man sich ein bisschen reinhängen da muss man google ein bisschen gucken was die was die seiten der muslim hergeben und dann gucken was die koran stellen sagen ja also ich habe nichts gefunden ich habe da wirklich gesucht aber okay das danke die information aber du hast vor zwei tagen gesprochen mit so einem muslimen mit jungen muslimen und da hast du erzählt über omar und in sein an us wurde die sperma sich abgeschmiert ja genau das ist ein us-beschwerden dadurch gelindert dass er ja die spermin eines mannes genommen hat und sie da drauf geschmiert hat ja genau wo steckt das überhaupt da kannst du ganz leicht googeln ach so okay ich werde das in meiner orte gruppe also whatsapp kanal das wäre nicht schlecht aber die krassesten sachen konntest du ja posten weil ich gucke dich schon seitdem du tik tok angefangen hast seit anderthalben jahr ungefähr hast du tik tok angefangen oder vorher vorher youtube glaube ich genau da da gucke ich ja früher konnte ich nichts über islam finden ich musste erst mal auf polnische seiten gehen und irgendwie habe ich das herausgefunden früher habe ich wahrheit über islam eingegeben da stand nur islam ist die wahrheit islam ist die wahrheit islam ist die wahrheit später bin ich irgendwann auf christian prince auf englische seiten gekommen und von da aus wurde wurdest du mir angezeigt und dann habe ich endlich herausgefunden was das wie ne ne für ein zeug ist überhaupt da in den islam was für eine krasse sachen die da haben das ne abschlachtung und dies und das mein gott ey ja dass die leute daran glauben das ist wirklich deswegen die ich glaube die muslime haben nur angst vor dem teufel in islam deswegen glauben ja so ein zeug weil man kann das ja nicht erklären warte mal ich gucke gerade mal und über den palmen du hast erzählt dass der lang also endlos ist ne ja genau aber du ich habe das hier mein gott der hat ist auch geschlagen und da stand nur dass das palmen penis sein wird ne das sind ja weil das endlos lang wie eine palme ist die arabischen wörter wenn ich komplett übersetzt aber du weißt ein ungefähr das beständnis wo es hinausgeht die palmen per jenius ist ja und dann die wak wird auch natürlich dazu angepasst ne heftig ne ja hardcore das ist wirklich schöne religion aber kann man nur kommentieren wenn man es psychisch ist ja man kann nur konvertieren in sowas genau weißt du wenn die muslime das herausfinden würden wie sie in scharen den islam verlassen die wollen das nicht ich habe meine freunde das erzählt die sagen nein nein du leugnest das die gelehrten das sind hast gelehrten das sind keine belege ich glaube nur mein imam und so weiter das sind die sind besessen die sind wirklich besessen davon die greifen die sofort an ich habe schon versucht mehreren leuten ich habe in meiner fahrheit nicht familie aber in meinen gefährten muslime und nichts da kommen nichts in kopf rein die verstehen das nicht die wollen das nicht fassen die beten nur einfach beten nicht wissen was sie da beten überhaupt ne paar cm stellst du wie du schon gesagt hast fuß nach nach links oder sowas falsch dann ist das gebet ungültig unseren zeug also an so ein zeug zu glauben dass wirklich das da kann man nur kotzen aber die sind blöd diesen leider muss man sagen die sind ein bisschen verblödet nicht verblödet einfach sie wollen das nicht wahrhaben das ist ja genau endokriniert und so weiter die haben angst und vor der familie ja gut danke für das gespräch ich bin es noch mal und zwar habe ich jetzt kann man hört dich nicht hörst du mich jetzt höre ich dich wieder ok und fünfte fünfte buch mose 21 da geht es auch um kriegs gefangene frauen da wollte ich dich mal fragen also wie siehst du das weil der herr gott hat natürlich eine anweisung gegeben wie du im kriegsfall zu der damaligen zeit als mose das als der mose diesen befehl bekommen hat dass wenn zum beispiel du die zum beispiel diese frauen mitgenommen haben dass du sie ein monat lang trauern lassen muss damit sie über ihre familie trauern und du darfst sie weder schlecht behandeln noch irgendetwas ihr antun sobald die sobald du dich von ihr scheiden lässt musst du sie auch dementsprechend versorgen und auch gut behandeln da gibt es einige regeln aber im islam ist es so dass du wenn du ein dorf angegriffen hast die frauen erbeutet hast so kannst du mit den sklavinnen machen was du willst sie sind ja dein eigentum aber im in dem alten testament heißt es das ja wie gesagt nein nein du kannst nicht machen was du willst du musst diese frau mit ehre behandeln so wie es da steht und du musst sie dementsprechend auch entlohnen und sie auch trauern lassen ihre familie das sind alles regeln die beachtet werden müssen aus dem alten testament und dann siehst du dass mohamed sie alle bricht in zure 4 vers 24 dass sie vor den augen der männer verheiratete frauen vor den augen der männer ferge und der mohamed hat ja selber die safir am gleichen abend mit in sein zelt genommen und hat sie ferge ja du siehst dass diese leute nichts aushalten konnten nicht das gesetz wo sie beachtet haben gar nichts das ist heftig aber durfte man die frauen mitnehmen ohne ihre einstimmung die frauen wurden mitgenommen ja ja die frauen wurden mitgenommen von diesen ganzen stämmen warum ohne die erlaubnis der frauen die frauen wurden ja mitgenommen weil das ganze stamm weil das ganze stamm dann bekriegt wurde und sie wurden mitgenommen und ihnen wurde die zeit gegeben sich zu sich zu trauern und über dieses ganze geschehen erstmal hinweg zu kommen über die zeit und dann hat der mose natürlich diese frauen also diese frauen dann quasi verheiratet mit den anderen das ist das alte testament das sind die regeln die der herr gott gegeben hat aber du musst dir vorstellen dass der herr also das mohamed diese ganzen regeln gebrochen hat daher kann auch kein prophet des alten testaments sein ich weiß ich weiß aber ich finde es halt also ein bisschen schwierig ja natürlich aber du musst dich mit dem alten testament auseinandersetzen du musst verstehen warum der herr gott diese ganzen befehle gegeben hat und was sie getan haben warum man ihre haare abschneiden soll also warum man ihr eine glatze rasieren soll also tut mir leid aber da gibt es einige stellen die natürlich sehr sehr komisch wirken aber du musst dich damit auseinandersetzen wenn du das verstehen willst du kannst rabbiner auch fragen du kannst auch andere geschwister fragen die oder du kannst auch nach google nachschlagen was es damit auf sich hat so wie ich dir gerade erklärte dass wenn moses ein dorf zum beispiel befohlen wurde dieses dorf dann wegen eigen wegen weil sie das weil diese mose auch und das israelische volk angegriffen haben gab es ja damals auge um auge zahn um zahn du siehst ja dass diese völker auch israel sehr zu schaffen gemacht haben und sie geschenkt haben und mitgenommen haben und so und so war das genauso mose wurde dann befohlen auch auge um auge zahn um zahn um walten zu lassen ich bin trotzdem nicht gut weil warum ohne die erlaubnis der frauen also verstehst du was ich meine da ist halt auch ein gewisser zwang mit 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 dabei ist das problem ist das ist ja kein zwang weil der moment hatte die frauen direkt bei bei der ersten nacht sofort vor den augen der männer gezwungen mit ihnen zu verkehren das findest du in 24 24 und zunan abidahut 21 ok verstehe ich ja aber es ist jetzt nicht so dass im christentum die frauen gefragt worden sind ob sie mitkommen wollen oder ob sie war es ist nicht wissen die verfolge dass die politik ist ja das gehört ja zu euch das alte testament und ich verstehe einfach nicht warum war man da nicht auch irgendwie also warum hat man die position der frau nicht geschützt verstehst du was ich meine mann hat man doch man hat diese position der frauen geschützt indem man diese frauen nicht sofort auseinander genommen hat so wie das getan hat also also nicht auf das alte testament geachtet weil es auch nach nach einem monat ist das doch nicht legitim wenn ich weiß nicht aber so wie es da drin steht wie es jetzt raus gelesen habe ich kann leider gerade das nicht vorlesen aus der bibel weil ich hier raus bin du siehst dass diese leute zum was hast du von draußen da es ist gar nicht bei mir oder es ist bei mir oder bei dir ist also ich verstehe gar nichts mal stumm ja bei dir jetzt immer noch ich glaube dein handy ist kaputt oder was ist das unglaublich kommt gleich noch mal rein oder was höcke gleich im tv du erläustert meinst du björn höcke oder was von afd oder was ist es jetzt irgendwie das system kaputt oder was passiert hallo 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 mein lieber gott segne dich und familie also erstmal wie geht es hier haben du ließ es mir geht es gut wie geht es dir also ich bin moslem ok ich weiß nicht ich habe jetzt gerade auf tito gestrollt und ich habe deine live gesehen habe mir gedacht ich könnte mir vielleicht ich könnte sich was fragen und zwar also ich bin als muslim geboren und auch aufgewachsen ich bin mittlerweile 18 jahre alt und das ding ist halt das 18 hast du eine tiefe stimme das ist ja an wie sie ich bin gerade aufgewachsen also ich bin ja wie gesagt ich bin jung und ich habe auch nicht so viel wissen okay aber das ding ist halt wenn ich so überlege wenn ich entscheiden müsste zwischen einem gott der alle wissen wie im islam okay der ein gott nur und dann halt im christentum die ich weiß nicht die trinität würde ich jetzt sagen und dass dann halt auch jesus zur welt gekommen ist also gott also ich würde von mir aus behaupten so es macht doch mehr sinn wenn ein gott oft wenn es einen gott gibt so ich also sie sich ich weiß nicht ob es vielleicht das ist dass ich die trinität nicht verstanden habe noch ist vielleicht etwas nicht verstanden habe ich weiß nicht also vielleicht sind absolut nicht verstanden die trinität setzt sich dadurch aus dass es einen gott gibt aber in dieser gott in diesem einen gott herrschen drei voneinander und unterschiedlich ewige gleich gleiche personen der vater ist nicht der sohn der sohn ist nicht der heilige geist der heilige geist ist nicht der vater aber alle drei bilden sie diesen einen gott du hast sogar die trinität in deinem in deinem in deinem koran drin aber eine falsche trinität ja aber das ding ist also es wird erwähnt geist okay und dann wird erwähnt der sohn und dein vater okay aber das sind doch drei also ich habe einen vater und ich bin der sohn und dann sagen wir jetzt mal da ist ein geist dazwischen okay also jetzt eben echt mein lieber mein lieber woraus besteht eine familie aus familienmitgliedern sehr gut aber es ist trotzdem der eine begriff familie oder ja so ist das ein auto hat vier türen reifen ein motor und das ist trotzdem was hat mehrere komponenten und bleibt trotzdem eins ja aber schau mal also ich wollte sagen wir dann gott mit unserem mickrigen verstand ein der über unsere vorstellungskraft ist warum kann gott nicht reise aber ich möchte ja nicht ich möchte nicht gemein klingen okay also es haben bestimmt bescheid wenn ich jetzt etwas aus versehen etwas sage aber ich also ich finde es etwas lächerlich jetzt ein auto oder und das verbildliche damit du das ungefähr erkennst verstehst du das weit aus über dieses blöde argument blöde was ich gerade erwähnt habe gott ist weitaus über das was ich dir gerade gesagt habe ja aber schon mal okay wenn es dir um das verbildlichen geht dann hättest du auch eben beim anderen kollegen was vor ich weiß nicht genau vor fünf personen war auch verstehen können okay ja gott sagt er hat ein arm aber das sagt also das sagt auch der tauchyde das ist der halb qualität dass gott ein arm hat so und dann sagen die auch wir sollen nicht mehr darüber etwas interpretieren weil je mehr wir in der reine bettet desto mehr komplizierter wird es dann deshalb sollen wir nicht darüber reden wir sollen wissen gott hat ein arm aber das könnte ja auch die verbildlichung sein weil es euch meinen sowie dann darf wenn ich sage nicht so niemand ähnelt ihm wenn er also ein bein hat dann ist an einer materie gebunden und somit kann ja schon gar nicht mehr gott sein dann ist er für sich an einem ort oder wie ja aber ein bein muss ja nicht unbedingt ein bein sagen wie du denkst ja war mohammed beschreibt das dort er sagt allah wird sein bein zeigen bitte die muslime werden ihn anhand des beines erkennen also es muss irgendwas physisches sein was die muslime erkennen das ist also nicht metapher gemeint oder metaphorisch gemeint warum stummst du dich aber ich muss los ja meine ältere meine familie ist da meine familie wir haben schon fast die 100.000 geknackt meine familie wir sind gut drauf leute die 100.000 haben wir geknackt der vergleich mit dem auto war nicht gut entschuldigung dass ich nicht ein heftiger vergleich für dich gezogen habe damit du es verstehst es war doch nur damit ich das verbildliche für ihn du hast ein auto bestehend aus mehreren komponenten du hast gott bestehend aus mehreren komponenten du hast dies bestehen aus mehreren komponenten das war doch nur ich brauche urlaub ehrlich ihr schuldet mir einen urlaub ihr lieben hier schuldet mir alle einen urlaub auf malediven wie ich sage es euch wenn ihr euch an dr schäger wollen wir nicht einen urlaub gönnen ich sag's euch sonst rede ich kein wort mehr mit euch dann nehme ich vier euro pro frage ja hobby ja hobby ich hab jetzt vier euro pro frage das reicht mir jetzt mit euch hallo hallo ja mein lieber kannst du mir die textquelle nennen wo mohammed schaum aus seinem mund bekommt schaum aus seinem mund ja ja du kannst dir das den dokumentation angucken mohammed im lichte der medizin seine psyche einfach eingeben auf youtube und dann kannst du ganz in ruhe angucken sie erwähnen dort die ganzen quellen angaben ja okay das ist so umwelt auf dem boden schaum von seinem mund kommt sie ihn zudecken was unangenehm ist und so das wird für uns nicht zugänglich sein aber die haben das rausgeholt für uns auf arabisch das ist das gute ja alles klar danke dir gott segne dich in deine familie danke dich auch bleib weg vom vom schienenbein halt immer mehr ja hallo wie geht's dir was hier ist ein chef hast mich gesucht ja ja ich hab dich gesucht hast du alles gut als gut erst mal gewartet hat scheiße hat mich erwischt heftig ne der hatte gezögert du hast ein geräumt du hast ein geräumt aber du hast ein geräumt sei ehrlich sei ehrlich du hast ein geräumt ja leider nicht im moslem alles gut was die ganze muslime sind alle am jiffen auf mit dem blöd ist kein argument nein nein ich bin 15 jahre alt alles gut du leierst ja schon mann ich bin 15 jahre alt ich rauche nicht dafür trinken ist dann okay nein nein alles gut ich trinke auch nicht aber warum klingst du so als hättest du einen getrunken oder einen geraucht keine ahnung schwör auf allah dass du nicht geraucht das wurde als ein rauchen nicht auf zu kiffen man das kommt nicht gut du sollst aufhören mit dem dreck sich ausflippen und nicht ausflippen das ist gut okay warte ganz ich habe etwas für dich das ist ja schon weg es ist ja schon weg ich wollte gerade was geben der raucht einfach kommt hier rein hör auf mit diesem müll du darfst das nicht das ist nicht gut ich habe dir gerade gesagt du sollst mir keine anfrage schicken machen du bist ein kind auf mit dem unsinn amir kannst du die suche 3 vers 54 erklären ja wo makarou au makara allo kheydol meckerin allah ist ein listenschmied so ist das ich schmiedete eine liste und allah schmiedete eine liste und allah ist der beste listenschmied und wir wissen aus der bibel im ersten buch mose kapitel 3 vers 1 dass die schlange die listigste war auf dem felde die der herr gott geschaffen hat allah ist satan bist du albana ich bin alles was du möchtest hallo hallo mein lieber gott segne dich in deiner familie du bist echt der größte hohen so 2024 das muss wirklich mehr in den spiel gott segne dich und deine familie gott segne dich das ist echt ein buch hat der größte hohen sohn ja das ist das siehst du nur in den spiegel gucken und dann wundern die sich warum ganze welt auf diese leute ausflippt und sich schön tabasco liefert tabasco für diese leute ja kein wunder die muslime sind auf der ganzen welt verhasst genau wegen solche leute ganze welt ganze welt unfassbar siehst du habe ich euch das nicht gesagt dass diese ganzen nicht muslime und die ganzen menschen weltweit die berechtigung haben diese leute aufs übelste dann anzugehen also weltlich gesehen ne weil diese leute haben ja gar kein kein gehirn mehr das ist ja das problem sie wollen also nicht versuchen das ganze geistlich zu verstehen oder zu versuchen dem ganzen theologisch entgegen zu wirken nein sie kommen direkt mit du bist der größte bam 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 ja und das ist gefundenes fressen für solche parteien ne gefundenes fressen und dann wenn es irgendwann mal so weit ist und der befehl ergeht dann werden die leute aus ihren wohnungen raus geholt und dann in nacht und nebel aktion dann in flugzeuge reingesetzt und dann ab geht's zurück ohne wenn und aber und wenn die länder nicht mitspielen die sie an aufnehmen sollen dann werden sie schon zur rechenschaft bezogen so einfach ist das ja aber trotzdem möge der jesus christus ihm von diesem wahnsinn entfernen oh da kommt der nächste saiyajin neune neune unglaubliche ist jetzt cool weil er mit maske da so am rauchen ist was für bollos ehrlich ey oh herr jesus christus öffne du ihm die augen das war so richtig döner für 99 cent am hauptbahnhof mit extra viel gammelfleisch hallo hallo meine liebe gott segne dich und deine familie danke ich deine familie auch natürlich wie geht's ja hamdulli jesus mir geht's gut wie geht's dir mir geht's auch alles gut bestens bist du muslima ja weißt du dass Mohammed gesagt hat dass wer sich die gesichtsbehaarung entfernt in die hölle kommt hmmm nein ja was sagst du denn von solchen aussagen ich weiß nur dass man die arschhaare rasieren muss man darf nicht warum sollte man das machen ich darf jetzt nicht gerechnet dass du sowas sagst weil das günstig ist man darf das nicht also arschhaare sollte man sich dann rasieren oder was aber dein name ist ex muslim okay das heißt du warst mal muslima und jetzt bist du nicht mehr oder was ja genau jetzt bin ich kein muslim mehr jetzt christ oder ich bin christ geworden ja dank der gnade des jesus christus dass er mich befreit hat von diesem wahnsinn der sich islam nennt ja aber eines tages wirst du nach deinem aussehen auch zu einer sex sklavin gemacht du bist ja keine muslima ich bin muslima willst du gerade jetzt über mich hören oder was junger ne ich urtele nicht über dich Allah spricht ja sein urteil über dich du bist eine kafir du bist ein kafir mach nicht auf gott du bist ein kafir mach nicht auf gott das ist das eine das ist der zustand was meinst du wenn muslime so zugucken und sie so sehen die denken ach du heilige die schimpft sich auch noch muslim das kannst du keinem erzählen mit drei meter fingernägel und 50 kilo make up und dann sagt die ich bin hamdullah muslima ja wundervoll wie kann man nur wie kann man nur ich verstehe das nicht sanchez sancho pancho sancho pancho hallo wie geht's dir haben wir dieses geht's gut warum sind dich die leute hier am beleidigen weil es muslime sind heftig alter glaubst du ja klar die muslime sind na klar du siehst doch wie du weißt doch noch kennst du emily rose hab ich mal gehört ja genau hast du gesehen wie sie geredet hat als diese priester da waren ah ich pumpte deine mutter so wie reden die muslime aber schon heftig dass man dann direkt auf mutter gehen muss das will ich dir damit sagen wie hat eine dämonisch besitzene frau geredet als sie dämonen in sich hatte genau so genau so sehr gut was haben die muslime in sich boah blei ich will das jetzt nicht so an sich so sagen weil du weißt das ist nicht zu erwähnen sie haben einen sehr sehr bösartigen geist empfangen heftig ja auch heftig reden buddhisten so reden hinduisten so reden christen so redet irgendeine gräbensgemeinschaft so außer sag du am besten wir wissen es es gibt einige die überräumen also wir reden halt auch nicht so weil ich kenne keinen gesehen der so redet ich kenne nicht einen ja genau wollte ich auch sagen auf jeden fall sonst alles gut bei der armee ja alles soweit ganz gut Gott sei Dank bekommst danke dich hochbruder auf jeden fall ich wollte fragen bekommst du immer noch so morddrohungen und so also wenn du jetzt darüber reden willst ja also sie wollen mir immer blumen schenken so du sagst armee du bist der beste dass du den Islam entlarvt hast ich möchte dir eine blumen schenken aber das ist echt krass ne dass du dich traust vor so also ich könnte das zum beispiel nicht dich so traust vor tausenden leuten so zu reden das ist heftig respekt dafür ne ja dafür musst du vergessen auch wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt so diesen content nicht so krass feiere also wäre schon so lustig weil die leute die hier so reinkommen ich muss mich echt manchmal schrottlachen aber heftig dass du sowas durchziehst du bist eine kampfmaschine bruder ja ich wünsche mir von herzen dass du auch wenigstens einmal in deinem Leben dir Familien auflegst und nachschaust was der herr jesus christus für dich persönlich getan hat das ding ist guck mal ich habe mal ein kollege von mir hat mal bibel gehabt und ich habe mir einfach so gedacht komm ich schaue mal da so rein so weißt du und ja ich habe so ein bisschen gelesen aber das war nichts so für mich also ich habe da nichts so wie nennt man das so gestürzt was hast du gelesen ja die ersten seiten halt ne komm ich bitte dich ich meine richtig lesen nicht einfach oberflächlich das weißt du auch selber belüge dich nicht selber und hör auf auf mich anzulügen also meinst du richtig so lesen intensiv ja genau einmal die evangelie aufschlagen einfach mal durchlesen auf sich einwirken lassen und die worte des jesus christus ich habe zwei seiten gelesen das war's ok hast recht hast recht werde ich das nochmal machen und dann komme ich in ein paar wochen wieder sehr gut gott segne dich und deine familie habibi 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 ciao mein bester ciao ciao oh mia du bist der beste du bist der beste du bist der beste ich nein der jesus ist der beste mein kleiner du bist doch was sagen ja was denn jesus ist mein die nummer eins ich liebe dich sehr gut so ist schön siehst du das ist der unterschied zwischen einem christin und einem muslim siehst du er hat mehr ethik und moral als die gesamten die hier gerade drin waren habt ihr gesehen danke dir mein bester gott segne dich und deine familie mein kleiner tschüss habt ihr direkt den unterschied gesehen wie der herr das macht dämonische besessenheit und dann auf einmal kommt ein kleiner junge ein christ rein wie nehmen sie wie benehmen sich kleine muslimische jungs so oder sagen die ich punktpunkte deine mutter mit elf zwölf jahren ist das traurig ist das traurig für den zustand der muslime kein normal vernünftiger mensch würde auf die gedanken kommen jemals diese religion zu konvertieren ja guten abend hallo mein lieber gott segne dich schon deine familie dankeschön dich auch vielen dank ähm ich also ich finde es sehr krass also was die leute hier reden und sowas weißt du das ist schrecklich also das kannst du aber kannst du nachvollziehen dass wenn zum beispiel solche parteien wie afd nach vorne kommen und hören wie die muslime sich benehmen dass sie sie am liebsten hier raustreten wollen kannst du nachvollziehen ja klar kann ich das auf jeden fall nachvollziehen darf man diesen leuten böse sein darf man den leuten so sagen ey das ist aber nicht richtig was ihr macht oder soll man sagen ihr habt doch schon recht also ich glaube mit dieser glaubensgemeinschaft kann man nicht gut kirchen essen oder also wenn man sich in die situation des anderen hineinversetzt dann würde man sowas nicht wollen weißt du ja guck mal hier sagt einer zum beispiel der hat was mit erziehung zu tun und nichts mit dem glauben komischerweise sagt ein prophet in in jami als sarir in band 1 auf der seite 47 wenn jemand stolz ist auf seine abstammung und das was vor dem islam war geh und sag ihm er soll den in den p jens seines vaters beißen das hat aber mit erziehung zu tun ne also sowas ist schon ein bisschen merkwürdig also sowas welcher mensch geht hin und sag geh und beiß in den p jens seines vaters was ist das denn bitte man wenn also mohammed so geredet hat warum wundern wir uns dass die muslime so reden es ist derselbe geist würdest du jemanden sagen geh und beißt in den p jens seines vaters nein natürlich also es gibt viele sachen das hat nur mit der erziehung zu tun weißt du nicht mit der der religionsgründer mohammed hat doch schon so geredet ich weiß nicht also wer was geredet hat aber ich meine von den personen her gibt es viele die 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 sind vielleicht nicht gut erzogen oder sowas weißt du dass die oder sie haben einfach einen anderen umfeld weißt du ja aber ich habe das vorbild von 1,6 milliarden menschen so geredet hat aber viele also viele sehen auch nur positive sachen und verblenden negative allgemein im leben weißt du deswegen weiß ich nicht ja wie stehst du denn zum glauben ich finde es auf jeden fall also respekt an dich dass du bist du denn ne wie stehst du denn zum glauben also ich bin also meine eltern sind muslime und ich auch aber wir sind halt nicht so streng und sowas weißt du also sind wir liberal also ihr habt mit dem also liberal genau also nicht dieses so beten und sowas also eigentlich also habt ihr gar nicht mit islam zu tun eure namen sind nur islamisch mein name ist auch nicht islamisch also weiß es nicht ich meine damit eigentlich seid ihr so passmuslime so mäßig ja genau also das war auch wegen unserer vorfahren auch weißt du ja die wurden zum islam gezwungen und ihr wart auf einmal muslime genau wir waren alle jesiden auch also kurden die meisten kurden waren jesiden und dann kam der islam ja genau das ist so traurig aber ich wollte halt nur sagen respekt an dich wegen dass du halt so etwas ich finde dass du etwas gutes vermittelst aber ich weiß nicht ich denke ja mein lieber hast du schon mal die evangelien gelesen ich habe gelesen ja aber ja so nicht komplett ich habe johannes evangelium gelesen und nur das eigentlich aber ich habe eigentlich nichts schlechtes bemerkt also was gelesen habe schlechtes merken der jesus christus hat aus liebe heraus sein leben gelassen ich meine ja so viele positive sachen und also ich meine damit dass ich keine negative sachen gesehen habe jesus christus ist nichts negatives das weiß ich nicht ja der jesus christus kannte ja keine sünde er hat ja nichts negatives in sich ja ich hoffe natürlich dass du auch anfängst das matthäus evangelium zu lesen das markus evangelium lukas evangelium dass du einfach mal weiter dich mit dem glauben beschäftigt und jesus christus weiterhin so kennenlernen also ich beschäftige mich auf jeden fall damit auch und unter anderem und ja wir gucken dann so wie es kommt aber ja ich finde ich dir auf jeden fall viel erfolg und viel kraft schönen tag dir ja dankeschön ja moin ami hallo mein lieber gott segne dich und deine familie dankeschön dankeschön wie geht es ja haben wir jesus mir geht es gut um dir auch gut das war mir ich habe meine frage ne ja so ich selber bin ja kein moslem hat ja auch noch nichts davon so ich bin ich glaube jetzt auch nicht so an das christentum so direkt an sich aber was ich dich mal fragen wollte ne was also sag mal so was wo warum bist du dir so sicher dass es dass es ein gott gibt also was ist für dich der beweis dafür es sind die 3248 prophezeiungen die sich nachweislich erfüllt haben und auch gott durch einen hirten namens mohammed in der höhle von kumran die schriftrollen entdecken hat lassen somit hat er die ganzen welt bewiesen dass seine worte wahrhaftig sind und die bis in unsere heutige zeit perfekt überliefert wurden aber ist es auch wissenschaftlich belegt denn das was du jetzt gerade gesagt hast wissenschaftlich belegt genau meinst du ich würde mein leben umsonst einsetzen meinst du ich habe nichts besseres zu tun ich wurde schon fast zwar ich wurde zweimal haben die versucht mich zu ermorden und wer war da jesus hat die aufgehalten diese leute warum psalm 91 der der über mich wacht der schläft nicht so sieht es aus und welche antwort hast du zu dieser also ist ja ist auch eine relativ also eine frage die man relativ häufig hört wo gesagt wird wenn es einen gott gibt warum gibt es so viel leid warum gibt es so viel mord wenn jesus natürlich oder allgemein ein gott der allmächtig ist dann hat er doch die möglichkeit oder die macht weil er ist ja irgendwie ja der mächtigste so ist der herr jesus christus lässt uns den freien willen und er kann nicht in unseren freien willen eingreifen das ist das er lässt uns die wahl wie wir mit dieser freiheit umgehen das heißt ein mensch kann sich entscheiden welchen weg der gehen möchte möchte der dankeschön und möchte der einen weg gehen mit gott oder will der einen bösartigen weg gehen gott gibt dir die möglichkeit zu sagen nein gott gibt dir die möglichkeit zu sagen geh und liebe deinen nächsten was macht der mensch genau das gegenteil sie ist ja diese gesellschaft ellebogengesellschaft hören sie also auf gott aber ist das nicht so irgendwie also für mich klingt das jetzt aber so dass du dass gott dann in dem falle dir eine knarre auf die brust setzt und sagt entweder weißt du wie ich meine so irgendwie überhaupt nicht der lässt ja die wahl der gott des islams setzt den eine knarre auf dem auf die brust sozusagen aber der gott der bibel sagt ich liebe dich so sehr dass du danke dir dass du einfach in freien aus freien stücken und in liebe eine entscheidung für mich treffen soll es nicht dass ich dich zwinge sondern du sollst in freien stücken zu mir kommen du kannst dich gerne hinsetzen dem ganzen nachgehen du kannst meine bibel prüfen und am ende gebe ich dir die garantie du wirst zu mir finden so einfach ist das jeder der die wahrheit sucht wird die wahrheit finden und die wahrheit wird dich frei machen johannes 8 vers 32 ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen du musst dir mal vorstellen guck dir mal bitte den vortrag von dr professor werner geht an er ist ein informatik professor er hat einen vortrag gehalten warum ich als wissenschaftler der bibel vertraue und das nicht einfach so vor leuten sondern wirklich vor dankeschön sondern wirklich auch vor professoren und andere informatiker vor anderen wissenschaftlern und das was er dort herausgefunden hat wie die bibel akkurat ist das kannst du dir nicht vorstellen er hat gott mathematisch bewiesen weißt was das heißt ja ich weiß also ich kenne ja werner geht und seine vorträge also aber glaubst du nicht kommen so auch eine eine frage so von mir weil ich habe ja tausende fragen so guck mal oder ich fange mal so an also ich für mich ne also ich bin selbst kurde so habe keine irgendwie feste religion wo ich mich zugehörig fühle aber es gibt natürlich welche die verabscheue ganz klar da kann ich ganz offen und ehrlich auch sagen und einige wo ich weiß welche du meinst ja ja natürlich also ich meine da braucht man ja gar nicht weiter zu reden sonst würden wir uns aber warum erkennen das andere kurde nicht warum hast du das erkannt was die was das was 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 man mit deinem volk angerichtet das ist ja brainwashing das ist ja selber ich meine kummer sehen wir selber so gerade dieser genozid der stadt gefunden hat guck mal da gab es gar keinen aufschrei jetzt in israel zum beispiel steht die ganze welt das ist weiß auch nicht also sein dass er so ein gemeint wusstest du das wusstest du dass die kurden und die juden sehr miteinander verwurzelt herausgefunden dass die kurden den juden sehr sehr nahe stehen ich mache mir ja sowieso bis heute das ist das ein sehr interessanter punkt was du gerade gesagt hast also das ist ja auch rein wissenschaftlich oder biologisch dass man sagt so also die kurden sind genetisch gesehen den jüd also den juden am nächsten meister ich frage mich sowieso bis heute weil das visentum selber kannst du ja irgendwie glaube also viele sagen wir sind so 4000 jahre alt oder hast du nicht gesehen aber soweit lässt sich das ja nicht zurückverfolgen muss man ganz ehrlich sagen so anhand von schriften und so und für mich ist so ein punkt wo ich mir immer sowieso denke es kann ja sein dass selbst die jesiden also die ursprünglichen kurden so oder die kurden der kurden so vielleicht selber von den juden die abgespalten worden sind also quasi weißt du sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht haben und dann hier sieben geworden sind vom youtube keine ahnung ich weiß es ja nicht bin ich jetzt ein bisschen vom punkt abgekommen was ich sagen wollte ist noch mal auf den punkt zurück zu kommen ich sag dir ganz ehrlich ne so mein problem ist ich weiß aber gar nicht warum ich das sage so aber und ich glaube das geht vielen menschen so dass so die vorstellungskraft bei vielen menschen fehlt weißt du dass du an einen gott glauben kannst ich habe so sehr gut deswegen muss der glaube ja nicht nur glaube bleiben sondern auch bewiesen werden verstehst du wenn man sich also hinsetzt dem ganzen nachgeht wirst du herausfinden dass die bibel das bestbezeugteste historische buch der antike ist weißt du wie genial die bibel ist da kannst du nicht dran rumrütteln allein die prophezeiungen ein amerikanischer forscher ist er losgezogen hat mal herausgefunden wie viele prophezeiung sich wirklich nachweislich erfüllt haben bis heute dann kann 3 268 prophezeiungen du hast ja gesehen was der professor werner geht ausgerechnet hat das heißt das müsste man zehn galaxien zehn universen voll machen mit ameisen und dann versucht man eine eine rote ameis unter den schwarzen raus zu picken so heftig ist gott heftig ja ich ich also ich glaube das auch so also so wenn man diese theorie nahe geht ich glaube auch nicht also es ist möglich dass es rein zufällig passieren kann dass wenn du eine milliarde scrabble steine auf den boden schmeißt und dann ergibt sich etwas sinnvolles bei raus oder etwas so mit 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 sätzen und wörtern und kannst ja scrabble stein mit dem buchstaben so aber es ist sehr unwahrscheinlich so aber nichtsdestotrotz weißt du kann ich mir immer noch nicht vorstellen dass hier jemand sitzt weißt du also ich weiß es nicht sorry man das ist ich hatte selber schon mal selber das unter unterdings gestellt wie sagt man das unter also wie würdet ihr das sagen so in gott unter 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 beweis gestellt so oder beziehungsweise herausforderung geschickt so ein auf den er wenn es sich gibt dann zeig mal was so weißt du ja du kannst den herrn ja fragen in jeremia 29 13 sagte her wenn ihr mich sucht von ganzem herzen nach mir fragt so werde ich mich von euch finden lassen verstehst du an dies wieder übertreiben jedes mal der macht mich voll verlegen wenn er das war der andy der kommt einmal und dann haut er richtig heftig dankeschön ja guck mal guck mal wie das abläuft wenn man die ganze zeit das bekommt in was für höhere ranglisten man kommt das ist absolut wahnsinn naja jedenfalls wie gesagt es ist schwer ne also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter verfolgt das ganze so aber ich glaube das wird so für mich mein leben lang immer so eine eine frage sein die ich so mal wieder gibt es fast oder gibt es nicht und wenn es etwas gibt was ist es dann halt auch na ja was wir können uns ja einig sein dass zum beispiel durch die prophezeiung durch das durch durch die schriften hinweg dass gott sein wort ja auch bewahrt hat bis in unsere heutige zeit und das auch eindeutig eindrucksvoll bewiesen hat als er sogar ironischerweise seine schriften durch einen muslim hat finden lassen was meinst du was das auf die muslimische welt aus ausgemacht hat was das bei ihnen ausgelöst hat dass ein muslim gerade ein muslim ein hirte namens mohammed sein schaf verliert seinem schaf nachgeht oder seine ziege oder was auch immer sie in die höhle reingeht der steine da reinwirft damit die höhle damit dieses schaf wieder da rauskommt auf einmal trifft er auf tonkrüge unbezahlbar die ganzen schriftrollen jesaias gefunden weißt was das heißt auf 7,4 meter nahezu lückenlos perfekt überliefert übereinstimmt mit unseren bibeln heutzutage und weiß was da drin steht in jesaja 95 denn uns ist ein kind gegeben ein sohn ist uns geschenkt und die herrschaft ruht auf seiner schulter und man nannte seinen namen wunderbarer ratgeber starker gott ewig vater friede fürst so haben somit haben die muslime ein riesen problem deswegen hat der gott der bibel auch die schriftrollen jesaias finden lassen denn dort ist auch verzeichnet in jesaja 7 14 siehe ich gebe euch ein zeichen die jungfrau wird schwanger und wird ein kind gebären man wird seinen namen immanuel nennen weißt was immanuel bedeutet gott mit uns jesus christus kamen dass seine weiteres beispiel jesaja 43 11 es gibt keinen gott außer mich und ich bin der einzige retter matthäus 2 11 siehe christus der retter ist geboren der lukas 2 11 welcher ist christus der herr der retter ist geboren du siehst das gott der alt des alten testaments genau schuldigung küsst dein herz ist lukas 2 11 genau das christus der herr in der stadt david geboren wurde welcher ist der retter und wir wissen aus dem alten testament wer der retter ist gott macht keine halben sachen gott macht keine halben sachen deswegen schwimmen die muslimen aller größte gefahr und die menschheit genauso sie schlittert also in ihr größtes verderben was werden immer mehr von denen der herr sagt der breit ist der weg in die ewige verdammnis und viele befinden sich darauf und schmal für diejenigen die zum ewigen leben auf dem wandeln sei du derjenige der auf dem schmalen weg wandelt zum ewigen leben der jesus christus spricht zu dir jeder der an mich glaubt wird leben auch wenn es stirbt das sagt denn johannes 11 vers 25 ich bin die aufgestellung und das leben jeder der jeder der an mich glaubt wird leben auch wenn es stirbt mach dir gedanken darum ja ich hoffe dass es so sein wird also hört sich schön an natürlich also beziehungsweise wie ein paradies sage ich jetzt mal aber ja ob es oder nicht ich weiß nicht also es ist schwer für mich schwer für mich daran es ist nicht schwer eigentlich bräuchtest du nur ein offenes herz dafür und du wirst die wahrheit erkennen glaube es mir am besten es war für mich auch am anfang es war problematisch aber ich wollte die wahrheit herausfinden und du siehst dass die wahrheit nicht frei gemacht hat es war mir in dem moment egal ob meine familie gegen mich war ob meine freunde gegen mich waren ob die ganze welt gegen mich war ich wusste der jesus christus ist die wahrheit und ich wusste dass ich ihn bekennen muss aber ich hatte vorher mir gedacht oh mein gott ich wusste dass der herr die wahrheit ist weil ich die ganzen sachen herausgefunden hatte und an dem punkt angekommen war wo ich gesagt habe du bist die absolute wahrheit aber wie soll ich dich annehmen wie soll ich das meiner familie beibringen wie soll ich das meinen freunden beibringen ja total so döner verhalten haben verstehst du wie die sind so dumm ausgedrückt aber es ist wirklich so die haben so diese döner verständnis von von glaube und so wie kannst du denn jesus annehmen bist du bekloppt ist doch nur ein mensch die verstehen ja gar nicht wer jesus christus ist weil sich niemals damit auseinandergesetzt haben wie ist das jetzt aktuell mit deiner familie sind die jetzt auch christen da sind die noch nach wie vor ich weiß nicht die haben so diesen muslimischen kopf halt immer noch weil mein vater meine mutter sind ja jetzt mit dem islam hat aufgewachsen immer moschee gewesen und sowas und dann sind die halt muslimischen kopf immer noch unterwegs ist traurig aber dein bruder ist ja auch dann oder hat ist er vor dir christ gewonnen bis vor zeitgleichen also der hat sich mit dem glauben auseinandergesetzt und ich habe mich mit dem glauben auseinander gesetzt er hat seinen weg ist das muss ich mir vorstellen der herr hat uns beide so benutzt also beide so geführt er geht diesen weg zum herrn jesus christus und ich gehe genau diesen also eine andere richtung aber wir treffen uns dann beide beim herrn jesus christus wahnsinn ok krass ohne dass ihr jetzt voneinander ja genau ohne dass ich wusste dass er sich auch intensiv gerade damit beschäftigt wahnsinn ok 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 aber war das denn anfangs so und also dass du irgendwie also ich weiß gar nicht was man dazu sagt also bist du dann protestant geworden evangelisch oder hast gesagt so nee das ist für mich nur ein konstrukt das gibt es alles ich bin einfach nur mit der jesus christus sagt ihr müsst ja von neuen geboren werden und das ist die völlige buße die du vor dem herrn gott ablegst das heißt du gehst auf die knie und nimmst den herrn jesus christus als dein herrn und heilern an und bekennst deine schuld vor ihm schuldbekenntnis du tust also buße das griechische wort ist metanoia da können die leute das auch bestätigen du es gibt einen zeitpunkt in einem leben wo du dein leben dem herrn jesus christus übergibst du kennst den zeitpunkt und den tag an dem du von deiner mutter aus dem schoße deiner mutter gekommen ist es muss aber auch eine geistliche wiedergeburt stattfinden das heißt dass du einen tag in deinem leben dein leben dem herrn jesus christus übergibst und von neuen geboren was das ist die wiedergeburt dass du die meisten sagen wenn du so wenn du die fragst bis von neuen geboren sagen ja ich wurde schon getauft das meinte ich aber nicht und das meint auch der herr jesus christus nicht der herr jesus christus meint dass du aus dem geiste neu geboren werden muss dass du quasi erkennst dass du ein sünder bist auf die knie fällt vor ihnen und schuldig bis vor gott und sagst ja herr ich bin schuldig vor dir jesus christus ich habe nicht gelebt ich weiß dass ich auf dem weg zur ewigen verdammnis war aber ich danke dir dass du mir meine augen geöffnet hast und ich bitte dich von ganzem herzen meine schuld zu tragen und mich von neuen geboren werden zu lassen und mit einem heiligen geist zu schicken her bitte vergebe mir all meine schuld jesus christus sage das aus dem aufrichtigen herzen und du bist gerettet aber nichtsdestotrotz sind nicht man ja als mensch doch weiter oder nicht nach deiner bekehrung wirst du auch weiterhin sündigen aber du wirst einen ganzen ganz anderen bezug zur sünde bekommen der apostel paulus sagt in 2 korinther brief kapitel 5 vers 17 müsste es sein wenn ich mich nicht irre ist jemand in christus so ist eine neue schöpfung siehe das alte ist vergangen und das neue ist geboren das heißt du bekommst einen eine neue einen neuen geist in der herr die er senden wird den heiligen geist du wirst also nicht mehr so sündigen wie du vorher gesündigt hast sondern du wirst versuchen heiliger zu leben hundertprozentig dein altes leben ist nicht mal das alte sondern das neue ist geboren okay ich will ja auch nicht so lange aufhalten aber eine frage hätte ich noch es geht ja um deine seele jedes ist für mich kostbar egal was ich ganz ehrlich ich frage ja also das ich frage ja vieles so nicht nur für mein eigenes verständnis sondern auch irgendwie dem darüber hinaus so wie sich das gesellschaftlich auch alles verhält so in den weg den du jetzt zum beispiel gehst wie siehst du das zum beispiel so mit homosexualität zum beispiel ja der herr sagt dass es absolut eine sünde ist ja klar natürlich du sollst dich von dieser sünde fernhalten ich weiß dass menschen diese neigung haben aber da sagte her ihr sollt eure neigung zurückstecken und dem herrn folgen und der herr wird aus dir eine neue schöpfung machen du musst halt immer beten um deine neigung zurückzuhalten es gibt menschen die haben diese neigung in sich ich werde sie auch niemals verurteilen deswegen aber sie haben die möglichkeit auch zu werden sie müssen als den herrn jesus christus komplett kommen sie müssen wo sie vor ihm tun aber wie meinst du wie genau meinst du dass das dass sie versuchen sollen also quasi diese gefühle zu unterdrücken also quasi das nicht mehr zu praktizieren ja genau sie müssen aufhören eingestammelt so wie der herr das finden von ihnen verlangt sie haben haben dann einen herrn über sich das heißt jeder von uns hat ja irgendwelche neigungen und du versuchst dein bestes deine neigung zurückzustecken ich weiß du bist nicht perfekt und besser fallen die intention dahinter ist ein anderes leben zu führen als du vorher gelebt hast da muss eine veränderung in deinem leben stattfinden verstehe ich ja ich verstehe das schon aber ich kann mich schwer damit anfreunden so muss ich ehrlich sagen warum hast du ein problem damit also ich ganz im ganzen gegenteil so überhaupt nicht also aber aber ich versuche das zu vergleichen mit einer keine ahnung jeder mensch hat ja bestimmte vorlieben sag ich jetzt mal und 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 solltet ein wenig von deiner neigung zurückstecken sollst dagegen diesem fall ist es ja nicht nur ein wenig sondern sondern 100 prozent oder nicht gerade wenn du ein also also so ein homosexuellen sagst ja also beziehungsweise das was jesus dir sagt als homosexuellen sagt er ja du sollst es ja komplett zurückstellen oder nicht ja natürlich du sollst nach aber glaubst du nicht dass es total schwer ist für einen homosexuellen weil ich meine der sehnt sich ja auch nach körperlicher nähe und hast du nicht gesehen so zum beispiel das ist ja also ich stelle sehr schwer verstehe ich ja auch alles ist ja kein ist ja nicht dass ich das nicht verstehe er hat seine neigungen aber der herr gibt ihm die möglichkeit gerettet zu werden wenn er diese neigung etwas zurücksteckt verstehst du für den herr jesus christus weil er sagt ich liebe gott mehr als meine ekelhafte neigung genau wie wir alle sagen ich liebe gott mehr als meine ekelhaften neigungen verstehst du gott ist höher als das was was mir gefällt bist du ja erst kommt gott und dann unser unser einer ich meinte im übertragenen sinne ekelhaft ich meine alle sünden alle sünden sind ekelhaft wir lügen ob wir stehlen ob wir betrügen ob wir diese neigung haben jegliche neigung alles wird in einem einen begriff erwähnt ist alles ekelhaft vor gott damit man mich nicht falsch versteht okay ja es ist jetzt stellt sich für mich jetzt auch wieder die frage kommen also dass das genau das war eigentlich das ist mein problem stellt sich für mich jetzt wiederum die frage so wann genau fängt denn eine sünde auch an ist es zum beispiel eine sünde auch zu viel zu trinken also normales wasser jetzt also nicht alkohol weißt du ab wann die sünde schon anfängt ein böser gedanke trennt dich schon von gott so heftig ist das aber weil gott weiß dass du es nicht schaffen wird aus deinen eigenen werken heraus kam jesus christus auf diese welt um deine schuld zu tragen du darfst also aus gnade leben das ist das gute und was ist mit einem kranken menschen sage ich jetzt mal zumal die geistlich sind nicht in der lage zu denken ja so sagte jesus christus in matthäus fünf die seligpreisung selig sind die geistlich armen denn ihnen gehört das reich der himmel okay also denen sind die pforten schon vorne reingeöffnet oder natürlich der ist doch geistlich arm das ist nicht wunderschön den kindern gehört das himmelreich den armen den geistlich schwachen also schon matthäus fünf gelesen die seligpreisung wüsste ich nicht was das jetzt genau das ist dann sage ich dir heute wirst du die das matthäus evangelium einmal lesen bist du damit einverstanden ich weiß nicht ob ich so die lust darauf sage ich die ganz offen ehrlich sondern das ist natürlich ein bisschen anstrengend aber es lohnt sich glaube wenn du faul bist zum lesen mach einfach die hörbibel an die auf youtube und dann gib einfach ein matthäus evangelium schlachter 2000 dann hör einfach nur wenn du faul bist zum lesen ja könnte ich mal machen wenn du keine lust dass zu lesen weil es natürlich mühselig ist und deine augen anfangen zu brennen oder was auch immer dann kannst du einfach eine hörbibel anmachen und dann kannst du ganz normal die das matthäus evangelium anhören und die stimme ist auch sehr sehr gut also so wie er das vorliest das wird dich auf jeden fall ketschen abends wenn du in deinem bett liegst was hast du zu tun anstatt hier um zu scrollen hör doch das matthäus evangelium wo ist das problem warum nehmen uns nicht dafür mal zeit verstehst du für alles nehmen und zeit aber für das nicht und das wichtigste in unserem leben einmal wenigstens damit wir sagen okay ich hab's gehört berücksichtigt und ich kann jetzt meine entscheidung fällen aber zu sagen ich hab's nicht berührt also nicht gehört oder nicht gelesen und dann irgendeine entscheidung zu fällen das ist ja quatsch verstehst du was ich will man eine entscheidung fällen wenn man dem ganzen nachgegangen ist und gesagt hat okay ich hab das alles berücksichtigt und das ist meine entscheidung so wie ich ich habe mich hingesetzt habe mir monate meinen kopf zerbrochen ob das die wahrheit ist und am ende habe ich herausgefunden ja es ist die wahrheit was ist denn genau also was mich jetzt noch mal interessieren würde ich sag dir auch ganz ehrlich so guck mal ich bin wie gesagt ich glaube ja irgendwie nicht so richtig aber ich bin ja trotzdem bin ich aus einer jesidischen familie so und ich wird so wie ich bin eben sehr treu sag ich dir auch ganz ehrlich aber was sagt denn zum beispiel so das christentum dazu wie zum beispiel jesiden an sich so was was ist das mit denen ist es bei denen also gehen sie auch einen verkehrten weg solange sie wie zum beispiel jesus oder das christentum der jesus christus der jesus christus sagt in johannes 14 6 ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater als nur durch mich und du musst den weg des herrn gehen um zum vater also in den himmel zu kommen es gibt dass er das halt eben nicht macht also kommt sagen wir mal kommen dann gibt es ja nur entweder das eine oder das andere nichts anderes oder so verstehe ich das so was ist das ist der weg den du gehen musst das sagte ja aber er weil er dich liebt möchte er die nicht den weg ja ultra schwierig machen dass du irgendwo hin pilger als 50 millionen mal betest und die übelsten sachen machst damit du gott gefällst nein gott reich dieser hand und sagt wenn du an mich glaubst und fest daran glaubt was ich für dich getan habe und den leuten das auch bekennst dass du zu mir stehst so wie ich zu dir stehe so hast du garantie und ich werde dann wie wie man sagt so in in unserem fachstark und ich bin dein rücken verstehst du der herr ist dann ich hätte fast zweimal mein leben verloren was weißt du das inwiefern meinst du zweimal dein leben verloren der islamische staat hat einen mordauftrag auf mordauftrag auf mich gegeben also jetzt nur so in form von papier oder die durchgeschickt oder aber richtig versucht sie haben ihre ablege in deutschland ist eine riesengroße community des islamischen staates sie warten nur auf den tag bis es losgeht und die gehörten wissen das gehörten wissen das und wie bist du dem angekommen oder erzähl mal genau sorry genau der der herr jesus christus hat mich davor bewahrt dass diese leute mich erschießen konnten der hat den leuten also gezeigt dass der wahre gott für seinen kleinen knecht da ist der eine gott und seine anhänger wollen mich umlegen und mein gott für den ich immer werbung mache beschützt mich wahnsinn was für ein was für ein das ist ultra heftig wie lange ist das denn her wenn ich fragen da also 21 21 21 ist es gewesen oder 2020 jetzt vier jahre krass ok und wie hat sich das jetzt genau veräußert habe ich nicht ganz verstanden also hat man auf dich geschossen oder hat man nicht auf der straße waren sie waren kurz davor sie haben mich verfolgt und dann bin ich auf die tankstelle darauf gefahren sowie der staatsschutz mir das dann berichtet hat die waren ja hinter dem herr ich wusste das gar nicht so krass ja ja ok verstehe genau ich wusste gar nicht dass die hinterher waren und dann haben die natürlich miteinander kommuniziert und der staatsschutz hat das alles so mitgehörten tkü nennt sich das telekommunikationsüberwachung selbst wenn ja selbst wenn dein handy sogar aus das kriegen wir das alles und die sind heftig du kannst dir nichts machen also hat so quasi dass diese durch diese tkü quasi die haben also beziehungsweise das keine ahnung die polizei oder die die haben dich darauf hingewiesen ey du bist und in gefahr oder wie im nachhinein bekamen als das alles vorbei ich wusste das ja gar nicht ich bin auf diese tankstelle darauf gefahren die auch der staatsschutz genauso und dann haben die die waffe durchgeladen und waren kurz dafür mich dann zu erschießen und ich war aber so schnell dass ich auf einmal mein auto eingestiegen wie der herr das macht ich war also so schnell dass ich mein auto aufgestiegen bin schnell angemacht habe und direkt losgefahren bin und du weißt ja aus der tankstelle wenn du raus fährst ist ja fließender verkehr und ich habe einfach so ich weiß nicht warum ich das getan habe ich habe so den leuten ganz schnell die vorfahrt genommen kennst du so da du hast nicht mehr so viel zeit dass der nächste wagen kommt und die einfahrt blockiert wird verstehst du ich bin also ganz schnell gefahren und die wollten wir auch direkt hinterher damit die mich so kalt machen auf einmal der staatsschutz kam direkt und hat sie ding fest gemacht wahnsinn wie heftig und da hat der gott sich allen leuten gezeigt dass der gott den arm gedient für ihn da ist oder für ihn da war in dem moment aber es kann auch sein dass der herr seine schützen hand von mir wegnimmt und das war es dann ich habe dann aber meinen dienst getan und es war ich habe sehr viele menschen gepriesen sei der herr okay also aber so abschließend eine frage noch mal so angst vom tod hast du ja dem entsprechen ja gar nicht also eher quasi nur wenn du willst Philippa 121 christus ist mein leben und sterben ein gewinn ist der ist der tod ein gewinn für die menschen hier ohne christus glaubst du safe nach dem leben ist ein tod also wirklich so mit paradies und alles ja es ist dir eigentlich bewusst dass satan hier auf dieser erde ist also wenn ich mir hier in tik tok einige predige an ansehe und anhöre dann definitiv ja ich empfehle dir einmal den vortrag ich meine muslimische gesehen ich empfehle dir einmal den vortrag meines bruders anzugucken illuminate das größte geheimnis der welt entschlüsselt er hat schon gesehen sage ich die ganze älter bist du auch drin glaube ich da aber das ist mir hey so ne ich mag dich echt gerne so aber das ist mir ein bisschen zu verschwörungshaftig so weißt du das ganze aber nicht mehr als verschwörung an ansehen wenn etwas dauerhaft bewiesen bewiesen wird verstehst du wenn etwas wirklich sehr oft auftritt dann haben wir es ja nicht mehr mit dem zufall zu tun sondern das ist dann wissenschaftlich bewiesen so was nennt man in der wissenschaft wissenschaftlich bewiesen natürlich für dich ein bisschen schwierig dahinter zu kommen aber wenn du will aber wenn du die wahrheit wissen willst über diese welt und wem sie gehört dann bist du bei dem vortrag ganz schön richtig ich habe es mir ich habe es mir wie gesagt das ist schon ein bisschen länger ich glaube das ist auch drei vier oder zu corona zeit war das glaube ich oder so hat die das aufgenommen ja ja okay ich habe meinem bruder gesagt dass er den vortrag noch mal mit einer höheren qualität aufnehmen soll damit die leute auch das so auch dabei bleiben dass sie gucken weil das natürlich ein bisschen schwierig schlechtere qualität aufgenommen gewesen und das natürlich schade für so einen vortrag ja kein plan warte mal ganz kurz bruder amir wo steht dem alten testament dass gott auf die erde kommt in sacharia 11 kapitel 11 da steht dass das gott selber auf die erde kommt auch in micha 5 steht das auch auch und die nächste helft ich danke dir an die helft sich vielen seelen dank gott segne sich an ne ok cool ja vielen dank haben ja also ja ich hoffe natürlich dass du dich damit auseinandersetzt was ich dir alles gesagt habe dass du die zeit das tue ich schon gefühlt seit 15 jahren hätte ich gesagt aber ja es kann ja sein dass es irgendwann mal auf einmal klick macht die nächsten tage oder die nächsten wochen weiß man ja nicht jetzt bin ich auf einmal platz zwei dank an die guckte das an seht ihr heftig ein gutes gespräch von uns beiden das hat mich auch sehr gefreut das sind solche gespräche die ich vermisst habe noch weiter alles gut alles gute dir dir auch mein lieber gott segne dich und deine familie vielen lieben dank an die ne gott segne dich und deine familie nur wieder her die das zehn millionen fache zugegeben was machst du da bist du hast du verstörende leute das war kamelurin aufzeichnung das war kamelurin in your face ja der war gerade in der kamelurin station deswegen grüß dich mein bester mein lieber gott segne dich und deine familie ich habe mal eine kurze frage eine nur hat nur front oder sonne ich bin handel am muslim eine frage ja du kannst nicht nennen wie du willst aber was ist und du willst nennt sich ex muslim deine religion ist für dich das richtige für uns ist unsere regel und das problem bei dir ist du redest immer was der islam macht schlecht ist und was der schlecht macht was rede doch was das christentum nur gut macht die leute doch nur darum was das christentum zeigt und nicht mache ich doch macht doch einfach das was nenne ich doch einfach mal christ warum machst du ex man du willst doch dass die leute die manns meisten kennen mich doch unter dem x muss das kann doch nicht wahr sein ich denke denn mit dem normalen level ich dachte bis auf level aber ich rede doch mit respekt und ganz vernünftig mit dir oder ja ich sage dir doch das ist mein pseudonym man kennt mich unter diesem pseudonym aber das aber das ist nicht traurig dass man sich so nur kennt ich habe meinen youtube-kanal angemacht das heißt muslime klären auf tv vor sieben jahren habe ich das gegründet alle kennen mich unter dem pseudonym ex muslim was stört weil dann springen leute auch so idioten die dann sich beleidigen muslime beleidigt alle auch wenn mein name nicht ex muslim ist das stimmt das stimmt nicht das kann das wahr sein nochmals umsatz alle muslim bleiben bleib ich dich habe ich ja du jetzt gerade nicht aber die meisten muslime beleidigen das kannst du nicht verleugnen aber andersrum auch die christen bleiben auch kann ich auch sagen das hat damit ich danke schön ich kann das nicht mehr dann glaube ich komme sofort wieder einen moment da ist er wieder der shaky ultimate mma ich habe eine frage ich habe viele meinungen schon dazugehört so also wo ich zu christentum kam war ich noch nicht belesen natürlich aber ich war zu 100 prozent überzeugt beim herrn jesus christus und dann habe ich mir so tattoos gestochen auf dem hals gott mit uns kreuze überall und so was hältst du davon bevor du zum herrn gekommen ist also wo ich wo ich erkannt habe dass das die wahrheit ist aber ich war noch nicht belesen ja okay du hast jetzt diese sünde begangen klar aber versuche in nächster zeit überhaupt gar nicht mehr solche tattoos die stechen zu lassen oder was ne der herr wird das auch tragen aber du sollst den leib gottes natürlich pflegen du hast den tempel gottes wo der heilige geist wohnung genommen und den sommer legen und heiligen ok alles klar ich habe schon wirklich viele meinungen dazu gehört deswegen auch für unsere geschwister die zum beispiel rauchen oder ganz komische sachen machen immer für sie beten niemals verurteilen sondern für sie beten und sagen herr bitte gebe ihnen die möglichkeit aufzuhören mit diesem rauchen dass sie weniger rauchen und dann ganz aufhören amen amen wir sind sie nicht beurteilen sondern um liebe für sie zu beten alles klar mache ich mache ich danke dir amir so viel kranke menschen hier auf dieser welt ist echt nicht normal wir leben in einer kranksten welt das ist echt nicht normal ja natürlich das ist ja der sündenfall was sie was die meisten menschen nicht verstehen die denken so ja wo ist gott wenn dieser ganze wahnsinn hier auf dieser erde entsteht gott wollte das doch nie da der übertritt zur sünde und zur erkenntnis wo adam und eva übertreten haben erst dann kam diese ganze wahnsinn hier auf diese erde erst dann fing es an und der mensch wurde sterblich weil er unsterblich wunderschön heilig sündlos ja das ist der springende punkt amir früher waren die menschen also die menschheit früher da konnte man den was glauben also wenn die was ja auch gesagt haben aber heutzutage heutzutage labert jeder misst du kannst du weißt du gar nicht mal wenn du glauben vertrauen sollst oder sonstiges früher beispielsweise ein mann ein wort oder ein handschlag dann war es auch schon hat man den menschen vertraut oder geglaubt heutzutage wollen die alles schwarz auf weiß alles bewiesen haben und jeder labert heutzutage misst aber worauf ich hinaus will ist und was ist der richtige weg es gibt es ja so viele religionen beispielsweise muslims also die bibel zu haben nee nee ich habe keine hast du internet gerade zur verfügung ja da gibt mal bitte ein johannes 14 6 ja ich finde mein anderes handy jetzt nicht ach du scheiße egal du kannst gehen wir kurz raus google mal und dann lies mal johannes 14 6 was steht da er hat nach dem weg gefragt er hat nach der wahrheit gefragt mal gucken was jesus christus ihm antwortet sehr gut islam entlaft sehr sehr gut hast du mich hallo ja was soll ich eingeben johannes 14 6 solle selber lesen was der jesus christus zu dem thema sagt was weg ist was die wahrheit ist ja die meisten geschwister kennen natürlich den klassiker das ist ja der habe ich gerade eben gelesen der jesus christus spricht ich bin der weg die wahrheit und das leben nur das genau so durch mich kommst du genau ja aber guck mal beispielsweise jetzt die buddhismus oder hier die inder die glauben für die ist jetzt die kuh eine einheit etwas etwas heiliges und die glauben auch an wiedergeburt woher soll ich jetzt oder du nicht wissen oder woher sollen wir denn beide jetzt davon ausgehen dass das ist der falsche weg ist beispielsweise oder dass wir sagen ach nee buddhismus oder hier die juden oder 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 der islam oder was auch immer ist ich kann ich ja der buddhismus bitte keine rettende botschaft an das ist dass der buddhismus sagt du sollst in das ewige in nirvana eingehen muss also meditieren siehst manche buddhistische priester die meditieren so lange bis sie auf einmal in sich selbst in ihre eigene nirvana reing meditiert haben wir dann sind die sterben doch so eben der satan wartet auf der anderen seite auf sie der hat sie nämlich verführt mit diesen ganzen religionen und dann werden sie blaues wunder leben sie dann vor jesus christus stehen und dann auf einmal aber die glauben an die wiedergeburt ja aber eine falsche wiedergeburt das ist das das ist eine falsche wiedergeburt die der satan nimmt kopiert und das in die religion einführt verheftig ne krass weiß ja ganz genau um die rettung der menschen das ist das wir haben bruder guck mal die sache ist ja die du was du jetzt sagst hört sich auch richtig logisch und vor allem glaubhaft an und viele leute viele leute sagen ja nach ne christentum ist nicht richtig islam ist der richtige weg oder buddhismus oder was auch immer ich sag es immer wieder gerne heutzutage ist es schwierig jetzt ist er raus verraten ist jetzt haben wir uns noch nicht gehört ich habe nur ein paar videos von dir gesehen der unterschied zwischen allen anderen religionen was machen hatte kurz sehr lange besser kein problem ich sage der unterschied zwischen allen anderen religionen zwischen allem zwischen allem anderen und uns ist jesus ist die personifizierte wahrheit und jesus ist das personifizierte leben wer ist das sonst wer sagt das sonst von sich ja gut soll sich argumentieren und sagen ja der buddha hat sehr sehr schöne worte gesprochen weisheiten die sehr toll sind für unser leben das heißt die versuchen dann auf diese art und argumentieren wir argumentieren unser glaube muss bewiesen werden und zwar wie dass gott bewiesen werden muss und zwar durch seine eigene schrift die er in unsere zeit bis heute perfekt überliefert hat zum erster punkt zweiter punkt ist dass keine andere religion kein anderes buch der welt prophezeiungen nachweislich erfüllt hat doch falsche prophezeiungen habe ich meine rede von echten prophezeiungen falsche prophezeiungen weißt du wie soll ich alle glauben wenn er mohammed angeht und wie soll ich an allah glauben dass er auf seinen propheten schwört ist der mohammed jetzt größer als der allah wie soll ich an ein allah glauben wird der schlimmste makar aus genau ein listenschmied ein teufel und renkeschmied und das ding ist in surah 612 steht dass allah die feinde der djinn und der menschen für die propheten bestimmt hat und wenn du elf verse weiter liest in 123 steht dass wir in jeder stadt renke oder bösewichte platziert haben so und so siehst du so siehst du das durch durch den ganzen koran durch wie soll ich allah vertrauen in surah 799 steht diejenigen die sich vor allah sicher fühlen also die die an ihm glauben die die ihm vertrauen das sind die die verlierer sind wahrlich die verlierer sind aber lasst uns doch mal ein anderes thema beleuchten allah sagt die ungerechten leite ich nicht recht gibt es jemanden der gerecht ist bevor er recht geleitet ist ja richtig die direkt gerecht geleitet sind die sind gerecht diesen gut oder die sind auf dem guten weg die brauchen keine rechtleitung weil sie schon recht geleitet sind die die rechtleitung brauchen kriegen sie nicht von allah also ist allah der teufel ja genau richtig okay mein lieber super perfekt sehr gut wo ist der bruder hin welcher bruder der ist jetzt jetzt auf einmal weg was schreiten wir die recht geleiteten okay danke dir mein lieber ja gott segne dich und deine familie ist damit laufen mach weiter dein kanal mach immer viele videos ich mache fleißig und gott segne dich und deine familie einer schreibt einer schreibt antwortest du die guck mal kommentare antworten wir drauf gottes segne bis bald schon okay alles klar gott segne ich habe mir ein militanter christ die militante veganerin der militante christ wie sie auch unser hat ihr das video gesehen wie die den hen jesus christus so untergebuttert hat die raffaella raffaello unglaublich aber amir du bist der beste nein jesus christus ist der beste leben und ihr seid wundervoll nicht ihr seid gesegnet miran hat richtige kamelurin leitung dann dann 767 hallo ich höre dich gott segne dich und deine familie dankeschön also ich bin moslem also ich bin jetzt nicht hier um dich fertig zu machen oder sonstiges ja ich mich nicht fertig machen nur ich finde es nur schade dass es leider zahlreiche konten jetzt gegen muslime oder irgendwelche hier macht gar keine gegen muslime hier macht wir machen die meisten content gegen die ideologie namens islam so akzeptieren dass der nationalsozialismus etwas gutes ist oder würdest du sagen ey leute ich den nationalsozialismus ist eine sehr bösartige ideologie ja ist es ja auch sehr gut warum machst du das dann nicht dasselbe mit dem koran dass die gleichen züge hat dass der allah sagt in züge 3 vers 5 ich weiß jetzt nicht wenn man hier liest der allah sagt der allah überhebt ja die muslime und sagt ihr seid die beste gemeinde die allah jemals hervorgebracht hat ihr gebietet das gut und verbietet das verhafte ja gut aber das ist ja der kontakt was du machst verstehst du so wie aber allah gibt das so ganz so der mann aus österreich mit dem bart der hat das auch damals dem dem volk so mitgegeben dass sie zu den herren menschen gehören weiß dass es ist genau so sieht der islam sich auch um die anhänger des islams über alle anderen und das wird also ja gut das ist ja deine ansicht und die leute die das zuschauen bei dir das ist auch den ihren sich wie wäre es wenn man wenn man sich gegenseitig lebt oder respektiert das ist weil der mohammed also der allah sagt in surah 48 der allah sagt in surah 48 was 29 mohammed ist der gesandte allahs die die mit ihm sind sind barmherzig zueinander aber hart gegen die ungläubigen siehst du darfst sie nicht mit liebe respekt und zuneigung und nettigkeiten behandeln weil allah das nicht das verbietet weil wir allah ungehorsam sind weil allah uns nicht liebt allah liebt uns nicht und die anhänger des islams lieben uns auch nicht ja gut also dass du denkst so eine kleine hausaufgabe für dich eine kleine hausaufgabe du wirst nach diesem live stream wenn du jetzt mit mir beendet wirst du dich mit der doktrin liebe und hass in allah auseinandersetzen okay naja denn ich will nicht dass du sagst ja ja sondern du sollst dich mit deiner eigenen nein ich habe gesagt naja weil es gibt eine doktrin im islam es gibt eine doktrin im islam die nennt sich liebe und hass in allah das beinhaltet dass du liebe für diejenigen empfindest die allah und seinen gesandten dienen und ihm nachfolgen und das praktizieren was allah und sein gesandter gesagt haben und hass wie diejenigen die allah und sein gesandten ablehnen und ihnen zuwiderhandeln was ist dein ziel hier dass das interessiert mich ja aufklärung oder den islam das was der islam über meinen händen jesus christus verbreitet über die bibel über die ausdehnung über das was gott im kern ist ist eine riesen lüge und das muss klargestellt werden stell dir vor jemand erzählt über dich quatsch würdest du sagen na genau mach mal weiter oder würdest du sagen warte ich muss das ganze mal klarstellen klarstellen also ich bin so aufgewachsen klar erzählt jeder über jeden quatsch ja wenn ich auch über mir gedanken machen würde dann wäre ich gar nicht hier auf der wundersprich nicht so aber wenn viele menschen über dich dieses diesen blödsinn verbreiten würdest du nicht auf die idee kommen das ganze klarstellen und versuchen dem ganzen gegen zu wirken oder würdest du sagen ja mach mal einfach ich bin ja jetzt wir leben ja jetzt auf dieser zeit 21 jahrhundert der islam lebt in überhaupt gar keiner zeit der allah das ist deine meinung das ist meine meinung das ist nicht meine meinung das ist das wort deines gottes du warst ja früher moslem so wie die ja umgeschrieben hast ja richtig genau und wie kam es dazu dass du jetzt christ geworden ist ich habe mich mit der kreuzigung aufrichtung jesu christi auseinander gesetzt und die gottheit überprüft alles an alles ist akkurat und wird durch die bibel belegt und außer biblisch bestätigt das was der koran davon sich gibt in surah 4 157 lässt allah aus dem wie den größten teufel aller zeiten er schlägt jemand ähnliches wie jesus christus an ans kreuz betrügt und belügt die ganzen beteiligungen an der kreuzigung lässt es so aussehen als würde jesus dahin lässt das gesamte christentum entstehen wartet 600 jahre anstatt sofort einen propheten zu erwecken und das ganze klar zu stellen und am ende bestrafte sogar noch diejenigen die daran glauben was er da am kreuz getan hat weil ihr sagt ja zum beispiel hast du was dümmeres als das gesehen hast du was dümmeres als das gesehen was denn als das was ich dir gerade erklärt habe hast du was verrückteres und bescheuerteres als das gehört gott bestraft diejenigen für etwas worauf er schuld ist wo steht das denn bitte es suche 4 157 allah ist david copperfield die ganzen muslime die sind ja so unterste döner laden dass sie es nicht mal raffen die meisten glaubt mir so so war ich hier sitze die meisten ja mit diesem döner verständnis das ist das problem was wir haben die denken dass ich irgendeinen quatsch erzählen was die leute aufkläre warum jesus christus schlecht ist entschuldige entschuldige mal bitte dein koran sagt dass jesus christus niemals gekreuzet und auferstanden ist dass er nicht gott wäre dass er nicht der sohn gottes ist dass Allah nicht der sohn gottes ist dass die bibel verpälscht ist dass die bibel verpälscht ist also die gesamte bibel wird angegriffen und wir christen sollen unser mund halten oder was ja wo wird sie denn hier angegriffen in deutschland oder was komm bitte nie wieder her dankeschön nie wieder nie wieder nie wieder unglaublich wo wird die bibel angegriffen also Allah beleidigt die juden und christen sagt dass wir niedriger sind als das tier sagt dass die bibel verfälscht ist sagt dass jesus christus nicht der sohn gottes ist dass wir der allerletzte Müllhaufen sind dass wir netjes sind dass wir kuffar sind dass wir nackentherapiert gehören dass wir Schutzgeld bezahlen müssen dann sagt er was wo sagt was bruder das meine ich mit unterste dönerladen 99 cent gammelfleisch dafür habe ich keinen anderen namen ehrlich nur noch diese das ist der neue das ist der neue letzte dönerladen von äh äh letzte kascheme da hinten wo der wo der sagt ich habe gutes fleisch amir und äh ich habe heute sonderangeboten 99 cent der döner komplett ich frage mich das ist das ist der absolute ich weine gleich ohne spaß soll ich noch lachen soll ich weinen ich weiß es nicht mehr ich lache und weine gleichzeitig da ich immer noch feststecke brauche ich dringend das geld um alles regelt ich versuche einen termin zu finden ich werde an den tag nicht wieder warten mein kontakt ist jederzeit bereit um das geld einzusammeln ja genau hier islam suche 9 fest 29 geld eintreiben hallo hallo wie das gepasst hat hallo mein lieber gott segne dich und deine familie was guckst du da so ein krimi oder was ach scheiße man das fände im hintergrund ist ich muss sie ganz ehrlich sagen ich bin da so überhaupt gar nicht so drin theologisch mit diesen ganzen glauben aber ich finde es unheimlich interessant was hier für thesen aufgestellt werden die ich auch für mich so teilweise überhaupt gar nicht so nachvollziehen kann in bezug ihr geht ja voll ins detail also ist ich muss euch eins lassen also vor allem dir muss ich das lassen das ist ja echt der wahnsinn dass du hast du da so so tief drin bist du kannst ja wirklich alles zitieren wenn du willst wenn du kannst du kannst alles wieder legen oder was auch immer du hast für alles etwas irgendwo da ich meine das ist für alles etwas war ja ja ich war was ich meine dich du wirst du dann immer von den muslimen dann irgendwie so ein bisschen attackiert so richtig ist was du da so behauptest von denen aber du letzten endes die souveränität die du dann mit ausstrahlst ist ist schon das beindruckend pass auf also ist es meine person ist es einfach so dass ich dass ich eigentlich überhaupt nicht glaube aber ich bin jetzt hier irgendwie so ein bisschen von diesen ganzen thematik hier so ein bisschen eingespannt durch dich die steine die steine energie die hier mitbringst das ist schon echt atemberaubend muss ich ganz ehrlich sagen nur ich kann vieles auch nicht wirklich nachvollziehen also alle für meine gibt es zum beispiel etwas wie gut oder böse oder oder satan du hast vorhin etwas gesagt das hat mich so ein bisschen schockiert warte mal es gibt ein satan hier auf unserer welt ok 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 aber in welcher form oder welcher person ist es ist es person kann man das auf eine person oder oder ist es ist es einfach nur so eine so eine so eine richtung die energie die irgendwo kommt oder also das böse was ich sehe kommt irgendwie aus dem westen ich will jetzt keine namen nennen weil ich überhaupt keine propaganda machen will aber letzten endes was ist dann satan ja es ist diese begriffs schutzigkeit also ich es ist doch eigentlich letzten endes doch nur eine erfindung dieses gut und böse und aber gibt es das eigentliche der satan existiert wirklich und mit ihm seine gefallenen dämonen die hier auf der erde ihr unwesen treiben und durch so influencer und stars die er unter kontrolle hat versucht er jede also viele seelen mit in die hölle zu reißen und du das geht sehr sehr gut durch so genannte stars influencer die millionen von abonnenten haben und er gibt ihnen ruhm reichstum und erfolg und sie müssen ihm seelen einbringen du siehst zum beispiel dass die stars überhaupt kein blatt mehr vor dem mund nehmen das neueste video von justin timberlick hast du das gesehen nein überhaupt nicht nein ja nach diesem gespräch guckte das mal einmal die das neue das konzert von madonna das neueste konzert also das aktuellste die hält einfach ein ritual vor den ganzen leuten ab ein satanisches ritual wie man menschen umlegt und sowas und dann fängt ihr konzert an und die leute sind gerade alle in diesem götzendienst gefangen und wir stehen gar nicht dass diese frau den leuten zeigt dass die satan dient und dass die gerade eine opferung darstellt und das schlimme ist in einem neuen video von warte mal warte mal wo kann ich das in youtube oder irgendwo er gibt einfach ein madonna konzert also das aktuelle die leute die blatt mehr von dem und die zeigen den leuten dass sie da satan dienen dass er hier auf dieser welt existiert und die weil die wissen dass die breite masse verloren ist die kommen niemals darauf dass es ein kampf zwischen gut und böse ist und zwar jesus christus gegen den teufel ist das nie aufgefallen dass die satanisten immer das kreuz umdrehen hast du nie irgendwie damit also auch schon wieder das kreuz umdrehen ja wo soll ich wo soll mich das also ich muss dazu auch sagen ich bin jetzt gar nicht so wirklich so auf auf diesen ganzen sozialen netz plattform ist es einfach nur muss sie das einfach beantworten wenn satanisten mein lieber wenn satanisten ein umgedrehtes kreuz als sie symbol nehmen und satan dienen gegen wen sind sie denn dann ja gut aber es gibt ja auch hermels muss ich sagen gegen wen sind diese leute wenn sie das kreuz umbringen ja gut da kann man natürlich das gegenteil annehmen klar logisch dann ist das eher dann die andere richtung klar also laut 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 weil der satan mein gegner ist gott und jesus christus ist gott das ist das sie drehen also das kreuz um weil sie gegen christus sind das sind antichristen so wie der islam der islam ist die größte antichristlichste strömung der gesamten welt und das sagt uns auch der erste johannes brief kapitel 2 vers 22 wer ist der lügner wenn nicht der der leugnet dass christus dass jesus der christus ist das ist der antichrist der den vater und den sohn leugnet welche religion lehnt und lehnt jesus christus als den sohn gottes vehement ab wow ok sie ist also was die bibel uns sagt anhand einiger kriterien erkennen wir antichristen und der islam gehört mit zu der größten antichristlichen strömung der gesamten welt frage zum judentum bitte ist da auch die richtung ne mit judentum haben wir nichts zu tun aber ist der jüdische glaube also ich meine egal jetzt was jetzt so in der welt passiert auch es tut mir leid für palästina mein herz für palästina aber die geschichte ist die sache ist auch die dass was was treiben wir momentan was treiben denn die juden oder die israelis dort mit ihrem fanatischen glauben also wie sind die jetzt momentan geordnet ist was ist damit der ganze konflikt ging ja erst was der ganze konflikt ging ja los als die hamas da eben mit fallschirm in eine technoparty oder was auch immer das war also eine normale party und freien mit so fallschirm dort gelandet ist und dann ein massaker angerichtet hat und die israelis dann halt mit gewalt zurück geantwortet haben und dann einmal steht sie in den gazastreifen umhals die haben dann zu bekriegen und zu bekämpfen aber du siehst ja dass die hamas ja nicht sich den israeliten stellen sondern sich einfach feige in so krankenhäusern verschanzen schulen in zivilisten warte mal warte mal warte mal wir haben doch nicht sehr viele möglichkeiten was soll machen die hamas soll einfach weg gehen von der bevölkerung und soll diesen krieg gegen israel dann starten wo ist das problem ihr wollt doch ein krieg gegen sie anzetteln da gibt es aber millionen von menschen die das nicht wollen fertig aus ihr wollt doch den krieg gegen israel dann sucht den krieg und dann müsst ihr auch mit dem mit dem rechnen was die euch dann antun verstehst du auch nicht schlecht die auch nicht schlecht eine sehr gute sichtweise ja habe ich schon noch nie gesehen denkst du die ganzen palästinenser sind für den krieg die die armen die wollen auch in frieden leben und in freiheit und alles die hamas die will die juden ausrotten kein problem ihr wollt also gegen die juden kämpfen dann lasst die bevölkerung beiseite kämpft wenn ihr gewinnt ist gut habt ihr gewonnen wenn ihr verliert dann lasst die armen anderen leute ihr leben leben und geht nicht in irgendwelche zivilen bevölkerung rein und nimmt sie als schutzschilder der führer von hamas der sagt uns ist das leben der palästinenser egal wir wollen an unser ziel das sagt in einem interview von den ganzen leuten verstehst du wo wir gelandet sind beide seiten sind sehr 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 extrem planung der führer der hamas sagt uns ist die bevölkerung uns ist die panel unsere eigene palästinensische bevölkerung völlig egal verstehst du was hier abgeht ja 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 gut so habe ich das noch nie gesehen ich habe es immer nur gesehen dass ich mir gedacht habe mensch wir haben kinder frauen was meinst du mein lieber was meinst du viele tränen ich vergossen habe weil es diese ganzen bilder gesehen habe auch bei ich kann ich mal angucken das zieht mich so sehr runter und so schwer für mich so was zu sehen ja also war okay was ich damit sagen will wenn die hamas wirklich so heftig ist und den streit gegen israel sucht sollen sie gefährlichst die zivile bevölkerung beiseite legen und sich gegen die leute stellen ihr wollt juden verrichten okay dann geht und kämpft gegen sie mal gucken ob sie ankommt gegen das volk gottes mal gucken da sagst du auch schon volk gottes das außerwählte volk die muslime haben damals schon die die lehre ihres lebens bekommen als sie den drei tagekrieg gegen israel verloren haben die ganze muslimische welt hat zugesehen wie ihre ganzen länder auseinander genommen wurden von ein paar hundert paar tausend juden weißt was das heißt der hat mit diesem kleinen volk gekämpft es war gott der sein volk ja liebt sechs tage schuldig und sechs tage mussten wir mal vorstellen in sechs tagen hat israel die ganze islamische länder auseinander genommen ein volk das so israel ist ja so groß wie das bundesland hessen ja die einzige demokratie im nahen osten die sich mit den ganzen islamischen ländern anlegen muss man mal vorstellen wie heftig dieses volk ist wer kämpft mit diesem volk das müssen wir uns tragen ein blick in die bibel würde ausreißen was wäre die lösung was die lösung ist ja was wäre die lösung für mich gut eigentlich überhaupt ja natürlich richtig gut ich sage dir was die lösung ist jesus christus ist die lösung weil er der erlöser ist wenn die menschen doch nur auf jesus christus hören würden matthäus 5 vers 43 liebe deine feinde tu wohl den die dich hassen und bitte für die die dich beleidigen und verfolgen was meinst du wie die erde aussehen würde wenn wir uns daran halten würden sag es mir ja 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 ich bin moralischer mensch aber ich sag ganz ehrlich da fehlen mir die worte natürlich fehlen mir die worte du siehst also dass der herr jesus christus etwas sagt und die menschen etwas anderes tun würden wir uns doch nur an die worte des christus halten wie würde die erde aussehen jeder würde den anderen lieben und zur vorkommend behandeln oder richtig so wie wir menschen begegnen und daher hast du die beste antwort die ich dir geben konnte christus der erlöser die leute brauchen jesus hey war cool mit dir hat mich gefreut ich wünsche dir noch einen schönen abend mach weiter so ich glaube natürlich dass du alles gleich zum glauben an den herr jesus christus kommst und deine schuld vor ihm bereust ok schönen Abend noch hallo mein lieber hallo mein lieber gott segne dich und deine familie danke dich auch ich war ja vorhin schon mit dir im gespräch aber dann irgendwas mit dem internet keine ahnung aber ich habe mich vorhin kaputt gelacht als du den hier den 1 99 cent döner genannt hast echt ach du scheiße ich meinte dieses verständnis was seinen tag lebt genauso als würde ich gammelfleisch essen gehen für 99 cent und sagen wo das war ein toller döner mein bruder lass dich nicht aufregen von solchen menschen die ja ich erwarte auch von einem 18 jährigen dass er ein wenig grips mit sich bringt dass er ein wenig du hast doch schon mehrfach gesagt die leute die werden einfach hineingeboren in dieser islamischen welt und die kennen nichts anderes außer den den islam und also ich sag dir einfach ganz nur ganz ehrlich bruder lass dich von solchen menschen nicht ärgern lass dich nicht da provozieren was auch immer und wie der eine schon gesagt hat gerade eben blume finde ich echt super respekt an dich du hast für für egal was hast du auf jeden fall schon alles parat du weißt schon du bist auf jeden fall da in der guten richtung und ich folgt ja auch und ich höre dir auch immer gerne wieder zu weil das was du alles hier sagst macht als erstens sinn und solltet und als zweitens ist auf jeden fall logisch weil ich bin so ein mensch wenn mir was nicht klar ist oder wenn ich das nicht logisch finde dann hallo ja rede weiter ich habe nur die leute dazu an ich bin so ein mensch wenn wir was nicht logisch oder nicht klar ist dann kann ich es auch nicht verstehen oder beziehungsweise auch nicht glauben weil hier beispielsweise viele muslim haben ja auch das recht vier ehefrauen zu haben ja ist das richtig das wollte ich gerade sagen stelle aber stelle mal vor es wäre wahrscheinlich im islam erlaubt jetzt umgekehrt dass deine frau vier ehemänner haben darf was meinst du wäre da werden die muslime damit einverstanden ich glaube die hätten die frau abgehackt ja daran siehst du auch wie doppelmoralisten das sind dass sie das akzeptieren dass ein mann das haben darf aber auf einmal würde gott sagen eine frau darf bis zu vier kerle haben aber ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen weil warum sage ich dir ähm weil abraham der prophet abraham der hatte ja auch zwei frauen sara und die ich weiß nicht wie ich sie auch wie agai müsste es sagen mit der hat er auch ein kind gehabt ja genau weil die die sara hat ihnen ein kind gebärt im hohen alter genau ja aber mit der dienerin hat er doch auch ein kind gehabt er hat auch ein kind mit der dienerin gehabt ja genau und ich denke von dem kind mit der dienerin kam ja dann dieses islam und muslimische was für sich da das ist was ganz andere die kommt es ist nicht der stammvater der araber das wird immer so gesagt aber es gibt nie zu große beweise dass der israel überhaupt nichts mit den arabern zu tun hat weil der hat doch die frau also die dienerin verstoßen und den den sohn dann und hat die dann irgendwie in der wüste was auch immer ach ich habe mir da so mal was im fernsehen geguckt naja okay mein lieber gott singen ist schon deine familie danke dich auch mein lieber ciao ciao die 300.000 geknackt hallo 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 oh hast du aus versehen gemacht ne ich tu dich raus ja das ist nicht jedermanns sache so vor 750 leuten zu reden das ist schon heftig ne manchmal wenn so 1100 leute sind das ist schon krass so wie diese eine die gerade letztens oder gestern war das reingekommen ist vorgestern wo sie sich auf einmal gedacht hat boah 1100 leute vor so vielen leuten zu sprechen das ist ja und nicht mehr raus konnte genau hallo hallo mein lieber gott singen dich und deine familie ja ja was hat dich dazu geleitet dass du den islam verlässt was war der grund ich konnte es nicht ertragen dass mohamid meine frau wollte in surha 33 vers 50 da hab ich mir gedacht das kann niemals ein prophet sein dass gott ihm sowas erlaubt meine geliebte frau die ich liebe mit der ich kinder habe die ich ihm geben muss damit er sie in ruhe penetriert penetriert. Okay. Wo, dann kehrt du RBK zurück, ja? Mach mal Videos mit ihm. Yallah. Danach kommt auf einmal RBK, siehst du? Bist du für eine Zwei-Staaten-Lösung? Ich bin für Frieden, dass jeder sein eigenes Land hat und in Frieden lebt. Wo ist das Problem? Jeder soll den anderen in Ruhe lassen. Wenn die einen islamisches Recht praktisieren sollen, dann sollen die, am liebsten würde ich den Muslimen so ihr eigenes Land irgendwo im Nahen Osten geben, wo sie untereinander Scharia miteinander praktizieren und uns in Ruhe lassen mit dieser Religion. Und dann sage ich, ich bitte dich, du willst Allahs Gesetze hier? Bitteschön. Ich werde dir sogar, meine Geschwister und ich und alle werden dir sogar dieses Flugticket spendieren. Ist kein Problem. Bitteschön. Du willst Allahs Gesetze? Da. Da ist One-Way-Ticket in dein schönes, schönes Fleckchen. Da kannst du den ganzen Tag Nackentherapie verpassen, Hände abmürksen und Mutter-Ehe praktizieren und die Kufat irgendwann mal irgendwo in diesen Regionen bekämpfen. Aber bitte, lass uns in Ruhe mit sowas, bitte. Küss dein Herz. Küss dein Herz. Küss dein Herz. Lass uns doch einfach in Ruhe. Lass uns doch einfach in Ruhe, bitte. Wo kommst du? Ich komme aus einem fernen Ort. Fern. Das kannst du nur erreichen mit einem Fernglas. Fern. Lustig, wie ABK dich braucht und nicht du ihn. Ja, heftig, ne? Was meinst du, wie viele Muslime ABK angeschrieben haben? Er hat gesagt, mach wieder Videos mit Ex-Muslim. Hundertprozentig. Die haben den so belagert bestimmt und die ganzen Nachrichten von ihm voll gespammt. Bitte mach wieder was gegen Ex-Muslim. Bitte wieder Ex-Muslim. 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 So wie die hier bei mir reinkommen, so kommen die auch in Scharen bei ihm. Moin. 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 Was ist das Thema? Das Thema ist, Mohamed wollte das Geld der Menschen abzocken, um ihm einen Platz im Himmelreich zu versprechen. Ja, in Sorge 64 Vers 17. Nächste mal vor. Ja, kein Problem. Bist du Moslem? Ich bin der dreifache Super-Muslim. Ja, krass. Hälfte ich? Ja. Da kann ich nicht doch ernst sein. Mein Name ist Ex-Muslim. Da sagst du, du musst den? Digga. Digga. Digga, genau. So würde ich dich sehen. Immer digga und alter. Es ist Spaß, also. Wenn du keine Spaß verstehst, dann ist es dein Problem. Achso, du hörst dich aber sehr, sehr ernst an. Ich hab nicht da. Ich hab Angst. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Könnt du das nicht mehr unter Spaß und Ernst unterscheiden? Nee, nee. Tut mir leid. Tut mir auch leid. Verzeihst du mir? Nein. Nein? Hier, Sorge 64 Vers 17. Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird er es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Allah ist stets dank und bereit und nachsichtig. Und jetzt gehen wir die Tafsir da rein. Was ist damit gemeint? Ja. Ja. Tafsir ibn Kathir. Ja, aber da steht in dem Koran, dass Mohammed Geld abzockt. Ja, genau. Da stand er nicht. Ja, jetzt müssen wir dafür das bessere Verständnis in die Tafsir reingehen. Was ist die Erklärung zu dem Vers? Von wem? Von ibn Kathir. Und was ist ibn Kathir? Wo steht das? Was ist ibn Kathir? Sagst du gerade zu mir? Ja, ich weiß. Er hat Tafsir gemacht. Aber in welchem Buch Bukhari sei Muslim wo? Er hat sein eigenes Buch der ibn Kathir. Was erzählst du da für ein Schott? War ein Sunnit. Er hieß war ein Sunni. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht an Sunni. Hast du gerade gesagt, was du ibn Kathir kennst? Ich weiß, dass er diesen Tafsir gemacht hat. Aber ich glaube nicht an Sunniten. Er ist einer der Uleimah die den Koran für dich auslegen. Er ist ein Mufasserin. Er ist ein Mufasserin. Nicht wahr. Allah sagt, dass einige Frauen und Kinder Feinde ihre Ehemänner und Väter bla 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 und ihr glaubt, lasst euch von eurem Besitz. Okay, sagt wahrlich unter den Frauen. Und ihr glaubt euch unter den Frauen. Warte mal. Das ist ein langer Hadith, äh, langer Tafsir. Du kannst mir Tafsir von Ahl al-Bait holen, oder wenn du das hast. Ahl al-Bait? Ahl al-Bait. Du bist Schiit? Ja, ich bin Schiit. Die Nachfolge des Propheten. Achso. Ja, wie liegt ihr denn Zuge 64, Vers 17 aus? Es gibt viele Tafsir. Also, bei, zum Beispiel, bei Ja'far al-Sadiq alaihissalam. Aber da wird nicht gesagt, dass ihm halt Geld abgezockt wird. Das ist falsch verstanden. Nee, ich habe einfach nur die Tafsir von Ibn Kassir gelesen. Da steht, dass Mohammed von Abu Ad-Darda das gesamte Land, Länder rein genommen hat und ihn einen Platz im Himmelreich versprochen hat. Als wäre Mohammed Gott. Ja, aber Ibn Kassir hat sich nicht verstanden. Anscheinend. Meinst du, der Ibn Kassir zitiert aus seinen eigenen Gelüsten? Ja. Zu tausend prozent. Was macht Jafar? Ja'far al-Sadiq das Nachfolge des Propheten. Das Nachfolge des Propheten. Was zitiert aus seinen eigenen Gelüsten oder was macht er? Nein. Er hat dieses Wissen von seinem Opa. Von Ibn Kassir denn sein Wissen? Er hat sein Wissen von der Toilette. Interessiert mich noch. Von der Toilette? Ja, von der Toilette. Ach so, und wenn ein Sunniter dann zu dir sagt, dein Imam Jafar al-Assad hat das Wissen von McDonalds. Bist du dann glücklich? Nein, kann er nicht sagen. Ja, also du siehst, warum beleidigst du denn einen islamischen Großgelehrten? Interessiert mich nicht. Er kann nicht sagen. Aber dann darfst du dich nicht wundern, warum die deine deine schiitischen Imame dann in den Dreck ziehen. Entschuldigung. Ich kann dir nichts sagen. Warum? Du sagst, dass der Kot und die Urin von euren imamen heilig und rein ist. Dass du das fressen und trinken kannst. Ist das normal? Nein, habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge von dir. Nein, ich sage, die schiitischen Imame sind unbequembar. Und ihre Kacke und ihr Urin ist wundervoll. Du kannst dich davon ernähren, schön essen und trinken davon. Was bist du jetzt? Bist du Christ oder so? Jetzt weicht er schon wieder vom Thema uns. Es ist heftig. Nein, ich antworte dir direkt. Es ist unangenehm für dich, Kacke und Pipi zu trinken. Nein, sag mal ganz kurz. Ich antworte direkt, aber du musst mir ganz kurz sagen, bist du einer Religion angehörig und welcher? Ich gehöre zu keiner Religion. Ich gehöre zu Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, der deinem Ausgaben an Wurstaub. Es ist ein Universum. Es ist die Scheiße von Jesus Christus, Heilig. Bitte was? Es ist die Scheiße von Jesus Christus, Heilig. Alles an Jesus Christus ist heilig, weil er der ewige Sohn Gott ist. Wenn der Herr Jesus Christus mir so was gesagt hätte, hätte ich das sofort in Frage gestellt, weil er heilig und gerecht ist und so was niemand sagen würde. Aber deine Imame sagen, guck mal hier durch die Ausleger, beim Gebet muss man sich vor denen nicht fernhalten, denn dessen Urin und Kot riecht sehr schön. Wer so was deren Urin und Blut und trinkt und den Kot ist, für sie hat Allah das Höllenfeuer verboten erklärt und sie kommen in das Paradies. Anwar al-Wilaya, Seite 330 bis 339. Mir geht Lust. Ich glaube, es ist auch Lust. Ist das ein kleiner... Also die Kacke und Pipi trinken von Imame, he? Ja, das mache ich aber nicht. Ich glaube nicht. Weißt du, was das Kacke ist, bei Jesus Christus, der ja Gott der Allmächtige ist, würde ich das eventuell noch verstehen, was absolut heftig und zerstörend ist. Aber imame, die ja voll die Sünder sind und alles, da geht die Kot und Urin trinken und essen. Laterate, wie wir sagen, was war es im Festival? Woher wird das Kufi? Weißt du, dass du für dein einiges Wert setzt dafür zahlen musst später, wenn du falsch schlägst? Weißt du das? Was muss ich zahlen? Du musst jedes Wort gesagt aus deinem Mund später zahlen? Wenn das nicht stimmt. Bei wem muss ich denn bezahlen? Bei einem fliegenden Schienen oder bei zwei rechten Händen oder bei einem Gott, bei einem bei einem Gott. Bei Gott. Ja, aber ich möchte auch wie Al-Hussein die Hand von Allah schütteln und mit ihm auf dem Bett liegen, so wie deine islamische Schriften das sagen. Ja, stimmt nicht. Das stimmt. Das meine ich, da siehst du, alles stimmt nicht, alles, was ich sage, was bei dir in den Schriften steht, stimmt. Aber die Sache ist, die Sache ist, ihr habt auch katholisch und orthodoxisch und das sind auch katholische und orthodoxe. Weil ich bitte jetzt nicht aus und lenke dich einfach. Das weiß ich nicht aus. Nein, 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 nein. Aber du sagst, dass Allah Al-Hussein die Hand geschüttelt hat. Nee, nee, nee. Auf dem Bett lag. Das, 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 das. Nee, nee. Stimmt das, dass Allah die Hand von Al-Hussein geschüttelt hat und mit ihm auf dem Bett lag? Nein, stimmt nicht. Okay, wir gucken nach, ob das stimmt oder stimmt nicht. Okay, du sagst, das stimmt nicht, weil du dich schämst. Okay, du hast, du kriegst, kriegst was. Ruhe im Karton, hört zu. Nein, nix rum im Karton. Ruhe im Karton, hört zu. Ja, nix rum im Karton. Gott, der Allmächtige besucht Al-Hussein schüttelt ihm die Hand und liegt mit ihm auf dem Bett. Wo finden wir das? Hier, guck mal. Dann brauchst du nicht zu suchen, ich glaube nicht. Du kennst das? Nein, das kenne ich nicht. Du kennst das nicht? Nein. Ja, warum kennst du das nicht? Ich meine, du hast mich nicht interessiert. Ach so, deine eigenen Quellen interessieren dich nicht. Das ist alles aus dem Kopf. Meine eigene Religion sagt mir sowas nicht. Aber die sagt dir das doch, doch. Dann sagt mir nicht. Absolut. Nein, du hast es von so schrecklich an. Absolut. Nein, absolut nicht. Absolut. Die Sache ist doch im Christentum darf er noch nicht besorgen sein. Wir sind alle Menschen dort draußen besorgen. Lenkt nicht ab, Mann. Echt? Antwort mal. Wir gehen nicht von Thema zu Thema. Warte doch erst mal, bis ich hier eine Sache erledigt habe, okay? Locker die Hälfte hier im Chat wir sind auch alle betrunken. Obwohl deren Gott Jesus, Heilige Maria sagt, seid nicht betrunken. Dein Gott sagt in Zuge 16, Vers 67 dass du dir Alkohol gehst. Dein Gott der Scheiße und passen kann. Ja, aber dein Gott hat ein Gesäß wofür sitzt er auf deinem Stuhl hat, kackt er? Nicht. Was denn schiitischen Quellen sagen im Jahr Al-Anwar Band 4 auf der Seite 36 dass dein Gott sitzt mit seinen Hintern. Nein, stimmt nicht. schon wieder stimmt nicht. Ich will nie wieder komm nie wieder hier hin sagt ihr schon wieder stimmt nicht. Alles, was ich denen sage, stimmt nicht. Alles, habt ihr das gesehen? Sobald es problematisch wird stimmt nicht. So einfach, damit wir uns wohlfühlen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Auch nicht. Nein. Stimmt nicht. Lehn ich ab. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Du hast gelogen. Ihr seid Lügner. Ihr Kuffar. Lass mich in Ruhe. Nichts damit zu tun. Bilal Al-Anwar. Genau. Bilal Al-Anwar. Das heißt Bihar. Nicht Bilal. Ja. Unglaublich. Bilal Al-Anwar. Das findest du auf Schia-Online-Library auf ihrer Seite. Das ist eine akkurate Seite von den schiitischen Muslimen. Schia-Online-Library. Stadt der Wunder. Das Buch. Stadt der Wunder von Herr Haschim Al-Bahrani Teil 3 also Band 3 auf der Seite 464. Hussein sagte, Gottes Gebete seien mit ihm. Er sagte, sie werden in diesem Zustand bleiben, bis der Kaim, Friede sei mit ihm, aufsteigt. Und wenn der Kaim, Friede sei mit ihm, aufsteigt, werden sie sich darin versammeln. Unter ihnen Al-Hussein bis Karbala kommt, bleiben alle himmlischen oder irdischen Gläubigen, außer dass sie Al-Hussein, Friede sei mit ihm, so weit umgeben, dass Gott der Allmächtige Al-Hussein besucht, ihm die Hand schüttelt und sich zu ihm aufs Bett setzt. Der Allah kommt wie so ein Versicherungsvertreter und schüttelt alles in die Hand. Hallo. Na, alles gut? Und dann setzt er sich und legt sich mit ihm aufs Bett. Und ihr wollt mir sagen, was ist das bitte? Ist ja natürlich metaphorisch gemeint. Ist ja klar. Natürlich, klar. Metaphorisch. Jemanden die Hand zu schütteln ist natürlich metaphorisch gemeint. Ist klar. Selbstverständlich. Das ist, weil ihr euch schämen. Das ist das. Falsch übersetzt, genau. Kannst du Videos drehen mit ABK? Ja. Guck mal, wie gefällt dir dieses Video? Hat dir dieses Video gut gefallen? So ein Kind, da schmeißt du mich runter? Du gehst mir auf. Alles, was ich dir sage, sagst du nein, nein, nein. Was soll ich mit dir noch ein Gespräch führen? Alles nein, nein, nein. Was ist das bitte? Alles, was ich dir sage, sagt er nein, nein, nein. Man sagt dir, warum schmeißt du mich runter? Wenn du wenigstens ehrlich geblieben wärst, hätte ich gesagt, okay, der ist wenigstens ehrlich und sagt, gib das zu. Danke. Leute, die 400.000. Drei, zwei, eins, jetzt alle zusammen. Guck mal, wir sind 900 Leute. Wenn wir ein bisschen alle zusammen liken, haben wir gleich die 500.000. 500.000 jetzt. Alles mal neun. Ich habe eine Frage an dich. Ja, Fakum. Wie lange warst du Muslim gewesen? Mein ganzes Leben lang. Und seit wann bist du jetzt kein Muslim mehr? Seit 2013. Nee, sogar länger. Ich habe 2011 oder so den Islam verlassen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, wenn ich fragen darf, wie kam das dazu? Plötzlich einfach so? Plötzlich nicht. Man setzt sich hin und setzt sich mit seiner ehemaligen Religion auseinander. und will herausfinden, was das Ganze auf sich hat, wenn zum Beispiel da steht, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, dass die Bibel verfälscht wurde, dass der Dinge sagt, die ultra schlimm sind und man herausfinden will, ob der Islam überhaupt den ganzen kritischen Standpunkten standhält, verstehst du, die die Kritiker halt bringen. und dann siehst du, dass der Islam komplett auseinander fliegt. Komplett auseinander fliegt. Du siehst also, dass auch im Koran sich Dinge befinden, die besser nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Zum Beispiel, dass Allah seine heiligen Wörter von, also beziehungsweise, dass er seine Wörter von Menschen klaut. Wir wissen in Suche 5, Vers 32, dass die Worte nicht von Allah sind, sondern von einem jüdischen Rabbiner. Und das befindet sich im Talmud, diese Worte. Wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als hätte die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand eine Seele erhält, so ist es so, als hätte er die ganze Menschheit erhalten. Dieser Vers, so wie du ihn findest, findest du im Talmud, tausend Jahre vor dem Islam. Da hat Mohammed das mit Suche 5, Vers 32. Ich glaube, eigentlich an das alte Testament, oder? Natürlich glaube ich an das alte und das neue. Natürlich ist alles von Gott eingegeben. Okay. Das ist einer von unzähligen Beispielen, einer von unzähligen Beispielen. Bist du eigentlich den Koran komplett durchgegangen? Natürlich, klar. Und da hat er dir den Weg nicht gezeigt, quasi, den gerade Weg? Oder den richtigen Weg? Den geraden Weg zu Jesus Christus hat er mir gezeigt, in Johannes 14, 6. Der Koran. Genau. Echt? Ja, natürlich, klar. Der hat mir bewiesen, dass Jesus Christus auch Gott im Koran ist. Krass. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, deswegen. Ist ja kein Problem, wenn ich dich frage, ich weiß, was acht Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben, würdest du sagen, ich glaube, Amir ist allwissend. Oder würdest du sagen, Amir ist einfach so ein Zauberer, der weiß irgendwie acht Milliarden Menschen, was die in den Häusern aufgespeichert haben? Deswegen habe ich hier gefragt, wie lange du Muslim warst und so ist eine ganze Familie jetzt auch so Christus oder? Na du. Ich und mein Bruder. Na okay. Danke. Na, so cool. Was ist denn mit dir? Bitte? Was ist denn mit dir? Also, ich sage dir mal ganz ehrlich, ich bin Roma, aus Mazedonien. Ich bin so quasi Muslim geboren, aber ich finde noch nicht richtig den Weg so. Weißt du, ich habe auch viele Verwandte, die Christen sind. Und einige die Muslime sind, Bitte? Und einige die Muslime sind, ne? Und jetzt bist du so zwiegespalten, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich erstmal die Bibel am durchgehen. Natürlich auch den Koran, aber ich habe gesagt, ich mache erstmal die Bibel und danach den Koran und dann gucke ich, wo mein Herz stehen bleibt für die. Und sagen dir, sobald du anfängst, die Evangelien zu lesen, wird dein Herz für Jesus Christus schlagen. Hundertprozentig. Du musst dir mal vorstellen, der Mohammed, in Zuge 33, Vers 37, hat die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Und du weißt, alles was er macht, macht er im Willen Gottes, der Typ. Also der Mohammed. Okay. Ist das also... Also wie gesagt, ich will nichts Falsches sagen jetzt zu dem Glauben oder was, jetzt wegen Muslim oder Christen oder so. Ich will das in Ruhe mit durchgehen alles und dann muss ich mir meinen Weg finden. Ja. Ich hoffe natürlich, dass du komplett dich damit auseinandersetzt und dementsprechend auch eine kluge Entscheidung triffst und zwar für das ewige Leben Jesus Christus. Ich hoffe, ich hoffe, dass es so kommt. Sobald du merkst, wer der Herr Jesus Christus ist, wirst du dir die Sprache verschlagen und du wirst auf deine Knie gehen und den annehmen als dein Herr und Eiland. Ich war mal öfters mit den Bekannten von mir auch in die Kirche und so, da haben die dann auch bei Jesus Christus und so und da sagen die, das spürst du direkt innerlich, dass das das wahre ist und so. Und ich war auch viel mit Brüdern auch in der Moschee und so, die sagen mir das gleiche. Deswegen ist es immer bei mir immer so ein hin und her so. Deswegen habe ich gesagt, jetzt erst mal mal durch. Es geht ja hier nicht um spüren. Du sollst ja Gewissheit haben, was dein Glaube überhaupt ist, an was du da überhaupt glaubst. Der Glaube muss ja auch bewiesen werden. Wir brauchen uns nicht nach Gefühlen oder Emotionen zu berufen. Klar ist das schön, wenn du dich zum Beispiel auf etwas, wenn du auf etwas stößt, was dir eine gute, positive Emotion gibt, aber es kann auch trügerig sein. Verstehst du? Daher musst du dich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Du musst also, der Glaube muss bewiesen werden und nicht durch irgendwelche Schauen und Hi-Hah-Hu und Bu-Bu-Bu und hast du nicht gesehen. Nein. Du setzt dich hin, setzt dich mit den ganzen Fakten auseinander. Was sind die Beweise? Und dann gehst du einfach Ganze durch. Die Bibel spricht von nichts anderem, als dass Gott selber auf die Erde kommt, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Das ist das. Und so ist das. Und damit musst du dich dann befassen. Du musst also herausfinden, ob Jesus Christus wahrhaftig gekreuzigt wurde, auferstanden ist, seine Gottheit, die Dreieinigkeit und, und, und. Nein, das mache ich auf jeden Fall. Ich tue immer folgen, dann werde ich öfters mal reinkommen. Ich hoffe natürlich, dass du dir heute auch Zeit nimmst für Jesus Christus, dass du, wenn du zum Beispiel keine Lust zum Lesen hast, dass du dir einfach die Hörbibel anhörst. Ich höre mir diese Hörbibel. Ich mache das Hörbibel. Sehr, sehr gut. Und suche Gott von Herzen und er wird sich dir offenbaren. Vertrauen, ihr glaubt mir. Jesus Christus. Ich hoffe. Sei schlau. Wähle den Herrn Jesus Christus und keine Religion. Danke dir, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Du bist ein guter Bruder. Ich auch. Alles Gute. Ciao, ciao. Ich liebe euch auch, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Ich habe eine Frage. Warst du, wo du Muslim warst? Sunniter oder Schiiter? Das hat mich für die sunnitische Richtung entschieden gehabt. Ist mir egal. ABK wurde für dich gekreuzt. Was für ein Blödsinn. Schämt dich kein bisschen. Guck mal, was der ABK angerichtet hat. Ihr müsst euch mal vorstellen. Hi, Amir. Hallo, Mann. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch. Ich höre mir das so längere Zeit an und wenn man dann auf TikTok geht, frage ich mich, warum in letzter Zeit, wo man sagen kann, keine Ahnung, ein, zwei Jahre so, wie kann man das nennen, gehetzt wird. Das sage ich, weil ich bin selbst katholisch und ich würde sagen, die meisten in meinem Freundeskreis sind alle Moslems und bei den Freunden, die ich als Moslems habe, ich habe noch nie gehört, dass die irgendwie schlecht über meinen Glauben gesprochen haben oder ich über deren Glaube. Dann frage ich mich, wieso kommt, oder was denkst du, warum das alles so zustande kommt in letzter Zeit? Dass die so schlecht über das Christentum reden, oder was? Ja, oder dann auch jetzt du jetzt zwar nicht oder wie soll ich sagen, keine Ahnung, wenn du jetzt vorhin war ich eben gerade, habe ich mir das live angehört von diesem Liebe zum Hadith. Ich wollte gerade sagen, du hörst dich an wie Montana Black, einer hat das hier reingeschrieben. Du hast fast die richtige Stimme wie er. Okay, auf jeden Fall, dann war ich bei diesem Chat da, Liebe zum Hadith und wenn du diesen Typen reden hörst, ich als Christ oder als Katholik würde nie irgendwie deswegen sagen, so scheiß Moslem, weil die meisten, die ich alle kenne, du sollst wieder sagen. Nee, ich will dir das so erklären, weil er sagt, ihr seid alles, also er sagt wortwörtlich, ihr seid Ungläubige, ihr seid dies, ihr seid das, so und wenn man bei dir jetzt drin ist. Was sollte denn deiner Meinung nach anderes tun? Sein Buch sagt, dass du ein Ungläubiger bist. So. Was soll der mit dir nach dem Scharia machen? Er muss dich nackentherapieren eigentlich. Ja, aber das, was ich dir damit sagen will, so ich bin in den 80ern groß geworden mit Moslems und wir waren, sage ich mal, die einzigen Katholiken in dem Haus, wo wir gewohnt haben. Über uns hat ein Hoxha gewohnt von der Moschee, unter uns haben Türken gewohnt, aber vielleicht ist es auch so, dass ich mir manchmal denke, ich glaube, die Türken, die ich als Moslems kannte, die ticken komplett irgendwie anders als wie Andersgläubige. Die sind dann eher feindseliger, den Katholiken gegenüber. Das ist meine Meinung jetzt. Muslime sind im Allgemeinen gegenüber alles feindlich, was nicht islamisch ist. Das musst du dir immer vor Augen halten. Kann sein, Bruder, aber... die stehen jedem feindlich gegenüber, der ihre Religion ablehnt. Sobald du Mohammed ablehnst als Prophet, bist du dran. Egal, was du bist. Sagst du einmal, pass auf, sagst du einmal, dass Mohammed kein Prophet war, werden sie die Schnacken therapieren. Das mag sein. Gut, diese Themen hatten wir nie. Ich weiß, dass ich rüber oder hochgegangen bin zu unseren Nachbarn, wo sein Vater Hodge an der Moschee war und ich war immer willkommen bei denen und umgekehrt genauso. Vielleicht war es auch, weil man nie über Religion gesprochen hat. Vielleicht mag das auch daran liegen, weißt du. Aber ich sehe das in letzter Zeit, da wird wirklich immer nur so, wo man sich sagt, Moslem gegen Katholiken und irgendwie ist alles... Ich persönlich finde es scheiße, weil ich kenne das nicht. Du sagst viele Sachen, die ich noch nie gehört habe, dann sagst du... Oder du liest Sachen vor, die ich vorher nicht gewusst habe und dann denke ich mir auch schon, krass, habe ich durch dich eigentlich jetzt so Sachen gehört? Ja, es gibt nicht mehr, ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die sich so intensiv damit beschäftigen. Klar gibt es einige, die das machen, aber jetzt beispielsweise du, dass du vielleicht nur so oberflächlich an der Oberfläche gekratzt hast und nicht tief so eingedrungen bist wie viele andere. Also ich kenne das, ich bin damals so in den Ende der 80er Jahre, ich habe Freunde von mir begleitet zur Moschee. Ich habe draußen gewartet, die haben gebetet. Und für mich war das normal. Mein Freund geht beten, ich warte, danach haben wir, keine Ahnung, Zeit miteinander verbracht, aber es gab nie irgendwie dieses so, wie ich das jetzt in letzter Zeit so über TikTok mitbekomme, weißt du? Und dann denke ich mir irgendwie, keine Ahnung, Politik hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass gehetzt wird, dass das so ist, dass das so sein muss und ist zumindest mein Bild, weißt du? Aber wenn ich dann Sachen höre, die du dann wiederum vorliest, dann denke ich mir, krass, das wusste ich nicht, habe ich vorher nie gehört. Ja, siehst du, das ist das Problem. Viele sind dann auch schockiert, auch von den Muslimen her, die mir zuhören und dann sagen die, was labert der Typ überhaupt da, was redet der, die können wir gar nicht folgen, weil die nie so weit waren, also so tief wie ich eingedrungen sind in den Islam. Verstehst du? Dann ist es für sie etwas ganz Neues, womit sie gar nicht umgehen können. Das ist das Problem, was wir haben. Die denken dann, dass ich lügen würde. Das ist das Kranke. Ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, so oder wie du das kannst oder wie du es weißt, ist das wahrscheinlich normal, ne? Ja, genau. Du liest Sachen vor, man hört das und dann denkt man sich, aber das Wichtigste für dich, lass mal alles andere erstmal beiseite. Das Wichtigste für dich ist, dass du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast und nicht, dass du einfach sagst, ich bin Orthodox, Katholik, Evangelikal oder was auch immer du findest. Die wurde mir in die Wiege gelegt, das halte ich meine Eltern. Das ist das Problem. Das, was du gerade bist, lässt dich aber immer noch nicht gerettet sein. Deine Beziehung zu Christus muss aufgebaut werden. Du musst eine persönliche Entscheidung in deinem Leben für ihn treffen und von Neuem geboren werden. Du musst bitte Johannes 3, Vers 3 lesen. Der wichtigste Vers der Bibel. Werde ich machen. Das ist sehr wichtig, dass du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugst und von Neuem geboren wirst. Verstehst du? Aus dem Geiste Gottes, dass du vor Gott, also vor dem Herrn Jesus Christus, in ein Gebet trittst und deine Schuld vor ihm bereust und umkehrst, den Heiligen Geist empfängst und von Neuem geboren wirst. Das schafft. Okay. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der hat sich original angehört wie Montana Black. Ja, siehst du, solche Gespräche habe ich auch wieder vermisst, dass ich den Menschen so ins Herz reinreden kann, dass die sich Gedanken machen. Nein, der Herr Jesus Christus ist Gott. Ich kann den Herrn Jesus Christus auch direkt erwähnen. Das ist, damit er weiß, vor wem er treten soll und seine Schuld bereut, nämlich vor Gott Jesus Christus, weil er Gott, der Allmächtige ist. Kannst du bitte mit Liebe zu Hadith reden? Ja, ja. Mit Liebe zur Magie. Amir, was ist dein Lieblingsvideospiel? Mortal Kombat. Hallo? Hallo, mein lieber Gott. Segne dich und deine Familie. Dings, du hast ja gerade gesagt, dass wir Muslime angeblich gegen alles was ist, was hast du gesagt? Gegen alles andere schießen und Nein, ihr seid gegen alles, was nicht islamisch ist. Ja, das stimmt aber nicht. Was stimmt denn an dieser Aussage nicht? Die Aussage stimmt einfach nicht. Im Koran selbst steht, dass wir euren Glauben respektieren sollen und wie unseren. Ach so, du meinst du, dass Al-Kafid und die Soro 109. Ach, du weißt ja noch nicht, du weißt, wovon ich da rede und wo sich das befindet. Nimm mal. Du hast ja noch nicht mal als ein Vers in den Koran gelesen, richtig? Das weißt du, ne? Sag mal, sag mal jetzt ehrlich, sag mal bitte die Wahrheit. Hast du überhaupt schon mal den Koran aufgeschlagen? Ja, na klar. Warum lügst du mich gerade so an? Warum soll ich dich dann anlügen? Weil ich spüre, dass du mich anlügst. Ich lüge dich aber nicht an. Doch, jeder muss dem weiß, was ich gerade gesagt habe, wenn du den Koran gelesen hättest. Wo befindet sich da eine Aussage denn? Das ist ein Klassiker-Vers. Den musst du aus dem FF draufhaben als Muslim. Wie ich das spüre, dass du lügst. Boah, wie ich das merke. Der geht sofort weg. Das ist heftig. Wie die... Das ist unglaublich. Das ist wirklich ein riesen, riesen Ärgernis. Auch wenn Muslime das so hören, dass er noch nicht mal weiß, dass Surat al-Kafirun ist. Ihr dient nicht, dem ich diene und ihr... Und ich diene nicht, dem ihr dient. Für euch eure Religion und für mich meine Religion. Wenn ich den gefragt hätte, welche Surah wurde als erstes offenbart oder die Mohammed als erstes bekommen hatte, hätte das auch nicht beantworten können. Obwohl das so Dinge sind, die du auf jeden Fall wissen musst als Muslim. Das sind so kleine Basic-Punkte, die du auf jeden Fall wissen musst. Das ist nämlich die Surah 96. Das ist die erste Offenbarung, die Mohammed bekommen hat. Und wo ist sie gelandet? In Surah 96, ganz hinten im Koran. Suren und Muren. Sehr gut. Suren und Muren. Der Schia Hamza, der ist so heftig, der Typ. Mein Bruder hat den so in seinen Koma-Zustand geprügelt, geistig geprügelt, dass er nur noch gesagt hat, Suren und Muren und eure Lügen. Boah. Da war für mich Feierabend. Nie wieder mit dem Typen reden. Hallo, Mann. Hört man mich? Ja, Mann, hört dich. Hi, grüß dich. Grüß dich, mein lieber Gott. Segen dich. Bruder, ich kann mal ein paar Fragen. Danke, bitte. Dir auch. Bruder, ich kann mal ein paar Fragen. Wie kann man ganz einfach die Trinität erklären? Das Prinzip, das ist ganz nackig. Dass Gott alles in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wenn Gott dreieinig ist, und dann muss alles um uns herum auch dreieinig sein. Unser ganzes Dasein besteht aus Dreieinigkeit, nämlich aus Zeit und Materie und, sagen wir schnell, Zeit, Materie und Raum. Okay. Und die Zeit definiert sich durch Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, richtig? Genau. Und alles drei bleibt was? Eins. Die Zeit, genau. Du siehst also, dass ein Begriff drei Komponenten haben kann, aber alles drei dieser einer Begriff ist, verstehst du? Materie setzt sich ja auseinander, flüssig fest und gasförmig. Ich weiß ja, ich wollte das nur mal aus deinem Mund machen. Damit du das vereinfacht verstehst, ist, dass alles um uns herum in seinem Ebenbild geschaffen wurde und dass dieses Dasein, was wir haben, definiert wird durch Zeit, Raum und Materie. Verstehst du? Diese drei Einigkeits, die sind durchdrängt von drei Einigkeiten. Okay. Dann fliegt der Gott des Islams auseinander, mit seinem fliegenden Schienbein. Sagen wir mal, der Islam ist falsch, ne? Ja. Was machen wir mit diesen ganzen Muslimen dann? Also was wäre die Lösung? Ja, man muss sich so viel wie möglich Wissen aneignen, damit du die Muslime auf einem intellektuellen Weg und auf einem Weg der Aufklärung bekommst, ne? Bekämpfen bringt nichts. Dieses Bekämpfen... Ja, Bruder, ich verfolge dich schon ein paar Jahre, ich kenne dich schon länger. Ja, genau. Ich kenne auch deinen. Ich bin auf dich mal aufmerksam geworden von diesen Lease-Projektzeiten damals schon. Genau, sieben Jahre ist das. Ja, seitdem kenne ich dich. Ich habe jetzt spontan einmal reingekommen, wollte dir mal Hallo sagen. Ja. Vielleicht qualif ich mich, ich bin jetzt gerade nicht so in Stimmung darüber zu reden, vielleicht nimmst du mich ja mal ein anderes Mal hoch. Habe ich aber gefreut auf dich. Gott segne dich und deine Familie. Danke, mein Lieber, wünsche ich dir. Okay, ciao. Ciao. Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt. Ich würde dich rauskennen. Ich würde dich rauskennen. Hallo? Hallo, mein Lieber. Hörst du mich? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke. Eine Frage. Wann kommt Shishaba? Demnächst. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Smoke and Pray. Smoke and Pray. Ja, genau. Ich habe zwei Eingänge in meiner Shishaba. Ein Eingang, da kommst du rein, voll fresh angezogen und dann wirst du bedient direkt mit einer Shisha. Direkt wenn du reinkommst, kriegst du deine Shisha und dann sitzt du da und dann auf einmal kriegst du dann irgendwann mal auch schlechtes Gewissen. Und dann hast du das Verlangen ja auch, direkt deine Schuld vor Allah zu bereuen. Was ist die Lösung? Der Nebenraum wird dann direkt für dich klar gemacht. Aber eine Frage, warte, eine Frage, ganz schöne Frage. Du kommst also von diesem Raum zum Nebenraum und dann ziehst du deine Schuhe aus, machst ab des und dann gehst du in den Spray-Raum. Smoke and Pray. Und wo sitzt du? Auf Shisha? Ne, ich sitze auf diese königliche Thron da vorne und schaue euch zu. Also, ich habe einen Platz frei für dich auf der Shisha mit ein bisschen Kohle. Du bist mein Ehrengast, Rashid. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir noch zeigen. Du bist ein Ehrengast sein, Rashid. Rashid. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Ich habe eine kleine Frage, nur mein Bruder. Ja. Was hältst du von einem orthodoxen Christen? Ich bin orthodox Christ, was hältst du davon? Beantworte so eine Frage nicht. Du musst ein Kind Gottes werden, was ich von dem halte und was ich von das halte und was ich von jedem halte. Nein, ich habe ein Video gesehen, was du gesagt hast, gegen orthodoxen Christen. Deine Aufgabe ist es, wenn du dich Christ nennst, deine Aufgabe ist es, Jesus Christus nachzufolgen und nicht irgendeiner Kirche oder einer Denomination oder Sonstiges. Wer ist dein Vorbild? Jesus Christus. Wem sollst du folgen? Jesus Christus. Wem sollst du dein Leben übergeben? Jesus Christus. Damit hat sich die Frage erledigt. Verstehst du? Ja, ich habe noch eine Frage, mein Bruder. Bist du am Fasten? Wenn ich faste, sage ich das nicht, weil der Herr Jesus Christus uns gewarnt hat, dass wir nicht rumposaunen sollen, wenn wir am Fasten sind. Von mir hörst du nie, dass ich faste. Okay. Also, dass ich das den Leuten sage. Ich faste. Nein, nein, aber wenn jemand dich fragt, mein Vater im Himmel das Verborgene sieht und es mir anrechnet. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Natürlich. Also, du kamst also nicht zu der Stelle, als der Herr Jesus Christus gesagt hat, wenn ihr fastet, dann lasst es niemanden wissen. Doch, aber ich wollte, ich habe dich ja nur gefragt. Deswegen frage ich es nicht. Als du gesagt hast, sagst du es niemanden? Dann sage ich, nein. Der Herr Jesus Christus hat es mir verboten. Verstehst du, mein Bester? Ja, ich verstehe dich. Alles gut. Deswegen. Wenn du etwas machst, dann zum Beispiel, wenn du auch was gibst, dann soll deine andere Hand nicht wissen, was die linke Hand tut und sowas. Verstehst du? So ist das. Und wenn du fast das dann gleich nicht wie dieser religiösen Heuchler, du siehst ja, wenn die Muslime, danke, du siehst ja zum Beispiel die Muslime, wenn die Fasten ganze Welt weiß, auf einmal Ramadan, oh, wir müssen alle Rücksicht nehmen auf die Muslime. Was ist mit den Christen? Obwohl die... Ja, das habe ich auch gesehen. Wo sind wir hier gelandet? Haben sie genau das gleiche für die Christen im Orient gemacht? Oh, die Christen feiern jetzt Ostern. Macht schon mal Plakate. Die werden misshandelt und umgelegt. Da siehst du, in was für einem ekelhaften Zustand wir angekommen sind. Anstatt das zu thematisieren und zu sagen, ey Leute, die Christen in diesem Land gewähren euch ja das Ultraschönste. Die machen für euch Leuchten und alles Mögliche, dass jeder sieht, dass ihr Ramadan feiert. Wie geht ihr mit den Christen in Ostern um? Ja. Siehst du, auf einmal kommt diese, kennst du, diese, das Grillengeräusch, alle leise. Ja. Beinmal alle leise. Stimmt. Aber ich muss auch... Der Arme hat sowas von Recht. Der Arme hat gerade den, den Nerv der Zeit getroffen. So sieht es aus. Hat uns die Doppelmoral, Doppelmoral an den Tag gelegt und die pure Heuschelei, was hier abgeht. So krank ist das Ganze. Während unsere Geschwister in den islamischen Ländern um ihr Leben bangen müssen, sind die Muslime hier in den Unis am Beten und schreien Allah Akbar in den Straßen, Aschadu'anlai, lai, 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 lai. Der Arme ist Löwe. Aber ich muss dir sagen, mein Bruder, ich bin geboren als Christ, aber ich praktiziere meinen Glauben erst seit eineinhalb Jahren. Ich bin auch erst seit kurzem getauft worden. Mhm. Und ich sag dir ehrlich, ich habe sehr viele muslimische Brüder und die stellen mir meistens Fragen und ich konnte nie richtig beantworten. Aber ich habe mich mit meinen Glauben vorausgesetzt und jetzt debattiere ich. Ich diskutiere nicht mit Leuten, ich streite auch nicht über meine Religion. Ich debattiere. Ich erkläre ihnen, was ich weiß und was ich für richtig halte. Die meisten kommen und sagen, ja, es sind so viele Updates von der Bibel und dann werde ich halt auch natürlich sauer, wenn das so ist, aber ich lasse mir das nicht ansehen. Ja, wenn du sagst, wenn du dich fragen mit Updates, dann sagst du, warte mal ganz kurz, die Tora ist verfälscht laut deiner Religion. Das Evangelium ist verfälscht laut deiner Religion. Und dann kam Allah mit was? Wer ist also der Dummkopf, hä? Wer ist also hier mit Fortnite Update und sowas? Allah ist es der, der es macht. Aber wir glauben nicht an so Updates, nein. Durch Gezeiten hindurch führt Gott mit verschiedenen Völkern Bünde und das mit Israel am Anfang und geht durch Gezeiten durch wie ein perfektes Zahnrad in sich hineingreifend durch das Alte Testament, durch die Propheten angekündigt, dass Gott selber auf die Erde kommt. Im Neuen Testament wurde Christus Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. er hat den Leidensweg vollzogen, den der David im Psalm 22 sagt. Der komplette Leidensweg des Christus ist ans Kreuz gegangen und hat für die Menschen bezahlt, so wie er es von Anfang an gesagt hat und vollendet hat. Wir haben einen perfekten Gott, die haben ein Schienenbein. Das war's. Ob wir darüber lachen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, ich sage die Wahrheit. Das ist der Gott in Bibel, der der heftigste von allen ist. Da können wir alle nur staunen und unsere Knie vor ihm beugen, wie er das macht. Von Gezeiten zu Gezeiten hat er allen bewiesen, wie herrlich er ist. Ich kann immer nur wieder staunen. Amen. Immer nur staunen. Also ich verfolge dich jetzt auch wirklich schon etwas länger. Auf jeden Fall. Aber ich kenne dich schon sehr lange auch mit diesen LBK-Zeiten. Aber ich habe schon immer nicht LBK geführt. Ich mag ihn nicht. Das sind einfach alles. Das sind YouTuber. Das sind keine Gläubigen. Das sind YouTuber. Die haben eine eigene Religion. Und ich habe mich damit nie eigentlich ausgesetzt, weil ich war nie der Meinung, dass sich Christen und Muslime sich streiten sollen oder gemein streiten sollen wegen einem Glauben. Weil der Herr Jesus hat uns nicht gesagt, wir sollen uns streiten, sondern wir sollen Frieden auf der Welt wahren. Ja, natürlich, klar. Aber du musst zur Wahrheit stehen. Und wenn du zu Christus stehst, der Herr warnt dich ja auch. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wenn ihr also zu mir gehört, so müsst ihr damit rechnen, unter Verfolgung zu leiden oder unter Verfolgung zu stehen. Der Herr warnt uns schon, dass der Glaube an ihn sehr viele Probleme mit sich bringt. Du siehst ja, wie die Christen behandelt werden, richtig? Ja, genau. Ich sehe das ja auch. Allein hier in Deutschland, was diese LGBTQ-Gemeinde macht, was die Fernsehsender machen mit Jesus Christus, wie sie ihn durch den Kakao ziehen, das ist an Wahnsinn kaum zu überbieten. Ich möchte, dass die ganzen Fernsehsender, die ganzen Leute, die Christus verspotten hier in Deutschland und in Europa, dasselbe machen mit Mohammed. Mal gucken, was passiert. Ja, also ich bin ein, also ich richte nicht, also ich weiß was, also ich will nicht, dass, wenn mir jemand Leid zufügt, will ich nicht, dass jemand anderes auch Leid zugefügt. Ich meine nur damit, verstehst du das? Ich verstehe schon, was du sagen willst. Dann würde es hier Chaos ergeben. Ich verstehe es schon. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, ihr sollt friedlich bleiben. Wenn euch jemand beleidigt, mich haben sie ja vorher schon beleidigt und sie werden sie auch euch beleidigen, greift nicht zum Schwert, denn jemand, der zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Verstehst du das? Deswegen hat er auch zu Petrus gesagt, pack das Schwert ein und hat dem Söldner das Ohr geheilt. Völlige Gewaltlosigkeit. Merkst du? Ja, ich weiß, ich merke es schon. Der Petrus wollte ja den Herrn Jesus Christus verteidigen, weil er ihn geliebt hat. Ja. Und die Jünger wollten ihn ja weg haben von dem Kreuz des Todes, dass er den Tod nicht erleidet. Deswegen waren sie bereit, ihn zu verteidigen mit dem Schwert. Aber der Herr hat gesagt, lass das Schwert beiseite. Jeder, der zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Da siehst du, was der Herr Jesus Christus ist. Friede fürst. Kennst du aus dem Alten Testament? Jesaja 9, 5. Ja, natürlich. Also, Jesus ist Frieden. Jesus ist Liebe. Jesus ist Liebe. Wo sieht das aus? Der Gott des Alten Testaments sagt in Jesaja 9, 5, dass das Kind, das geboren wird, auch der Friedefürst genannt wird. Ja. Ja, das ist Jesus Christus. Der absolute Friede. Und was ist Islam? Der absolute Tod. Ich will dazu nicht sagen, ich habe sehr viele muslimische Brüder, die verstehst du nicht, was ich sagen will. Du sollst zur Wahrheit stehen. Auch wenn es... Ich stehe zur Wahrheit. Ich stehe zur Wahrheit. Ich stehe zur Wahrheit. Du musst zur Wahrheit stehen. Ich stehe zur Wahrheit, aber jetzt vor so vielen Leuten zu sowas zu sagen, weißt du, ich habe sehr viele Freunde auch. Achso, aber dass sie sagen können, dass Jesus Christus nicht der ewige Sohn Gottes ist, ist das dann in Ordnung? Das werde ich niemals auch zugeben. Ich sage immer... Sie sagen das. Sie sagen das. Sie sagen das. Ein Irrglauben, sagen die zu dir. Also bis jetzt, ich habe einen Bruder, einen muslimischen Bruder, mit denen rede ich und der sagt auch immer, er liebt Jesus, dass Jesus sein Lieblingsprophet hat. Aber ich sage, Jesus macht er Gott. Der nimmt dich als engen Freund, dieser Muslim? Ja. Und dann ist der raus, dass die Islam, Sura 5, Vers 51, Sura 3, Vers 28. Er sagt auch immer zu mir, er will mit Fasten und alles und dies und das. Dann kannst du ihm von Jesus Christus erzählen, er wird dann Jesus Christus annehmen. Ich habe ihm auch sehr oft von Jesus Christus erzählt. Ja, vielleicht ist er auch gar nicht abgeneckt von Jesus Christus und hasst eigentlich den Islam, weil der Islam nicht die Wahrheit ist. Seine Mutter ist ja Christin und sein Vater ist ja Muslime. Ja. Also man weiß von beides, also er liest auch beides. Er ist also ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Merkst du? Ich höre das sofort raus. Merkst du? Ja, klar. Bruder, ich sehe hier Leute schreiben, andere wollen auch, Bruder. auf jeden Fall. Gott segne dich. Ciao. Hallo Bruder, grüß dich. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich, Bruder. Ich wollte dich nur einfach grüßen mir gefällt das alles, was du sagst. Ich bin selber Christ, also das was wollte ich dich nur grüßen, mein Lieber. Dankeschön. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mach's gut, mein Bestes. Mach's gut. Oh. Hi, hallo. Warte. Hallo. Hallo, ich bin Norma, ich bin grüßlich, ich bin erstes Mal hier, ich folge dich nicht, aber ich habe jetzt auf Auffassen also geguckt, jetzt TikTok und ich habe bei mir neben mein Freund, er ist Moslem und ich bin grüßlich und er hat ein paar Fragen, die zu stellen, dass ich als Christi kann ich nicht also antworten. kann ich da so ein paar Fragen stellen? Ja, okay, kein Problem. Okay, dankeschön. Und was lang kommst du? Ich bin iraner, bin ich. Ja, redest du kurdisch? Nein, persisch. Persisch? Persisch, ja, farsi. Leider kann ich das nicht. Das ist nicht schlimm, versuch einfach so gut es geht auf Deutsch. Auf Deutsch kann ich nicht. Schade, was bist du Kurde? Ja. Ist ein Kurde hier drin, der für ihn übersetzen kann? Okay. Gibt es einen Kurden, der hier ein bisschen für ihn übersetzen kann? Arabisch. Kurde. Was ist Kurmanji? Sorani? Hallo. Papi, rede doch mit dir. Kurde? Ja, Kurmanji, was bist du? Kurmanji, Sorani, was für eine Sprache? Sorani. Sorani bist du, okay. Ja, hier schreibt, ja, willst du das machen? Sorani. Ich bin Kurmanji. Wie versteht's? Ich bin Sorani. Was ist da? Ich bin Sorani. Das schreibt's einfach, ich bin Uru. Wie war noch mal dieses eine da? Diese eine afrikanische Name. ��� Bienmitte. Mein Name ist Uru, wei, 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 don't wei, don't wei, don't weo, was. Ich Private. Entschuldigung, aber ich wusste gar nicht. Wer hat das geschrieben? Sorani. Sorani. Ah, Sorani. Ja, egal, ihr Lieben. Wir müssen das beim nächsten Mal machen. Okay, Norma? Ah, okay. Gut, aber hast du keine Fragen? Ehrlich? Nee, nee. Auf Deutsch kannst du Fragen? Nee. Vielleicht könnt ihr ja morgen reinkommen. Lass mal die anderen jetzt erst mal durch. Ja, viel, viel Dank. Dankeschön. Gott segne dich. Ciao, ciao. Danke. Ja. Ah, wir machen mal Kollabo mit Sam Shamoun. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Das wäre heftig. Die haben ganz Amerika auseinandergenommen. Gott, Logic, Christian Prinz, Sam Shamoun, David Wood. Und sag mal schnell, Ahmad Ex-Muslim. Das ist Wahnsinn. Die haben den Islam komplett im amerikanischen Raum ruiniert, ne? Ruiniert. Zigtausende von Muslimen aus dem Islam rausgeholt. Zigtausende. Ja, die haben alle Kamelurinleitungen oder was ist das? Oder habe ich Kamelurinleitungen? Ich bin der Iran. In der Jenin, in der Jenin, in der Jenin, in der Jenin können wir fliegen und wir trudeln im Vergnügen. Ich habe das für uns auch mit Vergnügen. Amir? Ja. Du bist iraner, richtig? ich bin ich auch nicht heute nicht ich bin kurde ich habe eine frage also ich will wirklich kommen respektvoll bleiben ich hoffe wir können auch eine informationsreiche und wirklich sachliche unterhaltung haben ja ich habe ein paar fragen bezüglich der trinität ja also erstmal alhamdulillah ich bin muslim ich bin kurde wie salahudin ja und aber was haben die mit deinem volk angerichtet was mein volk angerichtet wurde was in deinem volk angerichtet wurde das ist alles bei allah jeder unrichtig bei allah darf ich kurz aussprechen du willst nicht näher darauf eingehen weil du dich schämst für deine religion da was die mit deinen verwandten genau das schlimmste das kurden zu mir sein handel jetzt hört mich an die rede wo ich weiter rede wo ich weiter rede zu manipulieren und als gut wenn wir bei dem thema jesus ja jesus soll gott seines dachvoller möge allah jeden strafen noch mal bitte was du gesagt das möge allah jeden der allahs existenz leugnet und sagt er ist ein mensch und er hat gekackt und er hat jeder die mögliche aller jeden bestrafen der glaubt dass er ein sohn hat und dass er mensch wurde sowieso bist du in einem christlichen land die die schutz gewähren und alles muss alles kommentieren ein bisschen dafür aber entscheidet ich habe keinen entscheidung möge aber auch mich recht leiden schon mal da hatte ich noch nicht recht geleitet ich bin muslim und handel aber man kann nie genug recht geleitet sein wir sind menschen wir sind sind noch mehr recht geleitet dafür schätzen meine frage stellen wo der herz noch mal bitte ok das an jesus ist gott richtig amen das ist doch mal reden jesus ist gott hast gesagt ja richtig ok an was hat abraham geglaubt an jesus christus an jesus christus ok an was hat jesus christus geglaubt braucht nicht an nichts zu glauben er war schon in ewigkeit gott was ananas bruder wirklich mit allem alles gut also wieder dönerladen oder das nein ich habe nichts gemacht ich sage warte ganz kurz der jesus christus spricht zu den juden in johannes 8 vers 58 war nicht wahrlich ich sage euch abraham ward bin ich was bedeutet das dass ich war nicht dort ich habe nicht ein eine erläuterung zu diesem vers aber ich darf sich eine sache fragen ja wenn jesus wurde ich hatte ganz kurz bevor ich ausraste konzentriere dich mal bitte auf die worte ja weil lieber du gerade kamel urin verstand an den tagwegs bitte ich bitte dich du bist ein du bist du bist so 20 mindestens warum bist du so respektlos ich sage ich habe nicht nicht mit dem komplett respektvoll geht warum es auch mal du hast guck mal du bist hier reingekommen hast die christen und alle beleidigt und bin immer noch direkt zu dir ok wo habe ich dem bleibt wo habe ich gesagt alle verlichte daran glaubt hast du das nicht gesagt und trotzdem haben die leute zu mir gesagt raus mit dem haben ja habe ich gesagt nein ich will mir den anhören und da fängst du schon an mit beleidigung habe ich habe ich nicht mehr gesagt ich habe keine beleidigung dass du sagst gott soll uns wenn ich wenn der herr jesus ich bitte das erklären warum der gott von abraham jesus christus ist du willst das ja wissen oder warum fragst du dann diese frage wenn du das nicht wissen willst ich will ich habe doch kann ja gesagt ich erkläre es dir der jesus okay der herr jesus christus spricht zu den juden der damaligen zeit in johannes 8 58 wahrlich wahrlich ich sage euch abraham ward also abraham überhaupt existierte war ich okay was bedeutet das habe ich meinst du was könnte das bedeuten also ich glaube nicht dran dass das jesus gesagt hat wenn ich dir ehrlich bin aber es ist kann ich wieder da das ist mehr deutlich es ist mehr deutlich gehen wir davon aus gehen wir davon aus dass jesus christus das gesagt hat und das auch so überliefert wurde was meinst du was könnte der jesus christus damit mein und ich war nicht dort und ich ganz kurz also es ist für mich mehr erdeutend genauso wie für dich genauso wie alle dies lesen lesen da steht nicht ganz klar und deutlich ich bin gott betet mich an eine frage ich will wissen wo er sagt ich bin gott offenbar 21 7 ohne ohne die dünner laden 99 cent mit sonderangebote also was kann man denn daran nicht verstehen dass der herr jesus christus präexistent ist als er sagte abraham ward bin ich sagte allo allem das weiß das weiß nur gott ich weiß es nicht ich war nicht mit dabei da sagt auf einmal ich war nicht mit dabei dünner laden dünner laden verstehen dass ich bitte dich kommen hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ich habe eine frage warum gehst du nicht diskussionen mit anders ist das kann doch nicht wahr sein nein ihr habt ja ausgemacht meintest du wärst dabei hallo hört man mich ja man hat dich gott segne dich und deine familie dankeschön äh kennst du arvin rano arvin rano er benutzt er immer in seinen videos der so ausschnitte aus deinem ja ja jetzt mein lansmann ja ja klar der benutzt immer so clips von mir ja wie findest du das ist lustig oder siehst du es sehr kritisch ist egal was der macht der macht auch werbung für mich ist doch gut ja ich finde die ausschnitte sind ich finde die immer das highlight vom video ja sie sind die machen sehr viel werbung für ihren dr steht ist doch gut dass sie haben viele viele auf mich aufmerksam sehr gut aber obwohl das obwohl du eigentlich schon wenn man ehrlich ist schon das lächerliche gezielt ist das spielt keine rolle denn der herr benutzt alles das ist das sobald ich erwähnt werde irgendwo so werden die leute auf mich aufmerksam wollen wissen wer ist das und dann geht es nämlich zur sache das ist das gut das muss dir so gut vorstellen der herr kann auch etwas negatives ins positive rücken und das ist das schöne ich hätte noch eine frage ich habe persönlich die trinität ist wirklich verstanden ich weiß ja du bist selber drei einig du bist ein mensch bestehend aus körper geist und seele trotzdem bleibst du ein mensch du hast also mehrere komponenten innerhalb eines menschens aber die drei sachen existieren unabhängig voneinander da sage ich dann gott existiert auch in diesen drei personen unabhängig voneinander sind sie verstehst du jeder hat seine eigene funktion aber der vater ist ja über dem sohn also es gibt ja ich weiß nicht genau den vers aber heißt ja ist ist olaf scholz über uns also in der stelle als als mensch als wenn es ist olaf scholz der bundeskanzler ist er hatte eine höhere position wie wir eine höhere macht position ja okay ist er aber der gleiche mensch wie wir ist er das gleiche wesen aber die existieren ja gleichzeitig ist olaf scholz da teilt er mit dir das gleiche wesen das menschliche wesen ach so ach so doch doch mensch tschuldigung 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 ich habe die frage fand ich dann tut mir leid tut mir leid doch wir sind beide menschen sie ist also dass der vater dasselbe wesen hat wie der sohn der sohn existiert von ewigkeit her und hat die form eines menschen angenommen er war aber schon in ewigkeit gott selbst verstehst du innerhalb der trinität kommuniziert der vater mit dem sohn und der sohn mit dem vater aber wenn du zum beispiel auf allah schaust auf einmal in surah 33 vers 56 wenn er der einzige gott ist zu wem betet denn dann allah für den propheten soweit ich weiß war die übersetzung falsch und das ist eigentlich mit segen also sehen wir haben es falsch übersetzt nimm das wort und fügt das in einem arabischen lexikon ein oder in einem arabischen wörterbuch dass das bedeutet beten er betet betet beten 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 schämen sich und übersetzen das für dich weil du kein arabisch verstehst und täuschen dich ja guck ich schon mal genauer ja mach das mal setz dich mal bitte damit auseinander kopiere das wort und glaube mir nicht glaube nicht den muslimen füge das einfach in einem arabischen wörterbuch ein dann wirst du das unabhängig das sagte die ganzen begriffe wozu es verwendet wird ich danke dir einen schönen abend jedoch ja sie seht ihr darunter gibt es auch muslime oder beziehungsweise dann auch die kleineren muslime die dann auch sehr sehr friedlich sind es sind einfach 1200 leute gott segne euch alle die hier drin seid möge der herr euch alle segnen behüten und beschützen und euch kraft geben für die weitere nachfolge vergiss nicht dass religionen gift sind für uns und jesus christus genau das gegenteil macht von religion er ist nämlich der ewige sohn gottes der aus liebe heraus die form eines menschen angenommen hat und für euch jeden einzelnen der hier drin ist zu bezahlen sagt nein zu religion sagt ja zu jesus christus amen religionen sind gift für uns jesus christus ist balsam guten Abend amir hallo mein lieber gott segne dich und deine familie dankeschön deine auch wie geht's dir handel jesus mir geht's gut wie geht's dir auch so weit so gut erinnerst du dich noch an mich wir hatten echt tiefe gespräche immer miteinander gehabt ich führe am tag tausend gespräche heute hier bin habe ich glaube ich gefühlt zehntausend gespräche geführt ich weiß ist auch manchmal schwer bei dir durchzukommen aber sie haben es geschafft sie sind jetzt in der leitung bei dr schäfer ich komme mir vor als wäre ich schon der tik tok domian hier für die ganze musik wo brennst du denn mein lieber ich habe nur eine frage an dich amir und zwar ich gucke zum vorspüßel so nachweich und welche bibel welche form die alte oder neue testament was sollte ich dann noch mal machen lesen ich habe jetzt bis nämlich im alten testament aber ich glaube da hast du gesagt das soll ich glaube ich nicht machen ich habe dir gesagt für deine rettung solltest du am besten erstmal das neue testament lesen den herrn jesus christus kennenlernen und ihn sofort annehmen als sein herrn und heiland deine schuld vor ihm bereuen von neuen geboren werden und dann kannst du dich stück für stück durch die heilige schrift durchlesen aber das wichtig ist dass du erst mal deinen erlöser kennenlernen jesus christus ok so weil das war ein bisschen verwirrend so deswegen das soll aber nicht verwirrend sein du sollst jesus christus annehmen und ihm nachfolgen und deine schuld vor ihm bereuen und von neuen geboren werden und dann kannst du natürlich stück für stückchen für stückchen dich durchlesen in der gesamten schrift das wichtigste ist eine wiedergeburt das ist das wichtigste alles andere ist erstmal sekundär ok machst du auch mal den geil manchmal auch irgendwann mal statt immer sich mit diesen leuten rum zu streiten tun mal auch mal so bibel dinge also bibeltage machen wo man so vielleicht so machen aber ich möchte hauptsächlich mit dem mit vielen leuten ins gespräch kommen damit andere leute auch davon profitieren verstehst du dass der ein oder andere etwas mitnehmen durch das gespräch und das ist eine gute sache hier auf tik tok ich bin ja auch du siehst ja ich spiele überhaupt keine matches oder so ich bin ja kein normaler tik tok aber wie die ganzen anderen ich komme hierhin um eine ich habe eine message eine botschaft die ich den menschen mitgeben will ich möchte etwas aufklären verstehst du ich habe auch mit einem kollegen von dir auch wer ist auch den sehr nett mit dem auch ich weiß jetzt nicht wie da ist der mit der brille ich glaube der ist grieche ist italiener ist das ist der pavlos ach genau ja der meinte ich so so nicht schlecht wie geht's haben die seine barthaare am färben in schwarz und die barthaare schwarz färbt zur hölle super ok meine familie kassi gegen barthaare schwarz färben fährt man zur hölle habt ihr schon mal sowas gehört hallo hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ich habe eine frage eine sehr interessante frage interessant oder uninteressant siehst du das war so interessant dass er noch nicht mal drinnen bleiben konnte das ist dunkelbraun stimmt habe ich vergessen wir sind alle farben blind ich habe ihn nicht raus geschmissen ist von alleine gegangen mann hallo guten abend hallo mein lieber gott segne dich und deine familie danke dich auch eine kurze frage habe ich du bist ja ex muslim sagst du ne ja und in deinem live steht dass jesus ist dein gott auch dein gott habe ich das richtig versteht ja auch dein gott ok woher weißt du das wo hast du das gesehen wer hat dir das gesagt wie bist du zu einem entschluss gekommen dass jesus dein gott ist ganz auf normale art ja der jesus christus offenbart sich in der bibel und zeigt den menschen dass er schon von ewigkeit existiert hat und der gott abrahams isaacs und jakobs ist es gab eine zeit wo er dann auf einmal mensch wurde und die propheten darüber gesprochen haben dass der allmächtige gott menschenform annimmt und so heißt es im johannes evangelium kapitel 1 vers 1 bis 14 im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott darüber wenn wir rüber gehen zu vers 14 steht das wort war fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine herrlichkeit eine herrlichkeit als das eingeborenen vom vater voller gnade und wahrheit jesus christus hat jede prophezeiung aus dem alten testament erfüllt er hat alles auf sich genommen um für dich zu bezahlen und zwar in menschlicher form damit du gerettet wird weil soweit ich weiß ist jesus christus der sohn gottes also der ist der sohn gottes des gottes gesandter aber nicht in gott der sohn gottes ist nichts anderes als gott selber wenn du also der gott deinen vater nennst und so haben das auch die juden verstanden in johannes 5 aber jesus hat keinen vater ich will dich ungern unterbrechen aber der hat keinen vater der ist der sohn von mir der himmlische gottes sein vater der vater ist gott der sohn ist gott und der heilige geist ist gott der herr jesus christus war von ewigkeit her in dieser dreieinigkeit selbst der allmächtige gott und dann ist der mensch geworden der vater blieb in der herrlichkeit weiterhin bestehen und so sind die ganzen gespräche zwischen sohn und vater immer aufrecht erhalten erhalten der vater spricht den sohn mit gott an und auch der sohn spricht den vater mit gott an der psalm 110 sagt uns dass der david sagt mein herr spricht zu meinem herrn ihr glaubt doch an die psalm oder definitiv nur also wie nennt ihr die psalmen denn ich finde die aussage einfach falsch dass jesus christus als gott bezeichnet wird von den menschen gott kann aber kein mensch sein kann gott nicht ein mensch werden nein gott kann das nicht nein also ich kenne keinen menschen der gott ist ich habe ich bitte kein dönerladenniveau ich habe dich gefragt kann gott mensch werden das weiß ich nicht aber ich kenne kein ich kann gott alles gott kann alles der ist der allmächtige man gott mensch werden wenn er will sicherlich sehr gut du hast es verstanden gott kann alles und ihm ist nichts unmöglich wenn er will keine mensch werden richtig das kann gut möglich sein aber meine frau woher weißt du oder woher wissen wir dass jesus christus gott ist weil er in jesaja 95 der prophet jesaja ihn prophezeit und so heißt es in jesaja kapitel 9 vers 5 uns ist und ein uns ist uns ein kind geboren ein sohn ist uns gegeben und die herrschaft ruht auf seiner schulter man nannte seinen namen wunderbarer ratgeber starker gott ewig vater friedefürst verstehst du das du musst einmal die bibel lesen an die leute die hier schreiben leute nur weil ich ein kreuz habe heißt nicht dass ich unbedingt jetzt der gläubige gläubigste bin und dass ich weiß nicht religion praktizieren und so weiter und so fort ich hatte mich daran aber du musst doch wenigstens erkannt haben dass jesus christus behauptet hat gott zu sein hast du schon mal johannes 5 vers 18 gelesen nein das habe ich nicht gelesen aber ist das heute deine hausaufgabe meine informationen sind einfach dass er jesus nicht gott ist der ist gottes gesandter wer sagt sowas wer erzählt sowas wo hast du das information her von muslimischen räumen oder was nein überhaupt nicht wo hast du das sagen wir mal mit dem katholischen priester dann ist dieser priester ein antichrist und muss seine amt sofort niederlegen und man muss diesen sofort aus der kirche verbannen wenn er sowas lehrt ok ja du kannst im kleinen katechismus nachschlagen wenn du nicht glaubst dass jesus christus gott ist bist du kein christ das ist das was die katholik katholiken glauben müssen ok der kleine katechismus kann sich jeder mal durchlesen da sind einige punkte die die katholische kirche aufgelistet hat damit du damit du auch zeigt dass du auch ein christ bist du musst glauben dass jesus christus der allmächtige gott ist wie glaubt man die trinität diese leute oder du lügst mich gerade an und du bist ein muslim und schämst dich die warte zu sein nein ich bin kein muslim warum soll ich ein kreuz machen ja hier kamen schon einige muslime rein die mir gesagt haben dass christen sind und dann auf einmal hat sich herausgestellt dass sie muslime sind nein gar nicht also ich bin nur reingekommen weil ich einfach fragen wollte woher du diese aussage woher diese sicher bist dass du diese aussage tätigen kannst das war einfach ganz normal meine frage wie gesagt ich bin kein gläubiger du hast du das beantwortet konntest du das nachvollziehen äh ne aber wie gesagt ich habe sowieso meine eigene meinung was religion angeht konntest du aber das nachvollziehen was ich dir das so erklärt habe da bleibe ich da bleibe ich neutral also ganz das ist so krass für mich du kommst hoch damit du das verstehst ich erkläre dir das frage ich hast du es einmal ja ich bleibe trotzdem bei meiner meinung nein ich wollte deine sichtweise einfach nachvollziehen du hast es auch erklärt das ist für mich okay aber das ist aber nicht ich habe es auch verstanden definitiv dann habe ich ja mein teil der der sache du bist mit 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 deiner aussage und mit deiner sichtweise völlig in ordnung ich wollte zeit nur für mich hören von dir aus und es ist alles gut also ich werde für dich beten ein katholischer priester hat sowas gelehrt ja es kann auch sein dass es solche katholischen priester gibt die sowas sagen kann durchaus sein so so abwegig ist das gar nicht wenn selbst die breite masse in den kirchen sagt jesus christus ist nur der sohn gottes die wissen ja selber nicht dass jesus christus gottes gehen wir da rein gehen wir in die breite masse der leute rein die sich in die kirche reinsetzen und fragen ob jesus christus gottes sagen jesus christus nur der sohn gottes das ist der zustand die leute haben versagt ihre eigenen glaubens geschwister aufzuklären wer überhaupt jesus christus ist das ist so das ist einfach nur verrückt einfach nur crazy da da fängt schon an da fängt schon an ja super immer wieder herr uns alle segnen und bewahren vor diesem wahnsinn hallo hallo mein lieber gott segne dich und deine familie gott segne dich auch also herr ex moslem ich habe eine frage wie hast du mich genannt herr ex moslem ja mir fällt gerade den richtigen namen nicht ein tut mir leid ja ich habe voll vergessen ich kenne auch früher die videos du und abk mal gucken was du davon hält smoke and pray glaub mir der abk wenn ich dem das sagen würde der würde sofort werbung dafür machen der würde mit dir auf jeden fall ein video machen der würde das machen der würde sagen amir du hast die beste idee das ist das ist goldgrube smoke and pray das war einfach ein zufall ich habe einfach spaß gedrückt du hast mich direkt genommen danke ok mein lieber gott segne dich und deine familie ja ja tschau ne oh man 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 ok kamen ok kamen kamen aufgemacht? Wolltest du hin? Ja, weil ihr habt... Hallo. Hallo, Gott sei Dank in deiner Familie. Danke dich auch. Du bist Ex-Muslim? Ja, der echte. Wie er lebt und lebt. Okay, und wie kamst du dazu, also zu wechseln? Weil ich bin auch Christ. Ehrlich, du bist Christ. Ja. Ja, wie kam es dazu, dass ich gewechselt bin? Eigentlich bin ich gar nicht gewechselt. Ich bin einfach auf die Suche nach Gott gegangen. Und ich wollte nicht... Ja, das ist gut. Ich bin nicht jemand, der einfach blind irgendwas befolgt, sondern die Dinge gerne mal auf den Prüfern schickt. Und der Islam... Aber ich meine jetzt so, wie bist du Gott begegnet? Durch meine Bekehrung. Als ich mich vor dem Herrn Jesus Christus niedergebrochen habe und meine Schuld vor ihm bereut habe, so habe ich das, was ich dort erlebt habe, kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, und das, was der Herr Jesus Christus so in unserem Leben beziehungsweise in meinem Leben so alles getan hat, da kann man einfach nur noch den Herrn preisen und staunen, dass er lebendig ist und den Leuten gezeigt hat, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Ja, das Ding ist, ich kenne viele Muslime, die sind nicht so offen dafür. Und ich habe mit vielen gesprochen und die lehnen das eher so krass ab. Deswegen, man sieht nicht oft, welche die dann konvertieren. Verstehst du? Ich sage, ich weiß, was das Problem ist, weil die denken, wir beten einen Menschen an. Die verstehen ja nicht, dass Jesus Christus von Ewigkeit passiert hat. Wenn sie damit ein Problem haben, so musst du dem Muslim sagen, wenn du ein Problem hast, dass Gott Mensch wurde, wie kannst du kein Problem haben mit Allah, der zwei rechte Hände hat, ein Schienbein, ein Fuß, wolliges Kopf, einen wolligen Kopf, einen grünen Anzug, einen hervorstehenden Bauch, drei Augen. Was ist das denn für ein Gott? Ja. Warum hast du denn damit kein Problem, wie Allah beschrieben wird? Du lehnst den Gott der Bibel ab, der seine Herrlichkeit verlassen hat und ein perfekter Mensch wurde. Hast du aber kein Problem, dass Allah ein Transformers ist? Ich gebe dir recht. Oder ist Allah Optimus Crime? Ich gebe dir recht. Ich selber habe auch von Jesus geträumt. Meinst du, irgendein Muslim setzt sich damit auseinander, mit der Anthropomophie Allahs? Ich glaube er nicht. Nee, voll, gar nicht. Dass Muhammad Allah, wie so Lego-Bausteinsatz, uns näher bringen will? Wundervolle Vorstellung von Gott. Und dann sagen die zu mir, was für eine Vorstellung hast du von Gott? Dein Gott geht auf Toilette, aber verstehen nicht, dass Allah ein Schienbein hat. An was ist denn Allahs Schienbein gebunden? An einen Rumpf. An was ist denn das Rumpf gebunden? Hat Allah vielleicht einen Hintern? Da geht es weiter. Verstehst du? Ich glaube, die verstehen auch nicht die Trinität von Jesus und Gott und der Heilige Geist. Die sagen dann, wir beten drei Götter an, obwohl es halt einer ist. Genauso wie wir einen Körper, eine Seele und einen Geist haben. Ich bin ja auch keine drei Personen, sondern halt alles in einem quasi. Der Koran lehrt auch eine Dreieinigkeit. Der Koran lehrt auch eine Dreieinigkeit. Allah, Muhammad und Jibril. Das findest du in Suche 2, Vers 1. Aber Muhammad wird ja öfters erwähnt als Allah selber. Ich weiß nicht, ich stelle ihn zu krassen Mittelpunkt, weil Muhammad hat ja selber Sünden gehabt. Jesus hatte gar keine Sünden, hat auch gar keine Frauen, hat wirklich Menschen gezeigt, wie man wirklich Gott quasi näherkommt. Und bei denen ist es halt gar nicht so. Genau, so sieht es aus. Wenn man sich den Ursprung anguckt, ich folge ja nicht etwas, was gefühlt tausend Jahre später gekommen ist, sondern ich gucke erst mal, von wo kam das. Und deswegen guckt man ja den Anfang an und nicht das, was danach ist. Weil wenn ich ein Buch schreibe oder sowas, kann ich ja auch das Gleiche kopieren und dann sagen, ja Leute, ich kam als erstes. Und verstehst du, es ist halt alles voll viel kopiert. Ja, okay, meine liebe Gott, segne dich in deiner Familie. Ja, dich auch. Dankeschön. Wir haben schon Viertel nach elf. Heftig. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin schon seit heute Morgen live, ne Leute? Ich glaube, einige von euch sind schon seit heute Morgen mit mir hier live. Das ist der Wahnsinn, ey. Unglaublich. Danke. Sag, gesegnet, mein lieber Bruder. Warte mal, Gott segne dich in deiner Familie. Amen. Gleichfalls. Was mich interessiert, bin sehr froh, dass du zu Jesus Christus gekommen bist und dass du gerettet bist. Amen. Danke. Und was mich neugierig macht, wie kommt das, dass du, wie heißt das, wie bist du auf Jesus gekommen? Durch all das. Also, ich habe meine Religion in Frage gestellt und habe herausgefunden, dass der Jesus Christus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Sogar durch den Koran und durch die Bibel. Amen. Amen. Du was? Wer sich mein Zeugnis, ich habe Zeugnis gegeben, wenn wer sich mein Zeugnis angucken will, der kann auf meinen Kanal auf YouTube gehen. Ex-Muslime klären auf TV, da habe ich das angepinnt für alle. Ex-Muslime von Islam zu Jesus Christus. Das ist wirklich, das interessiert mich, weil wir haben auch eine in Düren. Er war eine, wie heißt das, Moment mal, war eine Hoja, ne? Ja. Wir hatten eine, wir haben einen Bruder, er ist auch seit jahrelang, schon sehr lange, über 30 Jahren ist er bekehrt an Jesus Christus. Er war ein Hoja. Hoja, weißt du, was das ist? und er ist von einer Familie erzogen wurde, als Moslem und ein strenges Erziehung gehabt. Er ist auch in Mekka und sowas alles gegangen, aber in den Mekka-Zeiten hat er den Jesus gesehen und er hat mit ihm genau das gesagt, du gehörst zu mir und danach ist er zum Christentum gekommen. Alleluia. Amen. Okay, Gottes Segen, ja? Gleichfalls und wie sieht es auch aus? Ja, ich bin nur ein bisschen, ich gehe jetzt gleich auch offline, ich behalte noch ein bisschen, bis die Likes voll sind und danach gehen wir offline. Bis dann, Gottes Segen. Amen. Ja. Ach, das kann ich gar nicht glauben, guckt mal Leute, wer da ist. Hey, Amir, grüß dich. Was ist, wo warst du? Wie geht's, gut? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, du weißt doch, wo ich war, war doch Ramadan. Die ganzen Leute haben dich vermacht, auch vor Ramadan warst du gar nicht da. Ja, war Vorbereitung für Ramadan. Ich habe dir eigentlich Sorgen gemacht, und die meinten, wo ist eigentlich Asis? Ich meine, so keine Ahnung, der war lange nicht mehr hier. Vielleicht hat er sich im Keller eingesperrt und wollte nochmal herausfinden, ob der Islam doch nicht das ist, was... Nee, nee, ich hatte, nee, war ein bisschen beschäftigt mit Arbeit und Familie. Hast du wenigst erkannt, dass der Islam eine falsche Sekte ist? Natürlich nicht, Amir. Warum machst du das? Warum setzt du dich denn nicht kritisch damit auseinander? Habe ich ja getan, deshalb. Du hast es doch nicht getan, du warst viel beschäftigt mit bester Kamelurin zu suchen. Nee, ich war Ramadan, ich habe mich wirklich nur mit dem Islam und dem Koran und alles beschäftigt. Weißt du das vielleicht? Woher hat Mohammed das mit Ramadan? Mohammed nicht, das hatte Allah, nicht Mohammed. Allah hat ihm das gegeben, richtig? Ja, genau. Weißt du, woher hat er das? Das hat er von den Sabären geklaut. Die hatten fünfmalige Gebetszeiten, die hatten Ramadan, alles. Das hat er von den Sabären entnommen. Das steht ja auch im Koran, dass Allah sagt, ihr müsst fasten, was die vorherigen auch getan haben. Es wird ja nicht verleugnet im Koran. Nein, du verstehst nicht, dass Allahs Worte in Ewigkeit auf einer Tafel waren. Und wenn der Mohammed das Ramadan mitgegeben hat, dann ist das eine der fünf Säulen des Islams. Genau. Dann gehört das zum Islam und darf nicht zu irgendwelchen Götzendienern gehören, die das vor Mohammed schon praktiziert haben, Ramadan. Heidnische Götzendiener. Nein, vor Mohammed wurde doch auch der Islam die Gotteshingabe praktiziert. Mohammed ist ja nicht der Einzige, der Gott angebetet hat. Im Reim war ja genauso. In Mohammed darum waren ja alles Götzendiener, oder nicht? Oder haben sie auch Gott angebetet? Oder haben sie Götzendiener gebetet? Natürlich halt. Das war ja für die ein Geschäft. Für die Götzendiener, die haben ja Mohammed praktisch bekriegt, weil die Gefahr daran gesehen haben, dass ihr Geschäft ruiniert wird. Deshalb haben die die Botschaft von Mohammed verleugnet. Ach, die Botschaft von Mohammed verleugnet? Aber du kommst nicht auf die Idee, dass der Mohammed eventuell ihre Götter beleidigt hat und gesagt hat, wenn ich stolz seid auf das, was vor dem Islam war, gehe und beißt in den Piäni als deines Vaters. Schau mal vor, die Nicht-Muslime sagen das zu dir. Was würdest du sagen? Oh, das ist aber toll gesagt zu mir. Ja, was heißt beleidigt? Wen hat er beleidigt? Die Statuen, die aus Stein gemeißelt waren oder was? Ach, du findest das okay, dass jemand sagt, gehe und beißt in den Piäni ist von Allah? Nein, ich hab dir gesagt, wen soll der denn beleidigt haben, deren Götter, die die Götzen aus Stein gemeißelt? Nikola, ich hatte beleidigt und ihre Götter, also was sie da gesagt haben. Ja, welche Götter, die haben doch, die haben doch, das waren doch Götzen, die haben doch Statuen. Würdest du denn hingehen und andere, andere Religionen beleidigen und sagen, wenn ihr stolz seid auf eure Religion, geh und beißt in den Piäni als deines Vaters? Nein, niemals, weil im Koran, du kennst die, den Vers, die Sura auch, ne, meine Religion, eure Religion, ne, das sagt Allah. Ah, sie ist, die wurde schon längst abogiert durch Sura 9 Vers 5 auf mit diesen Spielchen. Nein, wie, die Sura, die ist doch im Koran, das kannst du auch nicht verleugnen. Ah, sie ist, was ist das Prinzip von Naseh Womansuch? Erklär uns das mal bitte. Nein, ich will jetzt gar nicht so tief mit dir reingehen. Du hast doch gar keine Ahnung, Moment, du kannst doch nicht verleugnen, Moment, du kannst doch nicht verleugnen, dass im Koran die Sura existiert, meine Religion und eure. Allah hebt Verse auf und ersetzt sie durch andere Verse, beispielsweise in Sura 16 Vers 67, die Erlaubnis zum Alkoholtrinken, löste Allah aus, ab durch Sura 5 Vers 90 dem Verbot von Alkohol. Ja, Alkohol ist dreimal, genau, erwähnt im Koran, richtig. Was ist der Vers, der die Sura 119 oder Al-Kafilun abrogiert? Welcher Vers ist es denn? Sonst haben wir einen Widerspruch hier. Was meinst du mit, da gibt es keinen Vers, der dieses abrogiert hat? Doch, das ist in Sura 9 Vers 5, Sura At-Tauber Ayah 5, Ayatul Seif. Was soll da abrogiert sein? Der Allah hebt Sura 119 oder Al-Kafilun durch Sura 9 Vers 5 auf. Das nennt sich Nasr, wo man sucht. Was ist da dran aufgehoben? Was willst du damit sagen? Was soll da nicht mehr? Das war ein, das war eine mechanische Vers, der abrogiert wurde durch einen medinesischen Vers. Das. weißt du, wie gefährlich der Islam ist und der Koran? Das glaubst du? Du hast doch selber gerade gesagt, dass wir Muslime auch an die Trinität glauben. Ja, richtig. Das ist in Sura 2 Vers 1. Nein. Ich gebe dir in Sura 4, Vers 171. Ja, das ist auch richtig. Das habe ich dir das letzte Mal erklärt. Ja, da steht doch, da sagt doch, der Koran sagt doch, dass wir keine Trinität, an keine Trinität glauben dürfen. Was erzählst du da für ein Quatsch? Da sagt Allah, dass Jesus Christus das Wort von Allah ist und sein Geist. Sag nicht 3, genau. Sag nicht 3. Da steht, sag nicht 3. Richtig. Nein, da steht nicht, sag nicht 3, Asis. Du musst den Koran richtig lesen. In Sura 5 Vers 73 steht das und nicht in Sura 4, 1171. In Sura 4, 171. Ja, bringt doch nicht alles durcheinander. Ne, tue ich doch nicht. Ich sage doch nur in 471, dass da steht, sag nicht 3, sag nicht Trinität. Aber da wird Jesus Christus als das Wort und Geist von Allah beschrieben. Genau, und darum hat Allah gesagt, sag nicht 3. Aber wo war denn, Asis, wo war denn dieses Wort, das in Maria eingehaucht wurde? Wo war es denn? Aber was für ein Wort? Da ich eh nicht dran glaube an die Trinität, kann ich dir das leider nicht beantworten. Der Koran bezeugt das doch Asis. Der Koran sagt, dass Jesus Christus das Wort von Allah ist. Kalimatuhu Allah. Alle Propheten waren Kalimutu Allah. Zeig mir das aus dem Koran, bitte. Ja. Alle Propheten haben das prophezeit und... Weil Jesus Christus Isa, dieser Isa aus dem Koran, der einzige ist, der Kalimatuhu Allahs ist. Das war Allah. Und Abraham und Moses, was haben die denn gepredigt? Auch nur, was Allah ihnen gesagt hat. Das sind seine Propheten in erster Linie, aber er bezeichnet Jesus Christus explizit als sein Wort und sein Geist. Ruha Minhum. Ja. Warum bedeutet das denn? Ein Geist von ihm, von Allah. Ja, weil er gezeugt worden ist ohne Vater, sorry, ja, ohne Vater, genau, weil durch den Heiligen Geist, durch Gabriel, durch das Einhauchen. Okay, ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Guck mal, ich kann dir so leider solche Fragen nicht beantworten, weil... Du musst doch wissen, dass Allahs Wort ewig ist. Ja. Also, dann ist Jesus Christus ewig. Dankeschön. Er ist Gott. Nee, das ist deine Interpretation, nicht meine. Okay, Dankeschön für den Dönerbuddha, Asis. Dankeschön. Ich habe wirklich einen sehr, sehr, sehr schwierigen Monat gehabt, kaum Schlaf gehabt, ohne Scheiß. Asis, du hättest dich diesen Monat mit Jesus Christus beschäftigen können. Stattdessen bist du weiter mit deiner Götzendienerischen Religion, hast du dich beschäftigt. Unglaublich. Jesus, du weißt Jesus, wer Jesus bei uns ist. Ja, der wird runtergewuttert als nur ein Prophet. Wundervoll. Weißt du, wer Jesus aus der Bibel ist? Ja, natürlich weiß ich das. Lukas, Lukas 20, Vers 70. Jesus Christus ist was? Der Sohn Gottes. Lukas 23, äh, Jesus ist ein Prophet. Was für ein Ding? Lukas 24, 19. Jesus ist ein Prophet. Kein Problem, ein Prophet, der prophezeit auch. Hat Jesus Christus prophezeit? Ja, absolut. Ist der Herr Jesus Christus hohe Priester in Ewigkeit? Ja, absolut. Ist der Herr Jesus Christus der ewige Sohn Gottes? Ja, absolut. Ist Jesus Christus von Ewigkeit? Ja, absolut. Du siehst also, dass der mehrere Titel hat. Ja, der war ja auch ein Schreiner oder so. Was akzeptierst du? Das akzeptierst du, aber die anderen Aussagen Jesu Christi akzeptierst du nicht? Was hat denn Jesus beruflich gemacht? Der war doch Schreiner oder so, ne? Lass mal das aus, was hat der Mohammed gemacht? Das war eine Frage. Ja, was hat der Mohammed gemacht? Der hat Leute ausgeraubt, das war sein Beruf. Ja, ich sage ja nicht, dass Mohammed Gott ist, aber du sagst, dass Jesus ein Schreiner Gott ist. Nein, das auf keinen Fall. Ich habe gesagt, dass der Herr Jesus Christus... Das Zimmermann, Zimmermann, richtig, Christiano Zimmermann, ja. Weißt du was? Nein, der Christiano hatte gesagt, Jesus war Zimmermann. Das heißt, Gott war Zimmermann. Zimmermann war... Er ist doch als Mensch... Allah sitzt auf seinen Thron mit dem Hintern. Und dieser Thron wird von acht Engeln getragen. Wundervoll. Die tragen also Allah wie Prinz von Samunda. Ja, das kannst du dir wirklich gar nicht vorstellen. Die Proportionen. Asis, ich habe mich kaputt gelacht. Der Thron weint so, wegen der schwere Allah. So, Vitala, du bist voll schwer. Dein Gott ist ja gekreuzigt worden. Das heißt, erniedrigt worden. Dein Gott wurde von einer Ziege erniedrigt. Asis, mein Gott ist ja nicht gestorben. Dein Gott ist ja gestorben. Der wurde fertig gemacht von einer Ziege. Kennst du diesen, 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 diesen Move, wenn jemand, jemanden fertig macht. Aber nicht, aber der, aber ist ja nicht mein Gott, ist ja mein Prophet. Aber im Gegensatz zu dir ist ja dein Gott gestorben. Asis, mein Gott hat die Form eines Menschen angenommen und hat sich für die Menschen hingegeben. Dein Gott blieb in Ewigkeit, dieser Allah, und hat sich von einer Ziege fertig machen lassen. Das ist absolut. Ist ein Gott für dich, deiner Meinung nach, Amir? Abu, Amir, Domian, Abu, Shih, Domian, Abu Amir. Hör mal, ist dein Gott, ist dein Gott, deiner, deiner Meinung nach, jetzt eine ernste Frage, ist dein Gott, deiner Meinung nach, bedürftig oder nicht? Nein, absolut nicht, aber wenn der, Jesus war doch bedürftig, der hat doch gegessen, der hat geschlafen, der hat getrunken, der musste doch essen. Der, ähm, Apostel Paulus sagt uns, dass in Philippa Kapitel 2, Vers 6 bis 11, dass wir, dass wir so gesinnt sein sollen, wie es Christus Jesus auch war, der als seine Gestalt Gottes war, es nicht für ein Raubfestig, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Du siehst also, dass Jesus Christus Knechtgestalt annahm und auch begrenzt war. Das heißt, er musste schlafen, er musste trinken, er musste essen, so gehört sich das, wenn jemand Mensch wird, oder? Dr. Abu Amir, du widersprichst dich. Erst sagst du, dass Gott nicht bedürftig ist und dann sagst du, oder nur Antworten. Aber wir müssen mir zuhören, Asis, in seiner göttlichen Form ist doch Gott nicht eingeschränkt. Verstehst du, ihm ist ja alles möglich. Aber als er als Mensch in die Welt gekommen ist, hat er sich selbst entäußert und kam als ein Knecht in diese Welt. So war er hungrig, durstig, er war müde. Verstehst du? Aber ein schwacher Gott für mich. Sorry. Warum lehnt er Allah ab als einen schwachen Gott, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen? Jetzt frage ich dich mal eine Frage. Jetzt auch eine bisschen lustige Frage, aber ich meine es auch wirklich ernst. So, du sagst immer, kann Gott alles? Ja, das sind deine Fragen. So, das heißt, Gott kann alles. Das stimmt, da bin ich mit dir eins. Gott kann auch Mensch werden, wie nach deiner Meinung nach. Wenn Gott sowieso alles kann, kann Gott auch Mensch werden. Das stimmt. So, Punkt. Jetzt mal eine ironische Frage. Wenn Gott alles kann, kann Gott ein Osterhase werden? Rein theoretisch gesehen. Theoretisch. Gott ist nichts unmöglich. Natürlich kann er ein Hase werden, ein Eichhörnchen werden, alles werden. Ein Osterhase, ein Weihnachtsmann. Also, ich danke dir für Dönerladen, Nivo, bitte komm. Danke für 99 Cent Dönerladen mit Gammelfleisch. Dankeschön. Kann er auch Osterhase werden? Das ist unglaublich. Ich dachte, der ist wenigstens ein wenig hatte noch was gelernt. Wahnsinn, wir haben fast die 700.000 erreicht. Hallo. Hallo. Wo die? Wo die? Ja, einen Moment warte, ich muss kurz mein Handy auf Akku stellen. Auf Akku stellen, okay. Sorry. So. Mach's dir ruhig bequem, mein Lieber. Ja, ich bin nur kurz da, ich will dich nur kurz in Frage stellen, dann bin ich auch wieder weg. Okay. Nee, das hat du gar nicht. In der Frage habe ich, wer bezahlt dich denn eigentlich? Keiner, ich mach das umsonst. Das machst du freiwillig? Ja, genau. Ich finde es lustig. Bist du was? Ich finde dein Content ein bisschen lustig. Ja, aber alles was du sagst, widerspricht dich irgendwo. Du hast aber nichts mehr zu lachen, wenn du ohne Jesus Christus in den Tod bist. Ja, Jesus Christus. Ja, genau. Jesus Christus, der dann rettet. Genau. Guck mal, du hast für mich, ich weiß nicht, was du wie Filme, du hier reingezogen hast oder was die Drogen, du hier reingezogen hast. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn ich bezahlt, von welchem Verein du da kommst. Keine Ahnung. Von welchem Verein? Mostertagent und Staatsschutz beauftragen mich und geben mir meinen Dürf. Du, du, du wirst von irgendjemandem bezahlt, dass du irgendwie so diese ganzen Schöne machst. ich danke dir von ganzem Herzen, von ganzem Herzen für Gammelfleisch. Dankeschön. Raus mit dir. Ist das ein Typ. Richtige 99 Cent Dönerladen, Hey Bruder. Ja. Bruder, geh mal Johannes 5, äh, Vers 30, weil das war gesagt, etwas wegen Jesus, Gott und so. Genau diese Kapitel beweist, dass Jesus Gott ist. Willst du wetten? Bruder, okay, geh mal, guck, ich hör zu. Du kannst doch nicht einfach ein Vers aus dem Kontext machen. Was meinst du? Du kannst dich einfach ein Vers aus dem Kontext reißen und diesen ganzen Versen. Bruder, ich reiß da Hand aufs Herz jetzt ohne Beleidigung und so, ich reiß da gar nichts aus dem Kontext. Bruder, dann aus dem Kontext. Schlag mal bitte Johannes 5, Vers 10 auf. Bruder, ich habe mich mit der Bibel nicht befasst, aber ich sagte, geh einfach diesen Vers gucken und laber einfach Du brauchst mich nicht zu erzählen, ich weiß, was du mit dir vorgegangen bist. Nein, faktisch bleiben ist die Tatsache. Geh einfach, komm, laber kein Scheiße. Aber nur eine Frage, Bruder, zweite Frage, Bruder. Möchtest du mit mir alles durchgehen oder willst du raus? Ich habe eine zweite Frage, welche Deutsche hat dich in den Arsch gefügt? Ja, siehst du, das ist das. Möge Allah's Schienbein auf deinem Kopf kommen. Ekelhaft, siehst du, das ist das. Muslime, die so sind. Möge Allah's Schienbein schön in dein Gesicht rein. Danke, Carsten. Was für ein Haufen. Was für ein Haufen Unglaubliche. Wie, was für eine Blamart bei 1400 Leuten. Ja, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Waalaikumsalam. Ich habe noch nie so einen Typen gesehen, der einfach so nervig und der so abfuckt und triggern kann, wie du. Geh doch raus. Deine Community sind einfach auch nur Opfer, die nichts hinterfragen, einfach die nur zustimmen. Ich schwinde raus. Die sind 300 Millionen mal schlauer als du mit deinem Dönerniveau von 99 Cent Gammelfleisch. Was der da redet. Jeder einzelne von denen hat mehr Grips im Gehirn als der jemals haben wird. Die glauben wenigstens nicht an einen Himmel, an einen Pornobazar, ein Himmelreich. Also ist schon mal jemand, jeder von ihnen schlauer als du. Unglaublich, wovon du da redet. Kommt er mir mit seinen schwellenden Busenreligionen an und dann sagt er, macht euch keine Sorgen, Doktor Cheikh Abba Min ist da. Ich mache das schon. Ihr seid unter meine Fetische. Keiner darf meine Community angreifen. Hallo. Schönen guten Namen dann alle. Schönen guten Namen. Wie geht's? Wie steht's? Lange nicht gesehen, nicht gehört. Wo warst du die ganze Zeit? Was möchtest du? Ich habe eine Frage. Ihr streibt euch immer um ein Thema. Was ist der Allah in deinen Augen? Das wollte ich gerne mal von dir wissen. Der größte Teufel aller Zeiten. Also du willst sagen, der Allah ist die Gestalt, was du gerade gesagt hast. Ja, was hältst du denn von einem Gott, der sagt, ich bin der beste Listenschmied? Also wo steht denn das genau, dass man nachlesen kann? Es suche 3, Vers 54. Warte, muss ich mir eben aufschreiben. Ja, ich habe noch mal. Nochmal. Es suche 3, Vers 54. 54. Okay, ich will dir mal nachlesen. Okay, ich danke dir. Ich bin wieder da und bis die Tage wieder. Schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Schön, dass du da warst. Ciao. Jetzt werden wir hier im Ding sein. Guten Tag. Hallo, mein lieber Gott. Segen dich und deine Familie. Dankeschön. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Handel Jesus. Und dir? Gott sei Dank, mir geht's auch sehr gut. Ich habe... Wie bitte? Das freut mich. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Ich habe eigentlich nur eine kleine Frage. Nur eine Wissensfrage. Das soll nicht als Argument gelten. Du wirst dich doch... Du wirst dich doch... Wirst du dich als Trinitarier sehen erstmal? Ja. Okay, meine Frage ist, besitzt du den Glauben daran, dass der Heilige Geist wortwörtlich mit den Wesen überall ist? Der Heilige Geist ist Gott, der Allmächtige und ist überall. Ist der überall? Den finden wir auch im Psalm 51, in Jesaja 61 und, und, und. Okay. Ja, das war eine Frage, ein Teil meiner Frage und der zweite Teil wäre, du glaubst ja auch an die Inkarnation, richtig? Dass Gott Mensch wurde, genau. Er ist Johannes 4. Wenn ich glaube, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der kann aus Gott nicht geboren sein. Jeder Geist, der bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren und hat Gott auch erkannt. Und du glaubst auch daran, dass es halt die Postal in der Phase selber, also die Zweitsperson der Trinität, wortwörtlich Mensch wurde. Richtig? der Sohn Gottes wurde Mensch. Okay, okay. Ja, das war... Der Herr Jesus Christus wird ja auch das Wort Gottes genannt, richtig? Ja, sozusagen in Johannes. Kommt 1, ja. Und der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 16, was? Das durch das Wort, was? Das, woher, ich bin nicht so belesen in der Bibel, ich weiß es nicht genau. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser Kapitel 1, 1, Vers 16, dass alles durch das Wort entstanden ist. Die ganzen Universen, alles, alles durch Jesus Christus. Er ist der Schöpfergott. Ah, okay. Okay, okay. Ja, das waren nur meine Fragen. Schau dir nur deine Ansicht zu dieser Thematik. Hast du dieselbe Ansicht wie ich? Ich bin Muslim. Ach so, okay, du bist Muslim. Ja, wie macht der Allah? Ja, ich wollte eigentlich die Ansicht wissen. Wie ist deine Ansicht denn gegenüber Allah, wenn er zum Beispiel der einzige Gott ist? Zu wem betet er dann für den Propheten? Er betet nicht. Kennst du Iman Bukhadi? Er hat zum Beispiel gesagt, das Wort heißt nicht beten, sondern segen. Er hat gesagt, das bedeutet segen. Ja, er ist ein, er kennt die frühe arabische Sprache, glaube ich, besser als du. Die arabische Sprache. Also du kannst nicht eine Wortstudie unternehmen und herausfinden, was das Wort wirklich bedeutet und sich hereinlegen vor den Muslimen, weil sie sich schämen. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, das weißt du zum Beispiel schon als Perser zum Beispiel, es gibt Fussar-Arabisch und auch Neuzeitarabisch. Und Fussar-Arabisch ist halt das Arabisch, was sie zum Beispiel in Kordech gesprochen haben und ich vertraue lieber Iman Bukhadi als die Neuzeit. Okay, ist ja kein Problem. Das Wort, ich wollte, warte ganz kurz, das Wort Yus Saluna, das in Surah 33, Vers 56 mit Segnen übersetzt wird. Wie wird dann zum Beispiel Barakah, was bedeutet dann Barakah? Mehrere Wörter können die gleiche Bedeutung haben, das kontradiktet den Fakt nicht. Siehst du, wie du dich reinlegen? Das ist das Wort. Weil der Islam mit den Taqiyah praktiziert und die Muslime dich auseinandernehmen, weil die sehr, sehr listig sind wie ihr eigener Gott, lügen sich schon in ihren eigenen Übersetzungen, sind unehrlich mit ihren Überlieferungen. Sobald irgendwas Problematisches auftritt, ist alles unauthentisch, alles wird unter den Bus geschmissen, alles ist in Lüge, dies, das, jenes. Was ich jetzt nicht genau verstanden habe, wie du es genau meinst, wegen der deutschen Sprache haben auch mehrere Wörter die gleiche Bedeutung. Also, wie nimmst du, was ist das für ein Punkt? Du kannst im Arabischen, es ist glasklar. Ich habe das Wort Yus Saluna habe ich mal kopiert und in allen arabischen Wörterbüchern eingegeben. Eben mal das selbe. Also, in welchen Wörterbüchern, von welchem Dialekt? Nimm alle, wie du willst. Nimm alle, wie du willst. Das war eine kleine Trickfrage, wegen Dialekte sind nicht fußarabisch. Nimm das Wort Yus Saluna, Habib. Glaube mir nicht, glaube auch keinem anderen. Ein arabisches Wörterbuch ist ja unabhängig von dir oder mir oder irgendjemand anderem. Die geben dir das Beispiel, das Wort genutzt wird. Entschuldigung, kennst du ein arabisches Wörterbuch von Fussarab? Beispielsweise Lisan Al Arab ist die weitverbreiteste, die Zunge der Araber. Von, ja, welche Zunge der Araber? Habib, guck mal. Es gibt ja Dialekte. Nimm am besten den Wörterbuch, den du vertraust, nimm das Wort Yus Saluna und kopiere das ein, einfach. Mach das mal. Ich habe doch selber kein Wörterbuch, Bro. Ich habe doch gefragt, ob du eins kennst von Fussarabisch. Ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, dass ich eins habe. Ja, ich werde nachschauen, okay? Habib, die Zeithatte des Internets, alles steht dir zur Verfügung. Bitte. Okay, ich schaue mal nach einem Fussarabisch. Wörterbuch. Sei schlau, und lass dich auch. Gottes Segen. Yo, wir hören uns. Tschüss. Ja, das ist das, wenn die Muslime mit Leuten spielen, die kein Arabisch verstehen. Das ist das Krasse. Boah, wir haben fast gleich die eine Million geknackt, wenn das so weitergeht. Komm, Leute, wenn jeder die ganze Zeit tippt, dann haben wir das gleich alles voll. Dr. Scheerabhamil lässt schon langsam nach, er ist müde. Ist er müde? Dr. Scheerabhamil ist müde. Hallo? Hallo. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe ja, du musst ja den Islam nicht mögen, aber wieso du unseren Gott halt in den Dreck ziehst und den Namen, also ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, wieso du das halt Ding machst. Oh, Mann. Alle, die ihr schreibt, nehm an, nehm an, werden als letztes drangenommen. Alle, die schreiben, der hat Angst, blockieren. Ganz einfach. Wir sind doch nicht im Kindergarten hier. Unglaublich. Musst du mal ein bisschen sabbel haben, Geduld haben, ist doch kein Problem. Du brauchst das nicht zu erwähnen. Keiner baut das zu erwähnen. Ich nehme an, den ich will und gucke einfach, was hier los ist. Wer hier drin ist, ich nehme einfach nach Multiple Choice. Zack, zack, zack. Hallo? Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ich auch. Bruder, ich habe eine Frage. Mhm. Wie stehst du zu Tattoos im Christentum? Also so. Ja, wenn du vorher Tätowierung gestochen hast, dann lass das, mach nicht weitere Tätowierung. Weil ein, also ein guter Freund von mir will sich, will sich ein Tattoo stechen, weil, äh, Jesus hat ihm geholfen und so. Mhm. Also der wollte sich umbringen und, ne, dann hat er halt, ähm, zu Jesus herabgesehen und er will sich halt jetzt ein Kreuz stechen lassen. Okay. Auf die Brust. Ja, warum trägt er nicht das in, in der Brust das Kreuz beziehungsweise den Herrn Jesus Christus? Warum muss er da so ein Kreuz, äh, sich tätowieren lassen? Er soll ihm doch einfach so danken, dass der Herr ihn doch gerettet hat. Der will, der will sich das ja sozusagen auf sein Herz tätowieren, so weißt du? Tja, der kann ja doch den Herrn Jesus Christus in seinem Herzen aufnehmen, das ist doch viel, viel schöner, als sich das so tätowieren zu lassen, oder? Ich meine, es ist sein Leben, er kann machen, was er will. Aber es ist nicht verboten oder so, oder? Der Herr Jesus Christus sagt, der Tempel Gottes, den ihr habt, dieser Leib, den ihr, das ist nur ein, eine Hülle, ein, ein Körper, den ihr bekommen habt, den der Herr euch gegeben hat, und ihr sollt den Körper nicht verunstalten beziehungsweise auch da den Tempel Gottes verunreinigen. Verstehst du? Da, wo der Heilige Geist Wöhnung genommen hat. Wir haben kein explizites Verbot mit Tätowierung oder was in meinem Testament. Aber du sollst natürlich deine Haut nicht mehr verunstalten. Falls du dann Tätowierung hast, dann lass das einfach und bitte nicht weitermachen damit. Ach so, alles klar, Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Hallo? Entfernung. Ja, kannst du auch entfernen, wenn du möchtest oder lass es einfach. Hallo? Hallo? Ja. Kannst du mich gut hören? Ich kann nicht gut hören, aber hör auf zu beleidigen. Ich habe doch nichts gesagt. Ach so, ich dachte, du willst es anfangen zu beleidigen. Nein, ich bin selber Christ, aber ich habe ein paar Fragen. Warum nennst du dich dann Toiletten-Service? Halt, es ist nicht so ernst. Ach so, man nennt sich Toiletten-Service dann, ne? Halt, ich ja. Ist das schlimm? Rede mal, was möchtest du denn wissen? Okay, halt, also ich glaube selber, dass Jesus der einzige Weg ist, aber ich verstehe nicht genau, warum, also was falsch mit Islam ist. Ach, du verstehst nicht, was falsch im Islam ist und du bist Christ? Nein, nein, also ich weiß, dass Islam falsch ist, aber Argumente dafür, halt. Ja, der Gott des Islams behauptet in Zorah 86, Vers 6 bis 7, dass die Frauen Spermien haben, das im Rippenbereich sitzt, das ist eine absolute Lüge. Der Mohammed sagt ja auch in den Hadithen, sagt er, dass wenn eine Frau sich zuerst entlädt, dann wird das Kind der Frau ähneln. Und wenn ein Mann sich zuerst entlädt, dann wird das Kind dem Mann ähneln. Ist das Wissenschaft überhaupt um so ein Blödsinn? Nein, nein. Du siehst, also der Gott des Islams klaut von griechischen Philosophen namens Galen, Hippokrates und Aristoteles und, und, und. Zu der damaligen Zeit wurde, dass alles die griechischen Schriften in den arabischen, in der arabischen Welt übersetzt wurden und der Mohammed hat sich davon bedient. Und die haben das in den Koran reingepackt. All diese falschen Annahmen sind auch im Koran gelandet. Von Galen. Ach so. Ja. Ja. Das ist das. Der Islam ist Geschichte. Dank dem Internet können wir alles auseinandernehmen. Amen. Ja. Okay. Dankeschön. Gott segne dich. Jetzt alles mal neun. Jetzt alles mal neun. Komm, die eine Million machen wir jetzt noch voll und dann gehen wir langsam mal Hayabubu machen, Leute. Ich kann auch nicht mehr. Eine Million knacken wir jetzt schon. Meint der zu mir, klickgeiler? Nein. Wir kommen in höhere Ränge. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein klickgeiler bin. Nein. Ich komme in weiteren höheren Ränge und erreiche ganz viele Menschen, damit ich ihnen die Botschaft gebe, dass Jesus Christus sie liebt und sein Leben für sie gegeben hat. Das ist es, was zählt. Nicht klickgeil oder sowas, weil das bringt uns weiter und bringt uns zu vielen, vielen Menschen, damit man ihnen die Botschaft sagt, dass jemand da ist, der sie liebt und sie retten will. Denn bald wird diese Welt ein Ende gemacht werden und dann werden sie dastehen. So. Was ist die Lösung? Sie müssen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Am besten heute noch. Amen. Dein Lieblingsvers aus der Bibel. 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, hat Gott erkannt. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Zeig mir einen Vers im Koran, der sich so anhört. Unglaublich. Lasst uns einander lieben. Danke mal. Boah, jetzt ist es aber mit Highspeed heftig. Jetzt geht es aber los mit Highspeed. Das ist krass. Mein Gott, der Herr Jesus Christus, jeden Einzelnen von euch segnen die Wundervollen. Alle, die ihr Tipp liked, teilt diese ganzen Geschenke, die uns hier nach oben ballern. Hallo? Jusuf? 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 Jusuf, wach doch endlich auf, komm und trink einen Schluck für deinen Bauch, Jusuf, trink einen Schluck von Kamilurin, Jusuf. Hallo, du hörst mich, sag etwas. Dann, ich komm, dann geh raus. Dann gehen sie doch einfach nur raus. Mikael. Hallo. Oh, du bist sehr alt für diesen Stream. Ja. Ja? Was ist das bitte, ey? Moin. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Moin. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Du brauchst du nicht. Ne, brauchst du nicht. Ich wollte nur was sagen, ne? Das, was du sagst, eigentlich ist Schwachse, du kleiner Hund. Oh. Und ich will nur deine Adresse wissen, wo du wohnst. Mehr will ich nicht wissen. Oh, wie schön der ist, der Junge. Guck mal. Oh, Mann. Und ich bin schön. Und ich bin Albaner. Du bist ein wunderschöner Mann. Ja, aber das Politik, was du magst, auf TikTok ist scheiße. Warte mal, meinst du, dass du einfach so Drohungen aussprichst? Nein, ich will dich nicht drohen. Ich will das bitte beantworten. Ich komme hier rein, nur das wissen, wo du wohnst. Ich will nur dich persönlich kennen. Wir brauchen dich nicht persönlich zu kennen, mein lieber. Doch, schick mal deine Adresse, wo du wohnst und können wir treffen. Und dann reden wir uns. Dann reden wir uns. Ganz ehrlich, dann reden wir uns. Und das, was du machst, wo Kinder, das ist Schwachsel. Mach, was du willst, ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Ich erlöse dich von diesem Ganzen. Warte ganz kurz. Guck mal. Bro, guck mal an. Ganz ehrlich, ich bin erwachsen, Mann. Ich bin erwachsen. Okay. Danke, Chetto. Mach's gut. Du bist sehr erwachsen. Sehr, sehr erwachsen. Unglaublich. Sehr, sehr erwachsen. Ich bin erwachsen, Mann. Sag mir deine Adresse. Show me your location. Send me your location. So auf Khabib. Die sind alle in so einem Film. Das ist so unglaublich, ne? Ja, das ist so unglaublich. In Deutschland. So, guck mal. Stell dir mal vor, die Christen machen sowas. Unglaublich, ne? Ja, und von mir aus kann der was weiß ich was sein. Ja, und was sagt denn seine Herkunft über ihn? Gar nichts. Unglaublich. Die kommen hier rein, um sie aufzuregen. Das ist auch heftig. Aber wir haben schon die eine Million geknackt. Heftig. Ich bete jetzt nochmal für uns und dann gehen wir schlafen. Ich bin fix und fertig, ihr Lieben. Bitte habt Nachsicht mit mir. Ich kann nicht mehr. Ich gehe auf die Knie. Wer auf die Knie gehen kann, der kann auch auf die Knie gehen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wundervollen Tag, Herr. Und diese ganzen Gespräche, die wir geführt haben, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, segne die ganze Arbeit, die wir hier leisten, Herr. Und bitte segne jeden Einzelnen, der daran mitgewirkt hat. Die Geschwister, Herr, dass du ihnen Trost schenkst in ihrer schweren Zeit. Aber auch diejenigen, die jetzt noch nicht im Glauben sind, dass du sie zu dir führst, Herr Jesus Christus. Dass du für sie da bist und ihnen zeigst, dass du der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist. Der lebendige Gott, der gezeigt hat, dass der Tod ihn nicht besiegen kann. Sondern du bist von den Toten auferstanden, Herr. Und hast allen gezeigt, dass du der Allmächtige bist, Herr Jesus Christus. Das Alpha und das Omega, das A und das O. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr. Wir beten auch für alle Menschen, die uns beleidigt haben und nach unserem Leben trachten, Herr. Bitte öffne du die Augen und Herzen, Herr Jesus Christus. Denn wir wollen ja nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, Herr. Ich möchte den Menschen auch vergeben, die mir Böses getan haben, Herr. Und bitte vergib ihnen und rechne ihnen die Sünde nicht an, Herr. Ich bitte dich auch von ganzem Herzen, Herr, dass du uns weiterhin führst, lenkst und leitest und uns die passenden Worte gibst, die wir brauchen, um Menschen zu erreichen, Herr Jesus Christus, in jeglicher Hinsicht, Herr. Denn deine Herrlichkeit sollte jeder Mensch auf dieser Erde für sich beanspruchen, Herr. Und deine Gnade vollkommen annehmen, Herr, und von neuem geboren werden, Herr Jesus Christus. Wir beten auch für unsere wundervollen Geschwister in den islamischen Ländern, die gerade unter Verfolgung stehen. Denn sie werden in jedem Gebete von uns mit einbezogen, Herr. Und wir bitten dich von Herzen, dass du sie niemals im Stich lässt, dass du ihre Leiden linderst, die sie gerade durchmachen, Herr. Und dass du für sie einfach da bist, Herr Jesus Christus, auch für uns da bist, denn es kommen bestimmt noch schwere Gezeiten auf uns. Und dann wird sich der Glaube bewahren, Herr. Und dann wird sich Spreu vom Weizen trennen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, lass uns zu denen gehören, die wahrhaftig bis zum Ende ausharren, Herr, und dir bis zum bitteren Ende dienen, Herr Jesus Christus. Dein Name soll in Ehren gehalten werden und du bleibst derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Herr Jesus Christus. Danke für alles, Herr, und danke für solche tollen Geschwister, die hier drin sind. Danke für jeden Einzelnen, der hier drin ist, ob Muslim, Buddhist, Christ, Hinduist, egal wer. Lasse sie alle zu dir finden, Herr, und gerettet sein, um das ihr Buch, das ihr Name im Buch des Lebens verzeichnet ist. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen, 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 okay. Boah, ich kann nicht mehr. Na bitte, Herr, ich segne die Wundervollen. Oh, mein Gott. Wie lange war ich schläft? Zwölf Stunden oder so, ne? Unglaublich. Ja, der ein oder andere liegt da schön im Bildchen, guckt mir dabei zu. Ja, möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segne. Ich danke euch von ganzem Herzen für alles. Möge der Herr euch behüten und beschützen. Eure Familien, eure Angehörigen, eure Bekannten, Freunde. Möge noch ganz viele zum Herrn finden und gerettet werden. Ihre Seelen in Sicherheit bringen, ins Trockene. Falls du noch keine Entscheidung getroffen hast für den Herrn Jesus Christus, bitte ich dich, treffe deine Entscheidung für Jesus Christus. Lass nicht zu, dass Religion über dich herrschen, sondern befreie dich von den Ketten der Religionen und komme zum lebendigen Gott Jesus Christus, der dich liebt und sein Leben für dich gegeben hat. Das ist die Botschaft, die wir brauchen, nicht Religion. Religionen haben nur unser Leben vergiftet. Der Herr Jesus Christus hat uns das ewige Leben beschert. Das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel kam. Hey Leute, ich bin richtig k.o., man. Ich bin richtig platt. Aber seht ihr, da waren gerade sehr, sehr viele Leute, die die Botschaft gehört haben und das ist doch wundervoll. Oder? Das ist nicht wundervoll, was wir so alles erreichen können durch solche komischen Plattformen wie diese App. Oh, siehst du, Live ist eingeschränkt. Live-Sichtbarkeit eingeschränkt. Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert. Siehst du, jetzt fängt TikTok an. Jetzt geht's los. Jetzt fängt TikTok an. Das ist heftig. Die haben mich gerade eingeschränkt. Jetzt geht das auch komplett runter. Pass mal auf, wie das jetzt runter sagt. Das ist so krank. Die sind so heftig, diese App. Ja, ein Zeichen, siehst du, das sollte wirklich ein Zeichen sein, dass es jetzt vorbei ist, dass es jetzt genug ist. Okay. Warte mal. Ah, Widerspruch genehmigt. Aha, siehst du, Widerspruch ist genehmigt. Widerspruch ist genehmigt worden. Heftig. Krass. Das war wirklich ein Zeichen. Habt ihr gesehen, auf einmal stand da Widerspruch genehmigt. Das ist ja krass. Das ist heftig. Legend. Komm, einen holen wir noch. Ein Albo. Ein Albaner. Ein Schippe. Guten Abend, mein Freund. Guten Abend, mein Bester. Gott segne dich und deine Familie. Hoi, Schippe. Danke dir. Du, ich habe, ähm, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Gott segne dich. Ja, bitte. Ich vermute mal, wir sind im gleichen Alter, also können wir uns auch normal, beziehungsweise eine normale Kommunikation führen. Ohne einen Streit, ohne eine Debatte, ohne gar nichts. Nur, ich möchte dir eine Frage stellen, weil du halt viel Erfahrung damit hast. Ich habe hier mal den Hebräer 14, Vers 2. Mit? Darf ich es vorlesen? Kennst du den? Du kennst es bestimmt. Nein, ich kenne nicht alles auswendig. Gut, ich lese es mal ganz kurz vor. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod den Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Nochmals, die Macht zu entreißen. So, so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Was mich interessiert ist, dieses, Christus ist ein Mensch geworden, um durch seinen Tod den Teufel, also dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Ja, genau. Kannst du mir das erklären, bitte? Ja, weil der Teufel, der ist ja von Anfang an ein Menschenmörder gewesen, so sagt der Herr ja auch zu den Juden. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr von Anfang an machen, denn er war ein Menschenmörder. Verstehst du, dass der Teufel den Tod ja liebt und dass die Menschen mit ihren Sünden in die Hölle fahren, das ist ja die Intention des Teufels. Und Christus kam als ein Mensch, um ein für alle Mal den Teufel, den Kopf zu zertreten. Amen. Okay, weil, ja, schau, wenn ich das so verstehe, du bist Moslem, du bist Moslem, ich bin Moslem. Ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich. Ganz kurz, ganz kurz, kannst du gerne fragen. Gerne. Ich will das nur, dass ich es verstehe, weil ich habe überhaupt nichts dagegen, deswegen du merkst, auch an meiner Aussprache, ich komme hier nicht rein, um zu beleidigen, es auf gar keinen Fall. Mich interessiert das nur sehr, mich interessiert es nur wirklich, um den Tod, dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod. Das heißt ja, der Teufel ist der Herrscher über den Tod. Christus ist ein Mensch geworden. Jesus, in dem Fall in der Trinität, ist er ja Gott. Schau mal, wenn ich jetzt falsch liege, verbessere mich bitte. Ich bin nicht alles. Ja, das ist eine Person der Trinität, ja, richtig. Genau. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch den Tod. Was bedeutet das denn, Christus ist auch ein Mensch geworden? Was bedeutet das? Was meinst du? Bedeutet, also in meinen Augen, wie ich es verstehe, ja, in meinem Verständnis ist Gott ist jetzt auch ein Mensch geworden. Sehr gut. Du siehst also, dass die Bibel davon absolut spricht, dass Jesus Christus Gott ist und Mensch wurde, richtig? Ganz kurz, genau. Und durch seinen Tod den Teufel als dem Herrscher über den Tod, ihm Macht zu entreißen. Meine Frage ist da nur, Amir, wenn doch Gott allmächtig ist, wir wissen ja, dass Gott allmächtig ist, wirklich allmächtig ist, warum muss er dann sterben, um den Tod, also den Teufel, die Macht zu entreißen? In dem Sinne macht es etwas wenig Sinn, weil da steht ja drauf, schau mal, du musst es anders überlegen. Das bedeutet ja, dass der Teufel mehr Macht hat im Tod. Der Teufel ist derjenige, der sich wünscht, dass die Menschen komplett mit Sünden in den Tod fahren und er von Anfang an ein Mörder war. Und verstehst du, in ihm ist nicht die Wahrheit. Und der Herr Jesus Christus will ihm das entreißen. Deswegen kam er und hat den Fluch des Todes auf sich genommen. Der gesamte Fluch, den die Menschen auf sich genommen, also die, die sich beladen haben mit dem Fluch der Sünde, hat der Herr Jesus Christus am Kreuz bezahlt und hat den Teufel für ein für alle Mal in die Schranken gewiesen. Das ist damit gemeint. Okay, also bedeutet vorher, bevor das passiert ist, haben alle Menschen vor dem Tod Angst gehabt. Oder sie würden sofort, wenn sie sterben, sofort zum Teufel gehen. Der Herr Jesus Christus wird die Menschen sofort, also beziehungsweise sie werden in eine Art Zwischenlagerung kommen. Das nennt sich Sheol. Das ist so eine Zwischenstation, wo die Seelen hinkommen, die gestorben sind. Und dann wird eines Tages dann abgerechnet und Gericht gehalten. Schau mal, ich finde das eigentlich ganz okay. Man kann sich auch mit dir sehr gut unterhalten, weil ich, wenn ich dir nur zuhöre mit den anderen Gruppen, klar verstehe ich, wenn du blöde Aussagen bekommst, gibst du auch blöde Aussagen zurück. Du kannst dich auch ganz gut unterhalten. Du kennst dich sehr gut aus. Das freut mich. Deswegen stelle ich dir auch die Fragen, weil mich interessiert das. Ich habe da keine Antwort. Dann weiß ich, wen ich zu fragen habe. Nur, in meinen Augen macht das wenig Sinn, weißt du? Deswegen denke ich mir so, okay, er hat, der Teufel hat die Macht über den Tod. So, jetzt eine andere Frage. In der Zeit Christus, wie viele Menschen haben da gelebt? 100 Millionen? Können wir sagen 100 Millionen? Nein, das wissen wir nicht. Können wir nur spekulieren. Machen wir eine Milliarde draus. Eine Milliarde Menschen. Er hat jetzt die Sünden Allah übernommen und hat sich gekreuzigt. Aber jetzt, Arne, wir sind doch jetzt acht Milliarden Menschen. So, wie oft müsste dann ein Christus eigentlich geboren werden, um unsere Sünden zu nehmen? Sie werden ja sagen, jetzt werden wir noch mehr Sünden gemacht. Schippe, Schippe. Als der Herr Jesus Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, was hat er damit gemeint? Auch für die Nächsten. Das ist gut. Du siehst also, man kann mit dir arbeiten. Dein Gehirn funktioniert besser als 99 Prozent der Fass, die hier drin war. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, für die vorherigen Sünden bezahlt hat und für die danach kommenden Sünden bezahlt hat, für die Generationen. Jeder, der an Christus glaubt, soll selig werden. Amen. Das ist die Frohe Botschaft des Evangeliums, dass Christus alles in die Hand genommen hat, als ein menschliches Wesen auf diese Erde kam, um den Fluch der Sünde auf sich zu nehmen und uns loszukaufen. Deswegen nennt er sich auch selber, ich gebe mich her als Lösegeld für die Menschen. Um die Menschen freizukaufen, verstehst du? Wir können Gott niemals mit guten Werken besänftigen. Das ist doch Quatsch. Stell dir mal vor, du bist vor Gericht und du stehst vor dem Richter, auf einmal wirst du vor ihm gestellt. Und dann sagst du zu ihm, ja Richter, verurteile mich nicht, ich habe acht Milliarden gute Taten getan, aber du hast auf einmal einen Menschen das Leben genommen. Soll der Richter sagen, oh, das ist aber schön, ich lasse dich jetzt frei. Du hast acht Millionen gute Taten getan, aber du hast diesen Menschen umgebracht, bitteschön, ich bin barmherzig, bitte geh. Würdest du diesen Richter ernst nehmen? Nee, nee, klar, das würde ja keiner ernst nehmen. Würde ja keiner ernst nehmen. Das macht Allah, Allah ist nur barmherzig und vergibt einfach. Wo ist die Gerechtigkeit? Hast du darüber schon mal nachgedacht, Schippe? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nur. Jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Jetzt lass mich dir das erklären. Jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Wie will jetzt Gott barmherzig und gerecht zur gleichen Zeit sein? Das eine schließt das andere aus. Das ist der Gegensätze. Entweder er ist barmherzig und lässt ihn gehen, oder er ist gerecht und bestraft ihn. Wie kriegt der Richter jetzt beides hin? Aber Amir, Amir, mein Bruder, nur eine Frage. Wenn Jesus, Jesus ist der Sohn Marias, von Maria. Aber dann beginnt er doch auch eine Sünde. Weißt du, nein, du verstehst mich gerade falsch. Schau mal, wenn er gekreuzigt wird, ja gut, er weiß, was passiert wird. Okay, das ist seine Tat, er muss das verbringen. Alles schön und gut. Aber Maria ist die Mama, die sieht das ja. Das ist eine Sünde. Verstehst du, was ich meine? Die sieht doch wie der eigene Sohn, egal, was er sagen würde. Weil Maria wusste ja vorher nicht, dass er Sohn Gottes ist. Verstehst du, was ich meine? Der Engel Gabriel kam doch zu ihr und hat gesagt, das Kind, das du in dir trägst, ist der Sohn des Allerhöchsten. Der Josef wollte ja Maria verlassen, weil sie dachte, dass sie Unzucht begangen hat. Da kam Gabriel in dem Traum von Josef und hat gesagt, packe deine Frau, nimm sie mit. Das Kind, das in ihr ist, ist der Sohn des Allerhöchsten. Aber schau mal, schau mal, mein Freund, nehme mal an. Warte mal ganz kurz. Weißt du, wie Jibril das gemacht hat? Er hat ja Maria geschwängert. Das ist ja krass. Kennst du die Geschichte in Suche 19, Vers 17? Du musst dir das mal vorstellen, wie blasphemisch. Der Jibril, der Engel Jibril, Allah sendet Engel Jibril, während Maria sich gerade am Waschen ist, im Badezimmer sozusagen oder im Bereich, wo man sich wäscht und sie war nackt. Und dann kam der Engel Jibril in Form eines Mannes und steckte die Finger in. Ist das zu fassen, was die aus dem Himmel? Das habe ich nicht gelesen. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe das nicht so wirklich nicht gelesen. Das ist Suche 19, Vers 17, Vers 17, Al-Badhaun. Weißt du, was ich hinaus wollte? Du hast einen Sohn oder ich habe einen Sohn, ist ja wurscht. Du hast einen Sohn, jetzt kommt jemand zu dir oder kommt, egal, irgendwer zu dir und sagt, hey, pass mal auf, dein Sohn ist der Herr. Jetzt hat allein vom Menschenverstand, weil Maria war ja ein normaler Mensch. So, egal, was für ein Verständnis du hast, du denkst emotional, vor allem eine Frau, volle Emotionen, volle Emotionen. Sie fühlt emotional, sie handelt emotional. Egal, wer doch vor ihr stehen würde und ihr das sagen würde, ja. Dann, sie sieht trotzdem ihren eigenen Sohn Kreuz in der Kreuzigung. Was passiert in diesem Moment? Das ist traurig, natürlich, klar. Sie hat menschliche Emotionen. Verstehst du, und ich meine, ich will damit sagen, warum lässt man dann sowas zu? Weil der Herr Jesus Christus selber zu den Leuten gesagt hat, ich werde mein Leben lassen und werde es auch wieder nehmen. Verstehst du? Der Herr Jesus Christus hat ja die Macht. Er sagt ja, ich habe die Macht, mein Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Niemand zwingt mich dazu. Ich gebe mein Leben freiwillig und ich nehme es auch wieder. Weißt du, was das für Worte sind? Richtig, er entscheidet, er ist der Entscheider. Sehr gut, wer entscheidet über Leben und Tod? Der Gott. Wer ist Jesus Christus? Ja gut, in deinen Augen der Gott, in meinen Augen aber... Du hast es verstanden, du hast es verstanden, hast du gesehen, du hast es verstanden. Amir, warte, darf ich dir eine Frage noch stellen? Das hat Klick gemacht. Hast du gesehen, wie du gezögert hast? Das hat Klick gemacht. Nein, ich weiß, warum ich gezögert habe. Schau mal, du merkst, ich will auf keinen Streit hinaus. Ich brauche nicht mit dir Schreiten. Aber ich habe gemerkt, das hat gerade bei dir Klick gemacht. Du hast dir gerade gedacht, ach du Heilige, wenn Jesus Christus sein Leben gibt und es wieder nimmt, ja das ist ja Gott. Er kann ja nur Leben geben und Leben nehmen. Amir, Jesus Zitat. Wieder, wir müssen auf die Eigenschaft eingehen, da können wir gerne darauf eingehen. Ja, der Herr Jesus Christus hat Blut geschwitzt, weil er wusste, was ihm blüht. Aber schau mal, nehm wir mal... Der Herr Jesus Christus weiß ja ganz genau, was ihm blüht. Dass er gleich ausgepeitscht, also dass er gefangen genommen wird, dass er vor dem Gericht gestellt wird und dass er dann gegeiselt wird. Weißt du, was der Herr Jesus Christus durchgemacht hat für dich und mich? Ich war noch wenigstens schlau genug, um zu erkennen, dass der Herr Jesus Christus jede einzelne Strahlung, also jede einzelne, wie nennt man das, dieses Leid, was er auf sich genommen hat, für mich aufgenommen hat. Und ich das erkannt habe und habe gesagt, der Herr Jesus Christus ist das Heiligste, was es gibt. Für mich hast du das gemacht, Herr Jesus Christus. Ich bin bereit, das auch für dich zu tun. Amen. Allah hat ja nichts für dich getan. Was hat Allah für dich getan? Nichts. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, ja. Wir sterben, wir sterben in der gleichen Uhrzeit und wir gehen da hoch und es ist falsch, wie du denkst. Was würdest du dann sagen? Nur ein Beispiel. Was würdest du dann sagen? Oder was würdest du dann denken? Denkst du, du hast doch eigentlich alles richtig gemacht. Du bist deinem Glauben hinterher, du hast es praktiziert, so weit wie möglich. Du hast versucht, ein guter Mensch zu sein, alle Geburte erledigt. Aber es war falsch. Es war nicht der richtige Weg. Was sagst du dann? Weißt du, wieso das nicht aufgehen kann? Weil der Gott in seiner Heiligen Schrift sagt, mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Das heißt, der Herr Jesus Christus will, dass du dir Wissen aneignest und weiß, woran du da glaubst. Mit Beweise. Der Glaube muss bewiesen werden. Wir können ja nicht einfach sagen, ja gut, ich bin in irgendwas hineingeboren. Das muss schon die Wahrheit sein. Das gehen wir so vor. Der Glaube muss bewiesen werden. Warum, was meinst du, warum Muslime auf einmal mit wissenschaftlichen Wundern kommen? Was meinst du, woher kommt das? Woher kommt das? Damit die Muslime zeigen, oh, unser Gott weiß Dinge, die vorher keiner gewusst hat, um dem Koran eine Authentizität zu verleihen. Das ist ja gut, das ist ja ein Vorteil, oder? Und deswegen sage ich ja, wir müssen das alles auf den Prüfstand stellen. Stimmt das, was die Muslime dort behaupten, oder ist das einfach Humbug? Also vieles, was ich gelesen habe, ich habe den Koran nicht zu Ende gelesen und kann nicht behaupten, dass ich alles weiß. Aber was ich gelesen habe, kann ich sagen, zu 100 Prozent, dass es stimmt. Das stimmt. Also Allah sagt in Zürich 69, Vers 32, dass er das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in unseren A ein US schiebt. Ist das richtig? Ja, Armin, du musst überlegen, weißt du, viele Verse, man muss sie auch verstehen, man muss sie komplett lesen. Okay, lesst das zusammenlesen. Verstehst du was? Nur eine Frage vor, weil du hast mich vorhin unterbrochen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weißt du, was das bedeutet? Der Allah nimmt das gesamte Eisen der Erde, weiß ich, wie viel das ist? Schau mal, du hast, ganz kurz, Jesus Zitat. Lieber Gott im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Schau mal, Jesus ist doch Sohn Gottes, beziehungsweise Gott. Okay, warum, sagt er dann? Ganz kurz, wenn es möglich ist, lasse diesen Kelch an mir vorbeigehen, richtig? Nein, 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 überhaupt nicht, nein, nein, Jesus Zitat, nein, nein, ich meine das Gebet. Das Gebet übernimmt, ganz kurz, er sagt doch, wir vergeben unsere Schuldigung und vergib uns unsere Schuld, unsere Schuld. Jesus ist doch sündenfrei, welche Schuld? Jesus Christus hat uns das gegeben, deswegen sagt er, wenn ihr betet, dann betet zu eurem Vater genau so. Nicht, dass er Schuld hat, sondern wir sollen so beten, weil wir schuldig sind. Aber das hat er doch im Kreuz auch erwähnt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Denn auch wir vergeben. Der Herr Jesus Christus sagt zu uns, wenn ihr betet, dann betet so. Er meint sich nicht selber, er hat uns etwas beigebracht, Habib. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, okay, vielleicht sagt er, vergib uns, weil ich meiner Mama, Maria, gerade leid. Nein, nein, nein. Der Herr Jesus Christus sagt sogar zu Maria, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Maria hat gesagt, hört auf ihn. Weil sie weiß, dass sie den Retter geboren hat. Du musst dich ein bisschen mit der Bibel auseinandersetzen. Du musst anfangen, die Bibel zu lesen. Aber wie gesagt, ich respektiere jeden, der die Bibel liest. Ich glaube, wir sind alt genug. Ich bin jetzt nicht der Hetzer, der ich hetze gegen keine Religion. Aber lass mich mal darauf eingehen. Du hast ein Problem mit diesen ganzen Ansichten. Warum hast du denn kein Problem mit Allah, der zum Beispiel... Nein, ich habe kein Problem damit. Ich frage dich ja deswegen, weißt du, weil ich keine Antwort habe. Ich frage mich auch noch ganz kurz etwas. Der Allah sagt in Surin 19, Vers 70 bis 72, dass die Muslime alle erst mal in die Hölle gehen. Von 100 Muslimen gehen 99 erst mal in die Hölle und einer wird ins Paradies gehen. Ist das also Gerechtigkeit, was Allah da macht? Gut, das sagst du jetzt. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht, wie genau... Surin 19, Vers 70 bis 72. Allah schickt erst mal alle Muslime in die Hölle rein. Sie werden erst mal gebraten werden. Erst mal Barbecue wird mit denen gemacht. Und dann werden sie irgendwann mal rauskommen und durch Christen ersetzt werden. Ist das Gerechtigkeit? So wie du das sagst, ist es nicht gerecht. Aber ob es wirklich so steht, das weiß ich nicht, Amir. Das wäre gut, wenn du das mal herausfinden würdest, damit du sagst, oh, der Amir hat da etwas erwähnt. Ich muss mich mal damit auseinandersetzen. Mein Gott ersetzt also Muslime durch Juden und Christen. Er holt sie aus der Hölle raus und wirft stattdessen uns in die Hölle, in die Juden und Christen hinein und sie müssen meine Schuld tragen. Ich habe aber ein Problem mit Jesus Christus, der die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Wo ist da die Logik? Aber dann hätte ich eine ganz wichtige Stelle. Nehmen wir mal an, wir sind Freunde und wir kennen uns lebenslang. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Nehmen wir mal an, Amir. Wir sind geboren 1950 und wir sind jetzt 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt. Wir leben, wir kommen aus Vietnam, 1970. Es gibt, es existiert kein Internet. Hör mir gut zu, oder? Mach Philippinen daran. Machen wir Kolumbien, egal wo. Tunesien, nee, nee, nicht Tunesien. Machen wir, machen wir, alles gut, machen wir Indonesien. Indonesien, wir sind Indonesier, sind geboren 1960, jetzt sind wir, oder 1950, jetzt ist 1975. Wir sind beide 25 Jahre alt. Wir haben kein Internet, wir haben nichts. Wir haben nur unsere Eltern, unsere Großeltern, ja, und unsere Schule. Unsere Schule bringt uns bei, hey, was sind, warte mal, was sind die in Indonesien? Nehmen wir Vietnam, das sind Buddhisten. So, also streben wir nach Buddhismus. Ich und du. Wir machen ja nichts verkehrt, mein Bruder. Wir machen alles richtig. Wir wollen einfach sagen, weißt du was, wir wollen gute Menschen bleiben. Deswegen streben wir nach unseren lieben Buddha und versuchen alle Geschichten von Oma und von Mama und von Papa mitzubekommen. Und lesen das heilige Buch bei denen. Super. So, was machen wir verkehrt? Was passiert dann mit uns, wenn wir sterben? Wenn doch die Bibel das wahr ist, oder andere Sachen? Der Herr Jesus Christus sagt im Alten Testament, in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht, von ganzem Herzen nach mir ruft, so werde ich mich von euch finden lassen. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass wenn wir Gott nach Gott rufen, dass Gott sich auch uns offenbart. Das ist ein Versprechen von Gott. Die meisten Menschen rufen gar nicht nach Gott. Der Buddhismus ist zufrieden mit seiner Religion. Der Muslim ist zufrieden mit seiner Religion. Der Hinduist ist zufrieden mit seiner Religion. Und keiner fragt nach Gott. Römer 3, Vers 23 Und es ist nicht einer, der gerecht ist, auch nicht einer, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Das ist die Antwort darauf. Obwohl er, obwohl ich und du, nicht er, sondern wir beide, wir streben nach unserem Glauben. Wir sind Buddhisten. Wir kennen nichts anderes. Wir können auch gar nichts anderes kennen. Es gibt kein Internet. Es existiert nicht. In unserem Herzen hat der Herr etwas hineingelegt. In unser Gewissen und alles Mögliche. Und du wirst, du wirst das Ganze auch als Buddhist wirst du hinterfragen. Glaub es mir. Du wirst, wenn du ehrlich zu dir bist und ein offenes Herz, wirst du auch dem Buddhismus hinterfragen. Aber wie sollen wir drauf kommen, Bruder? Aber wie sollen wir drauf kommen? Das wirst du tun, glaub es mir. Weil der Buddhismus dir keine Erlösung gibt. Das ist das. Du musst dich selbst erlösen, steht es im Buddhismus. Du musst also verschiedene Stationen durchlaufen, damit du irgendwann mal in so einer Meditation kommst und dich selber ins Nirvana meditierst. Hast du das schon mal gesehen? Wenn so Buddhisten anfangen zu meditieren und ihren Geist öffnen, wer bemächtigt sich dann diesen Buddhisten? Ja, wahrscheinlich, die sind so tief geprägt in ihr Glaube. Genau, die sind mit Schakren beschäftigt. Viel mehr mit Schakren und so. Ja, genau. So, jetzt stell dir mal vor, auch wenn es so wäre, ein anderer, der eine Bibel oder ein Priester kommt dahin, weißt du, wie die den anschauen würden? Die würden nicht mal wissen, wer das ist oder was das ist. Die würden doch Angst vor denen haben. Die kennen ja nicht mal was dafür. Ich sage ja nichts. Ich meine überhaupt nicht böse. Ich meine es einfach wirklich mal so Klartext, Realität. Ja, wir können jetzt die ganze Uga Buga machen. Und was sollen wir dann machen? Ja, hast du recht. Ja, es gibt diese Stimme. Aber was ist, Amir, Bruder, wenn wir beide sterben, dann, was passiert mit uns? Und wir dürfen noch nicht bestraft werden. Wir haben doch nichts verkehrt gemacht dann. Wir konnten noch nichts dafür. Wir haben es nur bekommen. Ja, aber jeder hat seine eigene Verantwortung vor Gott. Du bist für dich selber verantwortlich. Du hast den freien Willen und du kannst auf die Suche gehen. Du kannst nach Gott fragen. Gott wird sich die zeigen. Warum zeigt er sich zwischen primitiven afrikanischen Dörfern, die auf einmal sagen, wir haben einen Mann gesehen, der weißes Gewand anhatte und gesagt hat, folgt mir nach. Hast du schon mal gesehen? Ja, aber wie willst du das in Korea machen? Wie willst du das die Kinder machen, wo du da nicht mal dein Land verlassen darfst? Ich meine damit, dass Gott gerecht ist und Gott heilig ist und in der heutigen Zeit selbst auch wirkt, weil er die Menschen liebt und sich den auch zeigt in so primitiven Dörfern. Weil es gibt natürlich Leute und die gucken zum Himmel und sagen, Oh Gott, du bist aber wundervoll, der du das gemacht hast. Verstehst du? Und dann wird sich Gott auch ihnen offenbaren. Du meinst, es kommt von alleine. Von alleine wird das alles passieren. Der Herr sagt doch, ich liebe diejenigen, also die Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an einen Glauben nicht verloren geht. Die Menschen, die zum Beispiel niemals von Jesus Christus oder sowas gehört haben, die können anhand der Schöpfung, werden sie sehen, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Daher haben sie auch keine Ausrede, sagt der Apostel Paulus, weil uns die Schöpfung beweist, dass ein genialer Schöpfer dahinter steckt. Die müssen einfach nur sagen, Gott, der du das geschaffen hast, wer bist du? Verstehst du? Und Gott wird sich ihnen zeigen, glaub es mir. Das ist ein Versprechen, Jeremiah 29, 13. Du musst dich ja ein bisschen mit der Bibel auseinandersetzen. Ich bin da, ich verstehe dich vollkommen. Ich akzeptiere auch deine Meinung. Man sollte auch jedem Menschen die Meinung akzeptieren. Das ist so wie so ein Studium, weißt du? Wenn der andere Mathematik studiert und der andere Englisch haben will, dann soll er das machen, weißt du? Und man sollte auch den nächsten nahestehenden auch lieben und respektieren. Das ist das A und O der Menschheit. Und auch wie du jetzt, die Bibel... Allah und Mohammed überhaupt niemanden, wenn du davon Respekt, Liebe und so vernunft... Amir, schau mal, wenn wir jetzt nach der Bibel gehen, oder wenn wir nach dem Koran gehen, darf ich dich nicht angreifen, egal in welchem Fall. Weißt du, nur... Ah, ja, 100% sicher. Nur du... 29 kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an den jüngsten Tag律... Nein, 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 die gegen dich kämpfen. Nein, um dich zu beschützen, nicht einfach, weil er nicht gläubisch ist. Auf Koran, das stimmt nicht, Amir. Das heißt, gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Also wie klar und deutlich willst du das noch haben? Nein, nein, lese den ganzen Vers. Bitte lese den ganzen Vers. Ich hab den ganzen Vers gelesen, die Tafsel gelesen, alles gelesen. Wir als Muslime, wir dürfen keinen anderen beschimpfen oder beurteilen. Nur Gott, nur Allah. Warum haben wir das gesagt, geh und weißt in den PNRs deines Vaters? Was ist das denn? Wir dürfen das nicht, sage ich dir ehrlich. Du erwähnst doch gerne das Wort Hobby-Muslim. Oder hast du zumindest hundertmal gehört. Sag mir nicht, dass du selber dazu gehörst, diese Hobby-Muslim. Nur ein Beispiel. Schau mal, diese Hobby-Muslims, du debattierst manchmal mit denen. Du hast doch Ahnung, du bist kein dummer Mensch. Das weißt du ja selber auch, weißt du? Dann das bringt doch nichts, wenn du dich mit, wie soll ich dir das erklären? Du machst gerade ein Studium und unterhältst dich mit einem Hauptschüler. Das funktioniert nicht. Aber auch der Hauptschüler hat doch einen Verlangen danach, die Wahrheit zu erfahren, oder? Richtig. Ja, also, dann rede ich auch mit dem Hauptschüler, weil er ist wert. Aber wir reden ja nicht von der Wahrheit, sondern du willst mit denen debattieren. Das funktioniert nicht. Nein, er debattiert doch nicht mit einem Hauptschüler. Ich will ihm sagen, hör mal zu, das und das habe ich herausgefunden. Gehe dem Ganzen nach und da brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Setz dich damit auseinander. Aber Armin, Bruder, in welchem Ton machst du das oft? Ja, manchmal bin ich das auch. Ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal platzt mir der Kragen, wenn ich auf einmal Dönerfleisch mit Kamelurin bekomme. Aber siehst du, dann sündigst du ja in diesem Moment. Verstehst du? Unbewusst sündigst du. Du weißt gar nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe. Das macht, dieses Kamelurin steht mir bis hier oben, glaubst du mir das? Da kommen manchmal Sätze raus, wo ich einfach nur noch explodieren will. Nein, nein, bleib ruhig. Wenn du Jesus... Ich bin schon sehr geduldig, aber irgendwann mal geht es. Du kriegst, ich kriege ja von morgens bis abends Beleidigungen ab ohne Ende, obwohl ich nicht zurückgehebe. Bruder, weil du es auch zulässt. Wenn du mein Freund wärst, ich schwöre dir, ich hätte dich nicht so gepackt. Er sagt, hey, mach den Topopunkt aus endlich. Weil, ist doch klar, dass du genervt wirst. Ist doch klar, dass du hier mit allen Mögen, wie du sagst, 99 Prozent, was willst du dich da unterhalten? Ja, aber mir geht es nicht um Koran, mir geht es nicht um die Bibel, mir geht es nicht um die Religion, sondern allgemein. Setz dich doch mal in einem TikTok hin und unterhalte dich bitte mit den Menschen. Egal, um was du dich unterhältst. Das weißt du ja auch selber. Nur irgendwo gibt dir das auch einen Kick. Das willst du ja irgendwo auch. Nein, ich möchte mit den Muslimen zum Beispiel oder mit den Menschen allgemein ins Gespräch kommen und die stillen Zuhörer sollen einfach zuhören, was ich zu sagen habe und was die anderen zu sagen haben. Glaub mir, dann werden sie schon sehen, wer die Wahrheit sagt und wer irgendwas anderes behauptet. Und jetzt, wenn ein Buddhist zu uns kommt und der uns total fertig macht, was sagen wir dann? Wir sagen Boudon. Verstehst du, was ich meine? Amit, ich nehme dir nicht mehr deine Zeit. Ich danke dir für den Livestream. Danke für die Einladung. Dankeschön für deine Zeit, Chipäer. Ich wünsche dir einen guten Abend. Bleib ruhig, bleib gesund. Besser gesund, bleib. Ciao, ciao, ciao. Ja, das ist schön. Die Albers sind cool, ehrlich. Okay, Leute, ich bin fix und fertig. Komm, ich habe keinen Nerv, ich kann nicht mehr. 1,1 Millionen, vielen Dank. Gottes Segen an alle, ihr Lieben. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch viel lernen konntet durch die ganzen Gespräche. Die seht ja, ich versuche mein Bestes, um da die ganzen Leute aufzuklären. Von dem, was ich alles gelernt habe, sollte ja auch profitieren. Umsonst haben wir es empfangen, umsonst gehen wir es weiter. Wir sind ja nicht wie Anas, der 4 Euro für eine Frage nimmt. Du Betrigger. 4 Euro für eine Frage, ey. Kirafter Typ. Ich kann nicht hören. Wie geht sowas her? Was sind das für Menschen? Was sind das für Dämonen? Die nehmen 4 Euro, damit sie Fragen beantworten über dich. Na komm, ich bin fix und fertig. Leute, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Dankeschön für alles, was ihr für mich getan habt. Möge der Herr euch segnen. Und der Herr Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes. Der Löwe, der alles am Kreuz für uns getan hat. Der wahrhaftige Löwe. Guck mal. Majestätisch, ey. Dankeschön für alles. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis morgen, übermorgen, je nachdem, wann ich wieder live komme. Erstmal brauche ich schlafen. Ihr Lieben, ihr habt es so heftig gut. Ihr liegt da schön in eurem Bettchen. Mit schön, hier, sag mal schnell, das Handy so vor eurer Nase. Dann so ein bisschen, vielleicht noch knabber Zeugs und so. Ihr Kleinen. Das kannst du keinem erzählen. Okay, macht's gut. Gottes Segen, bis morgen. Oder so Gott will dann. Ciao.